Kann man das wirklich nicht ertragen. Und ich weiß nicht, wie er das erträgt, mit kleinen Kindern da zu sprechen, die ihm sagen, wenn wir dich finden, dann schlagen wir dich zusammen und so weiter und so fort. Und sehr viele kleine, ah Steffi schreibt es auch gerade, sehr viele kleine Kinder, total lächerlich jung, ziemlich ungebildet, zeigt, dass die PISA-Studie ist schon, drückt schon das wahre Problem in Deutschland aus. Es gibt wirklich keine große Intelligenz unter den Migranten, was echt richtig übel ist. Wenn ich mir das anhöre, dann bekomme ich das mit der Angst zu tun. Wenn ich ein zwölfjähriges Mädchen und zwölfjährigen Jungen höre, die offenbar in Deutschland geboren sind, aber fürchterlich Deutsch sprechen, dann bin ich darüber ein bisschen besorgt, muss ich ehrlich sagen. Aber nichtsdestotrotz, er macht es, er zieht es durch, er erträgt sein Publikum. Ich könnte es nicht. Es ist unterhaltsam, wenn man sich das von draußen anschaut. Ja, und das war es. Tesla Hahn habe ich mal ab und zu gesehen, kurz mal reingeschaut, an so ein Bart angehängt, Geschirrtuch auf dem Kopf. Und ja, habe es gesehen. Ja, wie gesagt, es ist eine Art darüber, sich über bestimmte Elemente innerhalb des Islams lustig zu machen oder über das Verhalten von Muslime lustig zu machen. Elisheva, recht herzlichen Dank. Aber so viel Feedback kann ich zur Tesla Hahn nicht geben. Carlo und Urban, der Zweite auf TikTok, sagt mir gar nichts. Die kenne ich nicht. Und deswegen weiß ich leider nichts. Ich war heute den ganzen Tag unterwegs, habe mir mal ein bisschen mit der Familie draußen und bin jetzt eben erst zurückgekommen, habe mir noch einen Kaffee bestellt. Und schalte jetzt ein bisschen ab und dachte, ich gehe jetzt live, denn ich habe jetzt monatelang meinen TikTok-Accounts nicht gepflegt und es ist einfach an der Zeit, dass ich mal live komme. Und ja, ich ändere natürlich mit einer völlig neuen Sprachart. Ich habe gemerkt, die Art, wie ich damals gesprochen habe, führt zu gar nichts. Und das Beste ist, dass man mit Leuten redet. Und wenn man nicht die gleiche Meinung ist, dann haben die Amerikaner oder die Englisch sprechenden Völker einen richtig schönen Satz. Sie sagen, okay, agree to disagree. Ja, okay, lass uns einverstanden sein, dass wir nicht einverstanden sind. Ja, Mausi, recht herzlichen Dank. Ja, für dich auch. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Und ich denke, das ist auch das Beste. Wenn man nicht einverstanden ist, gut, muss man aber auch nicht wirklich austeilen. Mit Antisemiten unterhalte ich mich genauso wie mit Hardcore-Muslime. Ja, überhaupt kein Problem. Es ist für mich schlussendlich einfach nur wichtig, dass wir reden. Und ich erwarte nicht viel. Ich erwarte nicht, dass Muslime plötzlich mit dem Schlüsselwort kommen, das meine Augen öffnet. Und ich erwarte auch nicht, dass meine Worte sich in das Herz und die Erkenntnis pflanzen und bohren und dann eine Veränderung in dem Verstand eines Menschen auslösen. Ich bin hier und wer es hören will, der hört es. Und wer es nicht hören will, ist völlig in Ordnung. Es ist okay. Aber ich werde nicht mehr so draufhauen wie am Anfang. Ich habe Einsicht gewonnen, dass die Wege verschieden sind. Und ich denke, das ist auch gut gesagt. Gehe nur von mir so gesagt. Ich vermisse dich sehr bei Stürzenberger. Ach, meine Güte. Recht herzlichen Dank, mein Bester. Das ist ein nettes Kompliment. Vielen Dank. Mausi hat Fragen an mich. Du kannst die gerne stellen. Jetzt privat oder jetzt hier oben. Möchtest du hochkommen? Oder dann kannst du das gerne machen. Ja, kannst du gerne stellen. Du kannst, wenn du willst, kannst du hochkommen, Mausi. Und ich kann dich einladen. Und dann kannst du sehr gerne nach oben kommen. Und dann kannst du mir eine Frage stellen. Du kannst die Frage aber auch hier schreiben, falls du nicht sprechen möchtest. Es ist überhaupt kein Problem. Ah, okay. Gut. Okay. Du schreibst mir. Alles klar. Kein Problem. Gut. Und ich denke, ich habe genug Erfahrung, 35 Jahre lang im islamischen Sattel gesessen. Ich weiß, wie die Dinge da draußen im Islam laufen bezüglich des Judentums, bezüglich Antisemitismus im Islam. Und ich bin gespannt, wenn Muslime da sind, ob sie mit mir bereit sind, über den antisemitischen Charakter des Islam zu diskutieren. Oder ob sie einverstanden sind, dass ich geschrieben habe Ex-Muslim-Zionist. Ist das überhaupt machbar? Ist das ein Paradoxum? Ist das ein Widerspruch? Oder geht das? Ist es möglich, dass Ex-Muslime tatsächlich auch Zionisten sein können? Und kann man überhaupt Zionist sein, ohne Jude zu sein? Und was bedeutet Zionismus? Ist Zionismus tatsächlich so eine weltumspannende Ideologie? Oder ist es tatsächlich nur eine nationale Idee, gesponsert von Juden und keine Weltverschwörungsvorstellung, die alles umfasst von Kontrolle der Medien, der Politik, der Filmindustrie, der Banken und so weiter und so fort. Und ich bin gerne bereit. Da bin ich sehr gerne bereit, mich drüber zu unterhalten. Ja, ich bin Zionist, weil ich weiß, wie sehr ich mich in meiner gesamten islamischen Karriere gegen das Judentum gestellt habe. Und ich habe eine Entschuldigung gesucht. Ich habe gesagt, es geht um Zionismus. Aber in Wirklichkeit habe ich den vom Koran suggerierten Aspekt, dass die Juden ein verfluchtes Volk sind, laut dem Koran. Dass die Juden ein verstoßenes Volk sind, laut dem Koran. Habe ich meinen Antisemitismus, meine Abneigung gegenüber Juden eingepackt in meine Abneigung gegenüber dem Zionismus. Und wenn ich heute ehrlich bin, dann war das im Grunde genommen genau das Gleiche. Deswegen bin ich auch hier und sage auch, ja, absolut, ich glaube den Leuten da draußen nicht, die sagen, ich bin nur antizionistisch, aber ich habe nichts gegen Juden. Ich bin hier, um das zu beweisen. Ich bin hier, um diese Linie zu ziehen zwischen Antisemitismus und Antizionismus. Ja, und ich habe mich bestens vorbereitet. Ich kenne die Sachen. Und ich weiß, dass im Grunde genommen Muslime sehr schnell in diesen Modus verfallen, wo sie dann sagen, hey, der Koran gebietet mir, zu Juden und Christen gut zu sein. Und auf der anderen Seite, wir sind ja nur gegen die Zionisten. Und dann spielen sie sich auch noch als Religiöse auf und sagen, also als Religionswächter des Judentums Muslime und sagen, hey, echte Juden glauben ja gar nicht an Israel, als wenn sie richtige Experten wären. Ja, da plappern sie auch nur die islamische Propaganda nach. Oh, okay, Mausi schreibt gerade, sie kann mir nicht schreiben. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht muss ich dir zurückfolgen, damit das geht. Habe ich mal einfach so gemacht und dann kannst du mir dann auch mal eine Frage stellen. Das ist ja auch kein Problem. Ansonsten kommst du einfach mal hoch und stellst diese Frage über den Islam hier ganz, ganz offen. Du musst ja nicht dein Bild zeigen. Und ich lade die Leute ein, die jetzt unbedingt herausfinden wollen, ob es eine Beziehung gibt zwischen Antizionismus und Antisemitismus. Und da bin ich herzlich hier, um zu sagen, okay, Leute, komm, wir sprechen. Ich habe sehr, sehr, sehr lange auf der islamischen Bank gesessen und ich habe sehr, sehr, sehr lange mich mit der islamischen Dogmalehre auseinandergesetzt. Ich habe selbst islamische Theologie studiert und deswegen kann ich auch, aha, was soll das heißen? Alle Abonnenten jetzt beenden. Was soll denn das heißen? Verstehe ich nicht. Okay, macht ja auch nichts. Und deswegen, ja, wenn einer von euch hochkommen möchte und möchte kurz mitsprechen, ah, Berghain ist da, grüß dich, herzlich willkommen. Und ich denke, Ex-Muslime müssen tatsächlich den Mund viel lauter aufmachen, was Judenhass betrifft, was die Islamisierung betrifft. Und da spielen wir eine große Rolle und deswegen fühle ich mich auch berufen, meinen Mund aufzumachen und einfach auch klarzustellen, was da draußen passiert. Nicht nur durch meine Livestreams, nicht nur durch Auftritte, die ich in der Vergangenheit hatte. Ich war bei der Werteunion eingeladen. Ich habe die erste Ex-Muslim-Konferenz von Deutschland organisiert, 2019, mit hochkarätigen Ex-Muslimen aus aller Welt. Und, oh, jetzt kriege ich hier, was ist das? Schnell geschrieben, beendet, Neustart, typisch Andi, Windlicht. Ah, okay, gut, sehe ich gar nicht. Kian, warum darfst du unter anderem heute in Frankfurt eine Alkoholstimmung noch stattfinden? Ja, ich staune, dass überhaupt eine in Frankfurt stattfindet. Normalerweise hat die immer in Berlin und Hamburg stattgefunden. Also es ist sogar größer geworden. Vermutlich gab es sogar in Berlin eine Demonstration und eine Demonstration in Hamburg. Und jetzt auch in Frankfurt, das ist mir sogar neu. Ja, ganz einfach, weil die Anmelder genau wissen, was sie sagen müssen, damit sie nicht von der Polizei verboten werden. Ganz einfach. So, dann war noch etwas anderes hier. Ich habe mal geguckt hier, meine Kommentare werden gelöscht. Also, nee, von uns nicht, Paradoxie, auf gar keinen Fall. Ich glaube nicht, dass irgendjemand die hier löscht. Dich kenne ich ja aus anderen Streams und du bist ja immer vernünftig. Also ich wüsste jetzt nicht, warum das gelöscht werden sollte. Das, glaube ich, ist nicht der Fall. Was sagt ihr denn eigentlich zu dem Bild? Ist es okay, wenn oben ein Bild ist und unten ist einfach so ein bisschen schwarze Fläche, damit man das besser lesen kann? Kann man dann alles deutlich lesen? Ich kann das nie so richtig abschätzen. Ist das in Ordnung? Dann schreibt Lexagirn, der Karlo 4721 ist auch ein Ex-Muslim. Ah, sieh mal einer an. Ja, also wenn Karlo hochkommen möchte, herzlich willkommen, Karlo. Also wenn du genug Follower hast, warte mal, lass mich mal schauen, hast du eigentlich? Ich könnte dich mal so spontan einladen. Und dann könnten wir uns mal von Ex-Muslim zu Ex-Muslim mal kurz unterhalten. Und dann sagst du mir vielleicht mal, wie du deine islamische Zeit empfunden hast. Und ob du auch so einen antisemitischen Trip warst, so wie ich. Und da bin ich sehr gespannt. Versuch mal die Einladung anzunehmen, mein Bester. Lass mich mal wissen, ob du hochkommen möchtest. Ah, okay, Mausi schreibt gerade, Bild ist top. Klasse, finde ich gut. Danke dir. Ja, gut, also offenbar kommt der nicht hoch. Schade. Dann warte ich einfach mal ein. Ah, okay, ah, okay, okay. Oh, und dann schreibt er, das sagt, glaube ich, auch noch mit so einem kurdischen Bra, bin am Arbeiten. Also es ist auch noch ein Landsmann von mir, weil Bra heißt Bruder. Alles klar, mein Bester. Dann, wann immer du mal Zeit hast. Ich versuche einfach mal öfters auf TikTok zu sein. Und da bist du natürlich jederzeit eingeladen, über deine Erfahrung als Ex-Muslim zu sprechen. Also, Havalno. Passt. Ja, da bist du gut, mein Bester. Ah, die Anna ist oben. Grüß dich, Anna. Grüß dich. Ich habe jetzt eine Anfrage gestellt, aber ich stelle mich dumm. Ich will einfach nur, dass meine einfach sehen, dass du online bist, weil ich kann jetzt nicht so gut reden. Ah, okay, gut. Aber dass meine Follower einfach sehen, dass ich online bin und dann reinkommen. Ah, das ist nett. Okay. Damit wir ein bisschen fühlen, danke euch allen sofort für die Unterstützung. Ich will nämlich, dass der Stream sich fühlt. 20 Minuten nach Hause gekommen. Ich war den ganzen Tag unterwegs, von morgens bis jetzt zum Abend. Acht Stunden mit der Familie unterwegs gewesen. Ein bisschen gefilmt, auch für meinen Foodblog und so weiter. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich mal rein. Ich bin heute auch mit der Familie. Um 21.30 Uhr ist bei mir, wie immer, ein Stream. Ah, ja, ganz genau. Ja, alles klar. Ich stumme mich, damit einfach meine Kinder nicht reinscheinen. Okay, die können ja auch reinscheinen. Aber zumindest sehen dann meine, dass ich online bin, wenn noch nicht von mir sowieso eine Nachricht bekommen hat. Vielleicht jemand, der zufällig mich dann sieht und dann reinkommt. Recht, herzlichen Dank. Das weiß ich sehr zu schätzen. Danke dir, Anna. Ja, also Carlo hat wohl offenbar seinen eigenen Stream. Ist klasse. Vielleicht machen wir ja mal was zusammen, Carlo. Lass mich das wissen. Und ja, wir machen das auf eine vernünftige und freundliche Art und Weise. Ich distanziere mich von jeder Art von Agro-Auftreten und dieses provokative und provokante Auftreten. Ja, es hat eine Zeit lang Spaß gemacht, aber es hat in ein Nirgendwo geführt. Es hat einfach nur in ein Nirvana geführt. Und das werde ich nicht machen. Deswegen an dieser Stelle, wenn jetzt Leute hier sind, die eher ein gespaltenes Verhältnis zum Zionismus haben oder zu Israel, ein gespaltenes Verhältnis gegenüber Ex-Muslime haben, die denken, der Islam ist eine perfekte Religion und ich bin im Unrecht oder ich bin einfach nur zu doof oder habe den Islam nicht richtig verstanden. Herzlich willkommen, liebe Freunde. Herzlich willkommen. Und dann könnt ihr einfach mich konfrontieren mit dem wahren und echten Islam. Und dann schauen wir uns einfach mal an, was der wahre und echte Islam zu sagen hat. Und wenn dieser wahre und echte Islam dann mich erleuchtet hat, dann kehre ich auch zum Islam wieder zurück. Sage die Kelame-Shahada und kehre in die große Familie des Islam zurück und werde Muslim und werde für meine Religion wieder kämpfen und werde das Unrecht, das ich Allah und dem Gesandten Allahs angetan habe, natürlich wieder tilgen und werde wieder ein braver Jihadi. Aber dazu müssen mich die Leute da draußen erst überzeugen. Und deshalb ist es ungeheuer wichtig, dass ich die Leute hier drin habe, die sagen, Ex-Muslim, nee, du bist gekauft. Ex-Muslim, nein, danke, du bist Jahel, du bist ein Unwissener. Ex-Muslim, du warst nie richtig Muslim. Was, Ex-Muslim? Nein, ach Quatsch, du warst Schiite, du bist kein richtiger Muslim gewesen. Ja, hättest du den Koran mit dem Herz gelesen, hättest du Allah nie verlassen. Das sind alles diese Vorwürfe, die man immer gegen mich aufbaut. Und du hast vergessen den Mossad, der dich bezahlt. Ach so, ganz genau. Genau, der Mossad. Das kommt immer ganz am Ende so. Wenn alle anderen Argumente nicht ziehen, dann war es am Ende so, du hast dich kaufen lassen von den Juden. Das habe ich in der ersten Woche gehört, als ich den Islam verlassen habe. Das war das Erste. Das war übrigens der allererste Vorwurf. Ich dachte wirklich, die Leute sagen, okay, Kian hat Islamwissenschaften studiert. Er hat einfach keinen Sinn mehr in der islamischen Theologie gefunden. Aber nein, ich wurde gekauft. Wer hat dich gekauft? Das war die erste Frage. Wer gibt dir Geld, damit du jetzt gegen den Islam hetzt? Ja, dann hieß es sofort, die Juden. Es sind von sich auch andere, weil die werden wahrscheinlich bezahlt. Also sehr, sehr viele werden einfach bezahlt. Und gehen davon aus, dass wir auch so sind wie Sie. Absolut, absolut. Und ich fand das auch ziemlich verletzend damals, als ich noch gar nicht mit diesem Phänomen umgehen konnte. Für mich, dass verlassenes Islam auch ein so neues Phänomen war. Und da habe ich einfach nicht verstanden, warum machen Sie mir ausgerechnet diesen Vorwurf. Ich habe immer versucht zu sagen, ich habe den Islam nicht aus irgendwelchen anderen Gründen verlassen. Ich habe den Islam verlassen, weil ich ihn nicht mehr logisch finde, weil ich Konflikte habe mit der Theologie. Aber nein, eine Woche hat es gedauert und dann hieß es, wie viel Geld bekommst du? Ja. Und das ist auch eine, sagen wir mal, das ist auch eine Schutzbehauptung. Damit schützen sie sich auch, weil sie sagen, richtige Muslime können nie den Islam verlassen. Also können nur falsche Muslime den Islam verlassen. Sie schützen sich ein wenig vor der Erschütterung. Weil jedes Mal, wenn Sie einen Ex-Muslim sehen, dann werden Sie daran erinnert, wie fragil der Islam ist. Und deswegen schützen sie sich mit diesen Argumenten und sagen, okay, er hat ja nicht richtig geglaubt. Er hat es ja den Islam nicht richtig verstanden und so weiter und so fort. Das ist ganz normal, weil die sonst fragen müssten, warum hast du den Islam verlassen? Und ich habe viele Muslime konfrontiert und ich habe denen gesagt, das und das und das war der Grund, warum ich den Islam verlassen habe. Und das hat für sie nicht ausgereicht. Manchmal waren sie sogar trotzig und haben gesagt, ja, wenn unser Prophet das gesagt hat, wenn der Prophet gesagt hat, tötet Apostaten, dann sollen sie getötet werden. Also sie haben auch keine Empathie. Sie trauen sich gar nicht auch, ihre eigenen Gedanken mit einfließen zu lassen und sich einfach zu fragen, ist es überhaupt richtig? Ist es richtig, dass man Menschen ermorden soll, der den Glauben verlassen hat? Und wieso in der islamischen Dogmalehre wird das Verlassen des Islams mit Staatsverrat gleichgesetzt? Das ist absurd. Das ist ein riesiger Konflikt. Okay, da haben wir ja auch den Leon. Grüß dich, Leon. Also dann holen wir mal den Leon hoch. Shalom. Shalom, Chanel. Chanel, Shabbat. Lion, Lion bitte, nicht Lion. Dankeschön. So wie der Löwe auf Englisch. Lion, okay. Lion, Lion. Ja, das hat mich sehr daran erinnert. Ich höre auch manchmal auf Englisch bei so einer Islamkritikerin zu, Ex-Muslimer. Und sie hat wirklich dasselbe zu bemängeln, dass dieses Grundverständnis oder generell, dass die Angst zu hinterfragen, den Islam Allah Mohammed zu kritisieren, so groß ist, dass sie es einfach ganz bleiben lassen. Deshalb ist meistens die erste Frage immer von ihr, die kommt, also du würdest auch zustimmen, dass SEX, also Vergewaltigung, dass das was Schlechtes ist. Da muss sie wirklich bei null anfangen, weil du brauchst halt erst mal diese Aussage von denen, damit du sie später darauf festnageln kannst. Ja, aber wir haben ja uns schon darauf geeinigt, dass Vergewaltigung schlecht ist, egal ob es da drin steht oder nicht. So musst du immer anfangen. Also wirklich ganz, ganz klein, als ob du mit Kindern redest und dann die Babyschritte in die richtige Richtung, Tippelschritt. Absolut. Also damals hatte ich auch so mit einigen islamischen Theologen diskutiert. Das war natürlich ein anderes Kaliber, es war sehr faszinierend. Aber so, wenn du so mit dem Durchschnitt der Muslime sprichst, dann haben sie in der Moschee immer gelernt bekommen, der Koran ist perfekt, der Prophet ist perfekt, der Islam perfekt, aber Muslime sind nicht perfekt. So, wenn irgendwas mit dir nicht in Ordnung ist, heißt das nicht, dass irgendetwas mit dem Islam falsch ist. Und das ist das Witzige an der ganzen Sache. Und so entlarven sie sich und so verstecken sie sich dann hinter den fragilen Elementen des Islam. Und mein Job als Ex-Muslim ist es, einfach darauf aufmerksam zu machen, den Finger auf die Wunde zu legen und einfach auch zu sagen, hey, hier gibt es Probleme im Islam. Welche Probleme gibt es mit dem Islam? Es ist basically, als ob man sich schon die Ausrede überlegt, warum man die Hausaufgaben nicht gemacht hat, bevor man überhaupt in die Unterrichtsstunde geht. Du hast es nicht wahrgenommen? Ja, ganz genau. Nein, ich habe dir was geschickt jetzt auf WhatsApp, wenn du kannst, während des Streams guckst du dir an. Und ich kann euch etwas berichten, was ich geschickt habe online. Einfach nur ein kurzer Ausschnitt aus einem Stream hier auf TikTok, wo sich sogenannte Menschenrechtsverteidiger, ja, pro Pali-Demonstranten unterhalten und die israelische Flagge dem Hackenkreuz oder der Flagge des Naziregimes gleichsetzen. Die erklären, Juden sollten sich nicht mit einer Israel-Frage zeigen, sondern sich mit einem Judenstern kennzeichnen. Und das in vollem Ernst. Ja, mitten in Deutschland bei TikTok wird sowas salonfähig gemacht. Das erinnert mich doch an irgendwas. Drittes Reich. Ja, das ist das Dritte Reich. Und diese Niedertracht, in die wir alle verfallen, unter dem Motto, dass wir arme Kinder beschützen, ja, das ist wirklich gefährlich. Und man verbietet uns den Mund, das ist wie Scharia, wir haben eine Social-Media-Polizei, dass wenn wir das Kind beim Namen nennen, wir direkt mit Polizei und mit Anzeigen bedroht werden. Deswegen bitte ich alle, die uns zuhören, zusammenzuhalten, das ist sehr, sehr wichtig, zusammenzuhalten und der Politik Zeichen geben und wirklich Anzeigen schalten, wenn ihr bedroht werdet, wenn ihr beleidigt werdet, wenn ihr solche Aussagen hört, wie wenn man Juden, Yahudis nennt, also das ist dasselbe. Und wenn man Israel oder Israel-Politik oder Israel-Flagge oder Zionisten, was auch immer, als Kindermörder betitelt hört, was auch immer passiert, einfach ab jetzt wirklich Anzeigen und Zeichen setzen, damit die Politik, weil die Politik gibt an die Polizei kein grünes Licht, weil die Politik, da sind ja auch Menschen und die kriegen überhaupt nicht mit, was es für Auswirkungen hat, deren Toleranz. Ja, weil das ist keine Toleranz mehr, das ist Grenzenlosigkeit und das ist ein Freischutz für uns, um Opfer von etwas zu werden, wovon wir gerade geheilt sind. Und auch für alle vielleicht wichtig zu verstehen, was Anna gerade sagt, Grenzenlosigkeit, das ist nicht Toleranz. Das müsst ihr lernen. Also es gibt eine Grenze zu Pluralismus, zu Toleranz, zu liberalen Ansichten, nämlich dann, wenn sie anfangen, anderen Leuten zu schaden, sei es körperlich, mental, egal wie, dann ist es nicht mehr geschützt, okay, dann ist es illegal in den meisten Fällen, leider nicht mehr. Das ist nämlich so, als würden wir von einer grenzenlosen Frau sprechen, die sich selbst nicht schützt, die ihre Gesundheit oder ihr Leben aufs Spiel setzt, die einen schlechten Umgang pflegt und dann einfach ständig unter Gewalt leidet. Und ihre Eltern und ihre Freunde und Bekannte sehen das und leisten ihr keine Hilfe, auch wenn sie darum bittet. Genau dasselbe passiert gerade in Deutschland mit unserer Gesellschaft. Also es ist wirklich sehr wichtig, dass wir nicht nur auf TikTok aktiv sind, Aufklärung ist tatsächlich auch eine Handlung, aber dass wir auch in andere Richtungen aktiv werden, denn ansonsten wird das einfach zu spät sein, irgendwann. Ja, und wir sehen es jetzt schon, brauchen wir nicht weit weg gucken, in Schottland, der Premierminister oder was sie da haben, hat ein Gesetz da lassen. Das ist so geil. Das ist basically ein Scharia-Gesetz. Was damit gemacht wird, ist, dass bestimmte Arten von Humor, also wirklich Witze, Comedy, wird verboten. Und zwar gerade Comedy, wenn sie gegen Allah, gegen Koran und so geht. Der Name von dem Premierminister ist Hamza übrigens. Ja, falls es einen überrascht, sollte es nicht an dieser Stelle. Es ist krass, wie sehr diese islamischen Strukturen schon in die Gesellschaft. Also du kannst jemanden, die Familie, die Toten aufs Derbste beleidigen. Aber Gott behüte, dass du einen Witz machst, ja, Comedy, Stand-up-Comedy über irgendwie Mohammed oder den Koran. Das ist natürlich viel zu schlimm. Ja, mittlerweile. Ja, pretty much. Das sind die Anfänge, dass du halt keine Witze, dass du es nicht mehr kritisieren kannst, nicht mal Spaß, nicht mal Witze drüber machen kannst. Das sind auf jeden Fall die systematischen Anfänge, die wir sehen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sekunde. Ich will mal euch was zeigen, so für die, die jetzt noch nicht so ganz wissen, wie ich mal damals eine Zeit lang aufgetreten bin. Ist es vielleicht auch ganz gut, wenn Sie mal sehen können, wie war ich denn damals? Das bin ich während meiner Studienzeit in einer islamischen Universität. Kian bin Laden, Leute. So, nur damit ihr mal einen Eindruck davon gewinnt, wie ich damals ausgesehen habe, wie wichtig mir das islamische Studium war und wie tief ich in dieser Welt gesteckt habe. Und da war ich ein junger Mann, da war ich 19. Und da habe ich halt eben in der Uni gesessen, habe gelernt, wie ein durchgeknallter Kerl. Es gab für mich nur diese eine Religion. Und da war ich auch komplett weg. Ja, mit Cap sieht doch schon viel entspannter aus, mit Cap und T-Shirt an. Absolut, absolut. Also, die Elisheba ist gerade geschockt. Wer das nicht weiß, Kian war auch gegen Juden aktiv und gegen Israel aktiv und war ein richtiger Hetzer. Ja, kann ich auch mal zeigen. Und zwar zeige ich euch mal ein Bild von mir bei der Kurzdemonstration als Sprecher. Ja, die Armbinde sieht aus, als wenn ich gerade so von der NSDAP rausmarschiert bin. So, das bin ich. Damals in meiner Zeit. Das ist ein Bild von 2006. Und ihr könnt sehen, es ist schlecht, weil es so groß ist. Tut mir leid, ich kann es. Anna, wirst du wahrscheinlich besser, wie man das ein bisschen kleiner macht. Aber da habe ich bei der Kurzdemonstration gesprochen. Ja, schick es mir bitte. Ich mache es dir sofort. Okay, ja und bei diesem, Sekunde, dann mache ich das mal am besten gleich. Mausi, übrigens, du bist gleich dran. Hallo, guten Abend. Hallo, liebe Anna, grüß dich. Hallo, Leon. Ich höre auch sehr gerne deine Stimme und deine Beiträge auf Facebook. Dankeschön. Auf Facebook, Mensch, auf TikTok, meine Güte. Alles gut. Ich bin überhitzt. Ja, alles gut, aber ich wollte zu Kian, da habe ich ein paar Fragen. Und zwar habe ich ja gestern das Thema Islam aufgemacht. Und ich bin nicht schlauer wie vor dem Stream. Also ich habe noch ein paar Fragen offen. Und ich glaube, er könnte sie mir ganz gut beantworten an der Stelle. Ja, frag, ich glaube, er sucht gerade noch ein Foto oder so. Bin ich wieder da? Bin ich wieder da? Ja, okay, alles klar. Mausi, du kannst gerne loslegen. Herzlich willkommen erst mal. Schön, dass du nach oben gekommen bist. Bitte schön. Was ist denn deine... Danke, dass du mich hochgenommen hast. Also ich würde ein paar Fragen haben, habe ich an dich. Klar. Wie kommt es, dass jemand, der den Islam studiert hat, plötzlich aus dem Islam austritt? Was war dein Beweggrund? Also das Wort plötzlich ist komplett fehl am Platz. Es war kein plötzlicher Moment. Es waren viele Momente, die irgendwann in einem Moment übergegangen sind, wo ich gesagt habe, bei der Fülle der Beweise gegen den Islam kann ich einfach nicht mehr im Islam bleiben. Und das war der Moment, wo ich weggegangen bin. Das heißt, es gab eine Anreihung, wie bei einem Dominosteineffekt, gab es jede Menge Anreihungen von Problemen, die ich beobachtet habe. Ich hatte plötzlich Probleme mit der Moral des Propheten Mohammed. Ich hatte plötzlich mit einigen Dogmalehren innerhalb des Islams ein Problem. Ich hatte zum Beispiel, kann ich die auch nennen, zum Beispiel die Zweiklassengesellschaft der Frau, die Sexsklaverei, die islamische Juristen nie verboten haben. Das heißt, dass im Grunde genommen, wenn heute ein muslimischer Staat, sagen wir mal, einen nicht muslimischen Staat überfällt, dann darf die weibliche Bevölkerung zu Sexsklavinnen gemacht werden. Die sind Kriegsbeute. Und ich habe immer geglaubt, damals als Muslim, dass das ein historischer Fakt war, der aber da geblieben ist, wo er entstanden ist. Und ich wusste nicht, dass er mit in die Gegenwart mitgenommen werden darf. Aber die islamischen Juristen glauben ganz fest daran, ja, du darfst auch heute noch Sexsklavinnen haben, wenn du im Krieg mit Nichtmuslime gewinnst. Und dann darfst du die Männer töten, die jungen Männer, wenn sie Schamhaare haben. Das heißt, damals der Prophet Mohammed hat angeordnet, ganz besonders bei den jüdischen Stämmen, hat er gesagt, also da sind die Muslime gekommen und haben gefragt, oh Prophet, was sollen wir mit den jungen Männern machen, der jüdischen Stämme? Und dann hat er gesagt, ja, zieht in die Hose runter, schaut, ob sie Schamhaare haben. Und wenn sie Schamhaare haben, sind sie Männer, tötet sie. Und die, die noch keine Schamhaare haben, die kommen mit in die Sklaverei. Hier fragt noch Linus, wo kann man das nachschauen, beziehungsweise nur als Argumenthilfe? Nachschauen, was war die Sexsklaverei? Ich glaube, Jure 4, Vers 24 oder so, kann das sein? Achso, die wollen eine Koranreferenz oder? Ja, mit den Sexsklaven, wo das drin steht. Da gibt es ganz viele Koranverse. Das ist nicht so, dass es ein einziger Vers ist. Das ist, also ich müsste mal, ich müsste mal gucken, also zum Beispiel als Referenz kann man zum Beispiel Koran Surah 2, Surah Al-Baqarah, Surah 2, Vers 222 und 23 angeben, Surah 4, Vers 3. Und die Sklaven, die man besitzen darf, werden im Koran immer beschrieben, die, deren rechte Hand ihr besitzt. Und das sind Sklaven. Wurde jetzt ein Mann, ich glaube aus dem Irak oder Iran, also er wird jetzt, er bekommt jetzt einen Prozess, er lebt in Deutschland, er ist hier verheiratet, er hat eine Jesidin mit ihrer Tochter auf einem Sklavenmarkt gekauft und er hat sie dort als Sklaven auch mit ihrem Kind, das Kind ist minderjährig, gehalten. Und er hat in Deutschland das jemandem erzählt und dieser jemand hat sich dann an die Polizei gewendet. Er hat das Kind, ich glaube das ist ein fünfjähriges Mädchen, es ist auch jetzt leise und klein, aber in der Presse gewesen, hat das fünfjährige Mädchen verdursten lassen. Er hat sie an einem Fenster gefesselt, wo Licht, also beziehungsweise wo die Sonne drauf knallte bei 50 Grad und hat ihr kein Wasser gegeben und sie starb sehr qualvoll und langsam. Ihre Mutter war ebenfalls gefesselt in dem selben Zimmer, aber ihr gegenüber und durfte ansehen, wie ihr Kind qualvoll verdurstet. Einfach als Beispiel dafür, wie das in der Praxis aussieht. Wahnsinn. Es ist wirklich, kannst du mir den Artikel mal zuspielen, davon habe ich gar nichts mitbekommen. Ja, ja, ich kann es dir, nachdem ich hier rausgehe, dir gerne zuspielen. Okay. Ach, diesen Artikel, diesen Artikel kannst du mir denn auch zusenden? Ganz kurz, wie viele Sachen nicht berichtet werden über dieses Mädchen, sieben Jahre, was angestochen wurde, über diesen Obdachlosen, jetzt über dieses, ich meine, wie viele solche Sachen kann man eigentlich aus den Medien raushalten, ohne dass die Leute das checken? Ja, also Mausi, Entschuldigung, wenn ich nochmal zurückgehe, Lion, Leon klingt einfach besser. Kann ich dich Lion nennen? Ja. Ja, Entschuldigung. Aber wir wissen, dass du ein Lion bist. Genau, genau, das sehen wir ja auch auf dem Bild. Mausi, wie gesagt, das ist die Entwicklung. Es waren viele, viele, viele Gründe, die ich zusammengereiht habe und diese Zusammenreihung hat mich dazu gebracht, dass ich gesagt habe, nein, ich kann aus moralischen Gründen nicht mehr da bleiben. Es ist zwar eine Welt in mir zusammengebrochen, ich würde sagen, die Monate, die ersten drei, fünf oder sechs Monate waren die schwierigste Zeit in meinem Leben. Ich war faktisch jemand, ein erwachsener Mann, der plötzlich wieder zu einem Kind, einem Kleinkind wurde. Ich konnte nicht laufen, nicht sprechen, nicht reden. Ich war wie ein weißes Buch, ein Buch mit weißen Seiten. Ich wusste nicht mehr, wie ich durch die Welt gehen soll. Ich musste alles neu lernen. Mein Verhältnis zu Nichtmuslime, mein Verhältnis zu anderen Religionen, mein Verhältnis zu Frauen, mein Verhältnis zu meiner Umwelt. Ich musste meine Ideologie wieder neu ordnen. Ich musste mir ein neues Weltbild schaffen. Das alles ist in sich zusammengebrochen, als ich den Islam verlassen habe. Aber alles, was passiert ist, die ganzen Aufreihungen von Beweisen, die ich als Beweise angenommen habe, dass der Islam keine religion, keine gesponserte Religion von Gott sein kann, hat mich dazu gebracht, dass ich schlichtweg dann angefangen habe, genau diese fragilen Elemente des Islam herauszupicken und anzugreifen. Pädophilie im Islam. Die Muslime lieben es, mit dem Finger auf die katholische Kirche zu zeigen, obwohl es keine Grundlage im Christentum gibt für den Missbrauch von Kindern. Gibt es nicht. Jesus hat gesagt, es ist besser, dass ihr euch einen großen Stein, einen Mühlstein um den Hals hängt und euch dann mit im Wasser ertränkt, als dass ihr ein Kind anfasst, das ihr nicht anpassen dürft. Aber wenn ich Sura 65, Vers 4 lese, Sura al-Talak, die Scheidung, und in dieser Sura beschrieben wird, welche Typen von Frauen eine Wartezeit von drei Monaten nach der Scheidung machen müssen. Und ich dann sehe, dass Gott drei Typen von Frauen beschreibt. Die Frauen, die keine Menstruation mehr bekommen können, die Frauen, die noch keine Menstruation hatten, und die schwangeren Frauen. Und das ist richtig gruselig. Die Pädophilie ist damit faktisch ein Grundstein in der islamischen Theologie. Mal abgesehen davon, dass der Prophet sozusagen ein Champion ist in Sachen Pädophilie, weil er ein sechsjähriges Kind aus dem Haus seines Freundes Abu Bakr geholt hat, während sie noch mit Puppen gespielt hat. Und er sie mit neun vergewaltigt hat, als er 54 Jahre alt war. Ich muss wirklich da sagen, das ist richtig übel. Das ist schlimm. Und all diese Dinge kannte ich natürlich vorher, aber ich habe es entschuldigt. Ich war ein großer Verteidiger von dieser Kinderehe damals. Hey, wenn der Prophet das macht, ist es in Ordnung. Dahinter steckt ein Hekma. Hekma bedeutet im Arabisch Weisheit. Dahinter steckt eine größere Weisheit. Du kleiner Fischkehren, du willst erzählen, du weißt es besser? Du willst erzählen, du bist irgendwie schlauer als alle anderen? Du bist schlauer als der Prophet? Du bist weiser als Gott? Ja, aber wenn du dich davon endlich befreist und sagst, hey, Gott existiert nicht mehr für mich, der Prophet ist kein besonders großes Vorbild mehr, dann kann man sich entspannen. Dann kann man plötzlich auch auf diese Dinge ganz anders sehen. Und das war eine Kette von Anreihungen. Und ich kann im Grunde genommen sagen, es fing alles 2013, 2014 an. Und Ende 2017 ist dann faktisch mein ganzes Glaubensgerüst in sich zusammengebrochen. Also du siehst nochmal für dich, Mausi, es war ein schleichender Prozess. Und es war ein Erkenntnisprozess, der mir vier Jahre meines Lebens gekostet hat. Ich glaube, es war aber auch die schönste Zeit meines Lebens, weil ich habe plötzlich mich neu entdeckt. Und ich habe in dieser Zeit noch nie so viel gelernt wie in irgendeiner anderen Zeit, nicht mal während meines islamischen Studiums. Ich habe fast 4000 Texte übersetzt. Ich habe zwei Webseiten aufgebaut und so weiter und so fort. Und damals war ich auch der Leiter einer juristischen Webseite, die von dem geistigen Vater der Hezbollah, Said Mohammed Hossein Fadla, freigegeben worden ist. Also ich durfte von dem Büro von Said Mohammed Hossein Fadla, er ist der geistige Vater der Hezbollah, einer militärischen Organisation, die heute Israel bekämpft. Und kannst du mich groß machen? Ich habe jetzt an dich einen Artikel geschickt und an Mausi. Okay. Kannst du mich groß machen, dann kann ich das ja vorlesen. Mhm. Oh, ich glaube, Moment. Oh, war ein Tagestelle. Ja, ist im Tagesspiegel, aber ich kann deswegen, ich muss das nochmal kleiner machen, weil du hast hier nämlich die Kommentare und ich kann das dann wegen den Kommentaren nicht lesen. Ein Moment, ich mache es noch besser gleich. Ah, okay, alles klar. Oder warte mal, warte mal, kannst du die Anordnung verändern? Ich kann, warte mal, ich muss nur mal sehen, wie war das nochmal mit der Anordnung? Ja, unten sind so drei, neben Kommentarfunktionen, drei Punkte und dann musst du es umändern und dann kann ich das auch direkt besser sehen, wenn du das auf ein anderes Setting wählst. Also ich habe hier, die Sache ist die, wie ändere ich das, Entschuldigung, aber wie ändere ich das? Also neben deinen Kommentarfunktionen, wenn du unten bist. Ja, ganz rechts. Ja, drei Punkte. Ja, okay, dann gehe ich, dann sehe ich hier live pausieren, Einstellungen, Livegeschenke, Kommentar und so weiter und so fort. Nee, also das ist rechts, aber ich meine, das geht zurück. Ja. Mensch, wo ist das denn nur? Ich mache das dann immer automatisch. Verbessern, Sticker, Sound. Also in der Kommentarfunktion, da wo Gäste annehmen, da wo Gäste annehmen, glaube ich, ist das, wenn du die Aufstellung änderst auf acht Personen, Moment. Jesus. Achso, warte mal, ich glaube, ich ändere mich von damals. Okay, warte mal. Ich weiß nicht, warte mal, ich schaue mal. Das Layout konnte nicht geändert werden, während du einen Gast vergrößerst. Ah, okay, ich muss dich erst mal wieder verkleinern. Ja. Eine Sekunde, verkleinern und dann kann ich das eventuell sofort ändern. So, okay. Ja, ich meine Gitter, genau. Genau, so, jetzt habe ich Gitter ändern. So, ich habe eigentlich, das ist schon, dann habe ich das hier. Ja, das hier, genau. Und jetzt macht mich mal größer, versuchen wir so. Nee, klappt immer noch nicht. Aber ich versuche mal, das durchzulesen. Im Prozess um ein verdurstetes jesidisches Mädchen im Irak hat das Oberlandesgericht in Frankfurt am Main den Angeklagten zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Richter sprachen den aus dem Irak stammenden 29-jährigen Anhänger der Dschihadisten-Miliz in islamischer Staat, unter anderem wegen Völkermords und Verbrechen gegen die Menschlichkeit mit Todesfolge schuldig. Er hatte das versklavte Mädchen 2015 bei großer Hitze in der Sonne angebunden. Wahnsinn. Das Mädchen und dessen Mutter, die ebenfalls als Sklaven im Haushalt des Angeklagten leben mussten, hat ebenfalls Anklage der Bundesanwaltschaft wiederholt. Also hat laut Anklage der Bundesanwaltschaft ebenfalls wurde sie erniedrigt und misshandelt. Ich habe im Moment noch ein, also es geht dann noch weiter, Sekunde, gib mir mal kurz Zeit. Jetzt der Angeklagte Taha A.J. handelte dabei gemeinsam mit seiner aus Deutschland stammenden früheren Ehefrau. Ach, diese Geschichte. Ja, sie ist eine Deutsche, die in Islam konvertiert ist und sie machte das mit ihrem Ehemann zusammen. Eine deutsche Frau machte Islam mit Menschen, unter anderem für ihre Beteiligung am Tod des Kindes. Das Kind schon vor rund einem Monat in einem separaten Prozess in München wurde sie auch zu zehn Jahren Haft verurteilt. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig. Das getötete kleine Mädchen gehörte ebenso wie seine Mutter zur religiösen Minderheit der Jesiden, an denen der islamische, also der Angeklagte, sagen wir mal so, während seiner Herrschaftszeit im Irak einen Völkermord verübt hat. Also, dass ihr einfach den Sinn erkennt, was passiert, wenn Menschen, du kannst mich wieder klein machen, also das ist zum Beispiel auch die Lehre des Islams. Ja, man kann den Islam ja so oder so ausleben. Das ist, was ich in meinen Streams immer sage, dass junge Menschen, gerade die in Deutschland leben, sich nicht radikalisieren lassen. Es ist keine Kritik oder Hetze, wenn man sagt, wenn man euch aufmerksam macht, wie weit man gehen kann, ja, weil seine Ehefrau, der Ex-Ehefrau ist eine Deutsche, sie ist zum Islam konvertiert. Und viele machen bei sowas mit. Und das ist krass, wenn du das nochmal zeigst, Anna, das erste Bild, da stand ja, er wurde nicht wegen Mord, er wurde wegen Verbrechen gegen Menschlichkeit und Völkermord, Völkermord, obwohl er eine, ich weiß nicht, hatte die Mutter auch getötet, dann wären es zwei Jesiden in dem Fall getötet. Es geht nicht um die Nummer. Das heißt, das Gericht war ohne jeden Zweifel sich bewusst, ja, oder über jeden Zweifel erhaben, dass die Tatsache, dass er sie so ermordet hat, daran lag, dass sie Jesiden waren, ja. Und das ist nochmal extrem krass. Wir reden also nicht über, wir reden nicht über tausende Leute, es ist egal, die Nummer, ja, ob es 1200 waren am 7. Oktober, oder ob es zwei oder auch nur ein einziges Mädchen war, es ist Völkermord. Wer hat sie getötet, weil sie eine Jesiden ist? Ich wollte mal sagen zu dem Prozess, was du nicht gesagt hast, aber erzählt hast, die Richter, wenn ich mich irre, nicht irre, ich habe ja auch gelesen, der stand auch bei uns in der WAZ, die Richter haben noch besondere Schwere der Schuld festgestellt und gesagt, er kommt nach den nächsten 15 Jahren nicht mehr raus, so schnell, kommt er nicht. Wie gesagt, die haben noch gesagt, die besonders Schwere der Schuld festgestellt, die Frau, als sie nach Deutschland wieder reinkam, haben sie ihr die Kinder sofort weggenommen und ihnen sie in den Knast geschickt. Und die Kinder, die sie hatte, sind bei einer Pflegefamilie. Ich frage mich nur, wozu Deutschland überhaupt solche Menschen braucht. Da sind ja keine Deutschen und die deutsche Frau wäre nie in eine solche Sache verwickelt worden, wenn das nicht wäre. Warum wird er nicht reimmigriert? Warum wird er nicht abgeschoben? Warum wird er nicht vor ein Gericht in Den Haag gestellt? Warum in Frankfurt oder sie wurde in München dann verurteilt? Ich frage mich einfach nur, welchen Sinn macht es für Deutschland, für unsere Gesellschaft als Staat, solche Menschen aufzunehmen? Und dann kam er hierhin ganz bestimmt unter Asyl. Und wenn wir hier Menschen in Schutz nehmen, vor denen wir Schutz brauchen. Und das ist das, was ich auch mit Israel anmerke. Wenn er eine Jesidien so behandelt, würde er das mit uns hier genauso machen. Und wenn die das in Israel für gut erklären, für richtig erklären, für legitim erklären, dann werden sie das auch gern mit uns ausmachen. Denn wie die gerne sagen, Mensch ist Mensch. Und wenn man Menschen sortiert, wir hatten das schon mal, wer sortiert Menschen in Daumen hoch oder Daumen runter? Wer macht sowas? Wenn diese Ideologie, und es handelt sich um eine Ideologie, hier in Deutschland wieder eine Stimme hat, dann müssen wir uns fragen, wozu? Und von wem? Und weshalb? Also, mir macht es Angst. Ich verstehe nicht, wozu wir sowas haben. Es ist ja nur einer, der, sagen wir mal, geschnappt wurde dabei. Wie viele Fälle sind noch da, die nicht aufgedeckt sind? Das wissen wir nicht. Er ist nicht als Einzeltäter hier in Deutschland. Die kommen immer scharrenweiser. Außerdem, das bestätigt jetzt zum Beispiel auch meine Beobachtung mit dem Islam. Er hat diese Frau, dieses Mädchen da versklavt, weil er diese Befugnis aus dem Koran hatte. Und für die, die es auch einfach nicht wahrhaben wollen, ich kann euch mal eine Sure vorlesen, die ist richtig gruselig, wo es um diese Angelegenheit geht. Und das ist die Sure 4, Vers 24. Und diese Sure heißt Anissa, also die Frauen. Und da geht es also um die Frauen. Und jetzt schaut euch mal an. Und verboten sind euch von den Frauen, die verheirateten. Außer denjenigen, die eure rechte Hand besitzt. Dies gilt als Allahs Vorschrift für euch. Erlaubt ist es euch, was darüber hinausgeht, nämlich, dass ihr mit eurem Besitz Frauen begehrt, zur Ehe und nicht zur Hurerein. Welche von ihnen ihr dann genossen habt, denen gibt ihren Lohn als Pflichtteil. Daraus begründen die Schiiten zum Beispiel aus diesem Sure 4, Vers 24, begründen die Schiiten ihre Zeiteheprostitution. Welche von ihnen ihr dann genossen habt, denen gibt ihren Lohn als Pflichtteil. Das heißt, wenn ihr sie genossen habt für eine kurze Zeit, gebt ihnen das, was ihr ihnen geben müsst, die Morgengabe, und dann verabschiedet sie. Das ist dann die Zeiteheprostitution. Aber heftig ist und verboten sind euch von den Frauen, die verheirateten. Also fast keine verheirateten Frauen an. Außer denjenigen. Ja, aber auch wenn die Frau verheiratet ist und wenn sie dann eine sozusagen Right Hand Possession wird, dann ist sie auch wieder erlaubt, ne? Ja, noch schlimmer. Wenn noch schlimmer. Dieser Koranvers eskaliert. Die Verheirateten, damit gilt nur, dass muslimische Frauen nicht versklaven dürfen. Außer ihr dürft, also unverboten sind euch von den Frauen, die verheirateten. Das heißt grundsätzlich fast keine verheirateten Frauen an. Außer denjenigen, die eure rechte Hand besitzen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel eine Christin oder eine Jüdin, eine Jesidin, eine Hindu-Frau oder eine atheistische Frau. Egal was für eine Frau, solange es keine andere Muslima ist, ne? Richtig. Aber sie kann verheiratet sein, aber dann gilt das nach diesem Koran nicht. Nach diesem Koranvers gilt das nicht. Die Atheisten und Atheisten sind Menschen zweiter Klasse mit anderen Worten. Richtig. Dieser Koranvers sagt nichts anderes, als dass du eine Frau, du darfst eine Frau auf der Stelle, darfst du sie vergewaltigen, du darfst auf der Stelle mit ihr Sex haben, wenn sie dein Sklavin wird im Krieg. Dann darfst du sie haben. Und dann ist es scheißegal. Die Leute sind gekommen, die Sahabiyun, also die Anhänger des Propheten, sind zu ihm gegangen, haben gesagt, oh Prophet, wir haben den jüdischen Stamm gerade hier fertig gemacht. Jetzt sind aber noch die Ehemänner da und wir wollen aber die Frauen mitnehmen. Wie sollen wir dann mit denen verhandeln? Und er meinte, die sind jetzt eurer Besitz, ob sie verheiratet sind oder nicht. Nehmt sie. Glaubt ihr, es ist ein Zufall gewesen, dass am 7. Oktober so viele Sexualverbrechen on top auf den Verbrechen gegen die Menschlichkeit, also es kommt ja von irgendwoher und ich würde es ja auch nicht nur alles auf die Religion, ich beziehe es auch in großen Teilen auf die Kultur. Die arabische Kultur ist, oder generell Nahen Osten, ist halt sehr in diese Stämme, in dieses Stamm-Clandenken, Familiendenken aufgeteilt. Und das checken die Leute im Westen nicht. Es gibt kein Palestine. Es gibt den arabischen Stamm in Nablus, es gibt den arabischen Stamm in Jenin, es gibt einen in Rafa, aber es sind alles untereinander verstrittene kleine Familienclans. Es ist kein richtiges Nationalgefühl in dem Sinne vorhanden. Und dieses westliche Denken entspricht überhaupt nicht, das ist koloniales Denken basically. Alle, die hier im Westen mit diesem gut Mensches Mensch denken, da an die Sache rangehen, ihr versteht die Region nicht. Ihr versteht nicht, wie die Leute dort denken. Und wenn ihr das nicht checkt, dann sind eure Lösungsvorschläge von uns von geringem Interesse, wenn wir es mal freuen. Bravo, Lein. Das sind sehr wichtige Worte, die du gesagt hast. Und ich möchte noch hinzufügen, dass auch Sexualdelikte, wegen TikTok nenne ich das so, nicht so ablaufen wie bei den Europäern. Da sind nur Verbrechen und Sadismus dahinter. Und keine, also bei Europäern sind Sexualdelikte oft wirklich mit Angetrunkenheit und diesem Verhalten tatsächlich verbunden. Aber die Sexualdelikte, die wir meinen, wenn wir an die Jesidinnen denken oder an die Menschen in Israel oder mittlerweile auch hier in Deutschland, wo es angekommen ist, das sind eigentlich sadistische Delikte. Denn die Frauen werden mit Gegenständen so gequält, dass ihnen die Innereien raushängen. Die werden dabei geschlagen und mit Messern angestochen. Denen werden Körperteile oder Hautstücke oder Fleischstücke rausgeschnitten. Also das ist nicht, die werden auch wenn sie tot sind, nochmal geschändet. Also es ist keineswegs irgendein... Also sie haben nicht mal Frieden im Tod. Ja, versteht das. Es ist keine, keine sexuelle Energie oder sowas dahinter. Es ist lediglich die Absicht zu schänden, wehzutun, zu erniedrigen. Die haben auch alle irgendwie ein Borderline-Syndrom und ein Problem mit deren Männlichkeit. Das ist alles sehr toxisch. Also es geht nicht um Körperliches. Ja, es geht wirklich um sadistisches, psychopathisches Verhalten. Man kommt nicht einfach mit Keks davon los. Wurde hier in Deutschland letztens ein 15-jähriges Mädchen von, ich glaube von 15 oder 12 jungen Männern im Gebüsch geschändet. Und sie hat geflägt, es nicht zu tun. Die haben es aber noch gefilmt. Und ich habe den Bericht dann zu Gesicht bekommen. Das war nicht einfach nur das. Was die mit ihr gemacht haben, grenzt an ein medizinisches Experiment. Das sind Sadisten. Man muss das einfach so nennen. Und ich frage mich, warum gerade die muslimische Community bei sowas nicht auf die Barrikaden geht. Die schreien pro Palestine, was Leon gesagt hat. Es gibt kein Palestine. Und das Problem ist auch nicht Westjordanland, sondern Gaza. Die unterscheiden das nicht einmal, weil die nicht in der Lage dazu sind, weil ihnen einfach die Kenntnisse von dieser Region und diesem Problem fehlen. Sie hassen einfach nur Juden und sie hetzen einfach nur gegen Juden unter diesem Deckmantel und gegen Israel mitten in Deutschland. Und gleichzeitig ist denen, die für Menschenrechte sind, vollkommen egal, wenn Frauen und Kinder gequält werden. Ihr müsst euch vorstellen, wie, also vorstellen, das braucht man sehr viel Vorstellungskraft, ein Kind verdursten lassen in der Hitze mit Absicht und zuschauen, wie es qualvoll das Leben verlässt. Es ist pervers und es ist in Deutschland. Sowas lebt in Deutschland. Sowas war in deutschen Behörden. Er erzählte schlimme Geschichten, bettelte um Hilfe, erfüllte alle möglichen Unterlagen, bekam Unterstützung. Das nutzte, missbrauchte das Asylrecht hier in Deutschland. Wahnsinn. Ich habe mal eine Frage an dich, Anna, an Leon und vor allem an Kian. Mir stellt sich eine Frage. Ich habe ja oft Moslems im Live drin, die behaupten, sie wären friedlich. Alles gut, soweit. Wann wird der Glaube kritisch gesehen und wann wird es brutal, bitte? Mal eine Aufklärung. Weil ich bin Christin, also solche brutalen Szenarien, muss ich sagen, an der Stelle sind menschenunwürdig, Anna. Das, was du erzählst. Das, was ich erzähle. Es ist das, was Polizeirichter und andere Instanzen festhalten. Ich lasse mal Kian zuerst antworten, dann sage ich was dazu. Also erst einmal, ich habe eine Technik entwickelt, die ich jedem Interessierten da draußen vorschlagen kann, der einfach mal herausfinden will, ob der friedliche Muslim wirklich friedlich ist. Ich empfehle euch, fragt einen friedlichen Muslim, wie stehst du gegenüber einem homosexuellen Menschen, der bei der Ausübung seiner Homosexualität erwischt wird im Islam? Wie stehst du zu einem Apostaten, also einem Abtrünnigen der Religion, der seine Abtrünnigkeit vom Islam offen bekundet? Wie stehst du zu außerehelichem Sex? Wie stehst du gegenüber dem Straftatbestand des schweren Diebstahls und so weiter und so fort? Das sind die Fragen, wo ein ehrlicher Muslim zum Beispiel darauf antworten muss. Und dann muss er sagen, ja, bei Homosexualität, ausgeübter Homosexualität oder erwischter Homosexualität mit vier Zeugen müssen beide Menschen getötet werden. Ein Apostat, ein Abtrünniger, also auf Arabisch ein Murtad, der seine Abtrünnigkeit offen kundtut, er muss nach, in einem Scharia-Land muss er hingerichtet werden. Für jemanden, der außerehelichen Sex hat und dabei erwischt wird, gibt es 100 Peitschenhebe, die können tödlich sein. Und so geht es weiter, Hand abschlagen, der Prophet hat gesagt, dass man jemanden die Hand abschlagen muss, wenn er auch nur ein Drittel einer Dattel gestohlen hat zum Beispiel und so weiter. Und so fort. Daran merkt man dann, dass ihr Weltbild eigentlich gar nichts, nichts, aber gar nichts mit unseren aufklärerischen, philosophischen Werten, die wir, die unsere großen Philosophen geschaffen haben, die allgemeinen Menschenrechte, so wie sie jetzt in der UNO definiert sind. Die UNO-Menschenrechte sind richtig cool. Schaut euch das mal an. Schaut euch mal die Kairoer Menschenrechtserklärung von 1972 an, als die muslimischen Staaten sich zusammengesetzt haben, diese Deppen, und haben dann angefangen, ihre Menschenrechtserklärung aus der islamischen Perspektive zu beschreiben. Es ist gruselig. Es ist erschreckend, dass der Islam nicht annähernd die gleichen Menschenrechtserklärungen herausbringen konnte, wie die UNO 1948. Und das zeigt, dass denn der liebe, nette Muslim möglicherweise nicht so lieb ist, wie er denkt. Er kann zwar nett sein, er kann wirklich menschlich nett sein, aber er trägt trotzdem ein sehr menschenfeindliches Gut mit sich herum. Und das war ich auch, wenn man mich damals, hier, dieses Bild, was ich jetzt hier drin habe, das bin ich bei der Pilgerfahrt zum, also nicht nach Mekka, aber immerhin zum Schrein von Imam Ali Reza. Das ist eine wichtige Pilgerstätte für Schiiten. Das ist der achte Imam der Schiiten, der dort begraben ist, und der spielt eine wichtige Rolle für uns. Und er war übrigens auch ein Sklavenbesitzer, also er hat auch Sklaven besessen. Aber wenn man mich mit mir unterhalten hätte, dann wäre ich nett gewesen und freundlich, aber trotzdem, ich hätte all diese Dinge jetzt positiv bestätigt. Ja, klar, Abtrünnige muss man töten. Ja, klar. Homosexuelle, weg mit denen. Runter von einem Dach und so weiter und so fort. Das kommt alles tatsächlich mit dem Islam. Der Islam zwingt dich, dieses Mindset zu pflegen, weil das die Dogmalehre ist. Und insofern, wenn jemand nett rüberkommt, bedeutet das noch lange nicht, dass er ein sehr freundliches Mindset hat. Bitteschön, Anna. Dankeschön, Kian. Sehr, sehr konstruktiv. Vielen Dank. Ich will da kurz auf Ted Bundy verweisen, einen US-amerikanischen Serienmörder, der auch sehr charmant war. Okay. Das heißt, bloß weil jemand freundlich ist, nettes Lächeln hat und gut aussieht, ist der nicht euer Freund. Ja. Kannst du mir Modi machen? Weil unten manchmal hier werden wirklich beleidigende Sachen gegenüber Israel und so weiter auch geschrieben. Also, ihr Arme, okay, Andreas, bist du noch gar nicht Mott bei mir? Nein, weil, wie gesagt, der Daniel Humo, dem habe ich auch geschrieben, da wurde er auch beleidigt, auch hat er gesagt, ich war ein Mörder. Und dem wollte ich dann erst mal stummen und beziehungsweise ihm was auf den Finger hauen, da hat er sich erst mal seine Äußerungen, weil er ja meint, der ganze Staat Israel wäre ja ein Mörder und so weiter. Ja, okay. Das geht gar nicht. Du bist nur Moderator und du kannst jetzt frei verfügen, mein Bestes. Ist das die Blaue Moschee? Die berühmte? Das, die hat so blaue Wände. Ja, aber das ist immer am Alireza Schrein und die ist bekannt für ihre Gold. Du siehst ja da einen Haufen Gold. Ja, ganz bekannt. Haben sie nicht vor einigen Jahren da auch eine Bombenansch auf dem Ding gemacht? Nein, nein, da passiert so etwas gar nicht. Da war irgendwo eine bekannte Moschee, wo sie einen Bombenanschlag in Iran damals gemacht haben. Also, das ging damals so durch die ganze Welt. Darf ich noch Mausi was sagen? Damit wir einfach nicht von der Frage weglaufen. Mausi, sieh mal Menschen, die an so etwas glauben, wie, dass man Menschen, andere Menschen versklaven darf, umbringen kann, dass man Länder einnehmen darf. Ja, dass es unter Gläubige und Ungläubige alles sortiert wird. Das sind entweder Psychopathen oder Menschen, die unter Massenpsychosen leiden. Und alles, was mit diesen Dingen zu tun hat, das kannst du niemals sofort erkennen, weil je mehr eine Psychose stattfindet, oder je mehr ein Mensch, also auf einer Skala von 1 bis 10, in der Psychopathie, mit anderen Worten, ein Psychopath ist sehr charmant und kann alle sehr gut davon überzeugen, dass er an gar nichts schuld ist, dass er eigentlich das Opfer ist oder zumindest, dass er uns alle liebt oder dich liebt. Die ganzen Verbrecher, die echten Verbrecher sind sehr, sehr gute Redner, sehr sympathisch, können sehr gut Vertrauen gewinnen, können sehr gut manipulieren. Und deswegen kann man sie, also oberflächlich, überhaupt nicht entlarven, wenn man nicht... Also ich finde, Anna, du hast recht. Also ich unterteile die in zwei Kategorien. Einmal gibt es die Wölfe, das sind die Anführer, von denen du sprichst. Die sind meistens sehr gebildet, sehr intelligent, wissen ganz genau, was sie machen. Und dann gibt es die Schafe und die Schafe blöken einfach nur und laufen denen hinterher, den Wölfen. Die Wölfe erkennst du wirklich schwieriger als die Schafe, das ist das Komische. Die Schafe blöken ja laut einfach nur die lauten Parolen, das heißt, du weißt direkt, woran du bist. Aber die Wölfe sind manchmal extrem, wie du sagst, nett und verstecken die Ansichten. Aber letztendlich haben auch die immer eine Art, eine ganz bestimmte Art, wie man sie erkennen kann. Und das ist diese Opfermentalität, Victim-Mentality. Also zur Opfermentalität, ich möchte es immer wieder wiederholen. Die ganzen Terrorstaaten, die es jemals gab und die es heute noch gibt, haben ein Opferkult. Das Dritte Reich wurde zum Dritten Reich aufgrund der Thesis, Deutschland und Deutsche seien Opfer. Opfer der Juden, Opfer der Franzosen, Opfer der Russen, Opfer, Opfer, Opfer. Und nur so wurde der deutsche Staat damals zu Terrorstaaten. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Bundesrepublik gegründet wurde, war das erste Anzeichen für Demokratie, Opferkult ging weg. Es ging um Wiederaufbau, es ging um Verantwortung, es ging um Wirtschaft, um Außen- und Innenpolitik, um Zusammenarbeit. Es ging um alles, aber nicht darum, dass wir Opfer sind. Obwohl es gab 14.000, 14.000, Quatsch, 14 Millionen vertriebene Deutsche. Es gab sehr viele Deutsche, die ihre Leben verloren haben im Krieg. Es gab Deutsche, die Kinder verloren haben, weil die Städte zerbombt worden sind, etc. Es gab legitime Opfer. Und sie haben trotzdem nicht 75 Jahre auf ihrem Opferdenken festgesessen und einfach nichts gemacht. Genau das. Sie haben ein Wirtschaftswunder hingelegt, weil sie gesagt haben, wir werden weitermachen, wir werden wieder erfolgreich werden. Wir werden wie eine Phönix aufstehen. Und das ist einfach eine ganz interessante Mentalität. Ich glaube, ich bin mir sicher, es hat was mit Kultur zu tun. Ich glaube, es hat bedingt auch was mit der islamischen Religion zu tun. Und wenn wir von Deutschland jetzt sprechen, ja, Israel genauso. Israel möchte kein Mitleid. Israel stellt sich nicht, guten Abend Ilan, Israel stellt sich nicht als Opfer dar. Israel ist ein Staat, der sagt, wir sind stark. Wenn wir tote Menschen zu beklagen haben, wir werden uns beschützen. Wir brauchen kein Mitleid, aber es stört uns nicht. Und Israel hat nach dem Zweiten Weltkrieg mit Deutschland keine Racheakte verübt, sondern hat sofort angefangen, wieder eine Beziehung aufzubauen, Schritt für Schritt. Und das sind alles demokratische Staaten. Das sind keine Opfer. Opfergetue, das ist immer ein Zeichen für Terror. Also wenn jemand euch sagt, ich bin friedlich, tralala, aber dann kommt ein Aber mit diesen 75 Jahren und es gab ja Besatzung. Und das wird man euch so ganz süß unter Vorbehalt, unter dem Deckmantel von Menschenrechten, von Freundschaft, von, ach guck mal, auch die andere Seite. Und unter ganz verschiedenen Voalien wird man das euch einfließen. Ich wollte nur kurz zu Ende sprechen, Layan. Ich bin sofort fertig. Da kannst du dann erkennen, dass dieser Mensch nicht wirklich friedlich ist, sondern das ist eine List, die man dir unterjubelt. Einfach immer von der Seite beobachten. Jetzt allein bin ich fertig. Genau was du sagst, diese 75 Jahre ist auch so ein Buzzword, an dem du sie erkennen kannst. Mausi, also jetzt gerade, wenn es nur um Israel geht, weil es gibt noch kein, also das, wenn sie 75 Jahre sagen und nicht 56 Jahre, dann zeigt dir das, dass sie ganz Israel zerstören wollen. Ja, allein diese eine Zahl, 75 Jahre. Ja, okay. Also ganz ehrlich, das, was ihr mir jetzt gesagt habt, hilft mir auf jeden Fall weiter bei meiner Arbeit hier auf TikTok für meine Partei. Kian, Anna und Leon oder Leon, ich weiß nicht, wie ich dich nennen soll. Ja, das ist okay. Fakt ist, dass es eine Bedrohung ist und Fakt ist, dass eine Asymmetrie zum Westen auf jeden Fall vorhanden ist. Diese Asymmetrie zum Westen macht es natürlich schwierig. Gerade was Anna sagt mit diesen ganzen Flüchtlingswellen, die wir leider stemmen müssen, ja, und wo wir auch mittlerweile stark überlastet sind an der Stelle, ja. Es bricht aus allen Nähten raus, das Ganze. Das sieht man, die Kommunen sind total überlastet mit Mangel an Ressourcen, an Platzmangel, ja, an der Stelle. Was ich jetzt krass finde, was mich so schockiert, ist diese Brutalität, die hinter diesem Islam steckt. Diese Gewaltbereitschaft, und die macht mir Angst, Leute. Die macht mir wirklich Angst. Und an dieser Stelle möchte ich auch in Zukunft ein paar Livestreams machen, was den Islam betrifft. Weil leider Gottes sind viele Menschen immer noch diese Gutmenschen, die das alles für positiv bewerten. Und ich einfach denke, wacht endlich auf. Ja. Aber leider Gottes, Kian, du weißt es mindestens viel, viel besser wie ich an der Stelle mit deiner Arbeit, ja. Du bist ein absoluter Profi, was diese Fragen von mir absolut beantwortet. Anna auf jeden Fall absolut super, auch an der Stelle. Es ist wirklich, man ist immer so mit einer Takir-Technik. Die kommen in die Streams rein, und ich weiß gleich, also diese Takir-Technik, die kann ich schon raushören, ja, wenn man manipuliert im Gespräch, man weiß es. Aber es ist schwierig, die Arbeit, die Menschen davon zu überzeugen, dass es wirklich eine ganz brutale Geschichte ist hier. Absolut. Absolut. Und ich möchte mal auch ganz kurz erwähnen, nachdem ich den Islam 2017 verlassen habe, die größte Entschuldigung, die ich je Menschen ausgesprochen habe, ging an die Juden, die ich danach kennengelernt habe. Ich wollte davor überhaupt keine Juden kennenlernen. Danach habe ich Juden kennengelernt, und dann habe ich gesehen, also was für einem Kult ich eigentlich angehört habe, das mich so gegen Juden aufgehetzt hat. Wirklich. In meiner erbärmlichen Karriere als Muslim habe ich keine andere Gruppe so verachtet wie die Juden. Nicht, dass ich zu irgendeinem Zeitpunkt irgendwelche wirklichen Gründe gehabt hätte, Juden im Spezifischen nicht zu mögen, war ich so indoktriniert von der Hetze des Koran, dem Verhalten Mohammeds gegenüber den Juden, und dem, was die Überlieferungsliteratur über die Juden auskippte, dass ich mich... Was sagt die denn so genau? Weil ich habe einen friedlichen Muslimer mal dazu gebracht, dass sie ihr Gesicht zeigt, und ich habe ihr gesagt, ja, im Koran steht doch, dass es uns gehört, wie kannst du denn, bist du ein Käfer oder was, dass du sagst, Israel gehört nicht den Juden, dann sagt sie auch, ja, aber da steht auch, dass ihr verflucht seid und wir euch bekämpfen müssen. Was steht denn da? Die Muslime beten 17 Mal am Tag die Sura al-Fatiha. Die Sura al-Fatiha ist die eröffnende Sura. Ohne diese Sura werden die Gebete der Muslime nicht angenommen. Das heißt, wenn ein Muslim zu seinem fünfmaligen Gebet geht und er lässt die Sura al-Fatiha weg, dann ist sein Gebet ungültig. Und die Sura besteht aus sieben Verse, Vers 6 und Vers 7, warte mal, das kannst du mal sehen, also es liegt schon im Gebet, ja. Eine Sekunde, ich habe ja schon lange diese Sura nicht mehr gelesen. Also, die Sura al-Fatiha, die eröffnet, geht folgendermaßen. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Welten, dem Alabama, dem Barmherzigen. Dem Alabama. Dem Herrscher am Tag des Gelächts. Dir allein dienen wir und zu dir allein flehen wir um Hilfe. Leite uns den geraden Weg. Jetzt kommt, das ist der Vers 6. Leite uns den geraden Weg. Den Weg derjenigen, denen du Gunst erwiesen hast. Nicht derjenigen, die deinen Zorn erregt haben, die Juden, und nicht die irregehenden, die Christen. So, Muslime beten 17 Mal am Tag, mindestens 17 Mal am Tag. Beten sie zu Gott. Bitte, 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 lieber Gott. Zeig uns den Weg derjenigen, denen du eine Gunst erwiesen hast, also die auf deinem geraden Weg laufen. Aber führe uns nicht auf den Weg derer, die deinen Zorn erregt haben, die Juden. Und leite uns auch nicht auf dem Pfad derjenigen, die irregegangen sind vor dir, die Christen, weil sie Jesus zum Sohn Gottes gemacht haben. Würdest du sagen, dass deswegen der Islam gerade so eine, ja, man könnte schon krass sagen, Identitätskrise irgendwie erlebt, weil eben das nicht mehr, ich meine, wir gucken auf die Welt, Europa is doing much better than die ganze arabische Welt. Israel macht es auch deutlich besser. Also, die konnten Israel nicht zerstören, also fast 100 Jahre jetzt. Das ist ja auch ein Zeichen von Schwäche für den Islam. Glaubst du deshalb? Gibt es auch jetzt diese extrem Radikalen, die einfach immer lauter und mehr vertreten werden, weil sie eben sagen, wir machen den Islam wieder so groß, wie er früher war? Also, schau mal, ich, schau mal, ich werde dir mal, ich werde dir mal das so erklären. Oder beziehungsweise ich gebe euch meinen Einblick in die Gedanken eines devoten Muslims. Devote Anhänger des Islam sind nach meiner Auffassung sehr häufig bipolar und verhalten sich im Westen wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Sie haben eine Hassliebe zum Westen, die man als Eifersucht und Neid mit einem großen Stück Überlegenheitskomplex bezeichnen kann. Deshalb habe ich manchmal Mitleid mit ihnen und betrachte sie als wirklich echte Verlierer. Ich habe persönlich gesehen, wie devote Anhänger des Islam im Westen leben, die Früchte des Reichtums und die säkulare und religiöse Freiheit des Westens genießen und gleichzeitig mit Verachtung, Eifersucht und Neid auch ihre nicht-muslimischen Mitbürger herabblicken. Sie werden von ihren religiösen Anführern darüber informiert, dass Allah die Kafirun, die Ungläubigen, auf der Erde vorübergehend Luxus gegeben hat, da das Leben auf der Erde nicht allzu lange dauert. Und fragt sie selbst, den Muslimen wird gesagt, dass ihnen das Jenseits für immer versprochen wird, während wir alle für immer in der Hölle verrotten werden. Und deswegen gibt es dieses bipolare Verhalten. Wartet mal ruhig ab, ihr lebt jetzt zwar in Luxus, aber euer Leben ist wie drei Tage. Wir kommen für immer ins Paradies, aber ihr werdet in der Hölle verrotten. Das ist die Haltung, die sie einnehmen. Und deswegen, das ist die Erklärung dazu, mein Leon. Das ist die Erklärung. Das ist auch die Art von Selbsthass eigentlich. Es ist nicht mal Selbsthass. Sie merken, dass irgendwie ist der Islam nicht der richtige Motor. Irgendwie merken sie, der Islam, der bringt sie nicht aus dem sogenannten westlichen Kolonialismus heraus. Sie merken, dass der Islam irgendwie nicht so eine fortschrittliche Antriebskraft ist, die moderne, starke, selbstgerechte Gesellschaften machen. Sie merken, irgendwie merken sie, diese Religion ist sehr rückständig. Ganz besonders, wenn sie sich dann über banale Dinge streiten. Wann darf man das Fasten brechen? Oder wann darf man mit einer Frau alleine im Büro sitzen zum Beispiel? Also sie merken dann, da gibt es intellektuelle Probleme. Das ist auch der Grund, warum ich diese Ideologie in all ihren Facetten heute auch so ideologisch bekämpfe. Denn meine Feindschaft zum Beispiel gegenüber Juden war völlig grundlos. Sie fußte faktisch auf nichts außer auf alte geschichtliche Überlieferungen von Menschen aus einer rauen Wüstengesellschaft, die fest daran glaubten, dass Allah ein Problem mit den Juden hat. Ich erkannte aber in meiner selbstkritischen Phase, dass meine Abneigung gegen Juden nur das bösartige Ergebnis einer tiefen islamischen Manipulation meiner Gedanken war. Ich stelle es mir so ein bisschen vor bei dir, wie einfach jemand aus der Sowjetunion, der sein Leben lang diese kommunistische Propaganda gehört hat. Sagen wir mal, dann warst du ein KGB-Agent in Amerika und hast es geschafft, dich da abzusetzen. Und auf einmal hast du, weißt du, du hast eine ganz neue Welt. Dir steht einfach, und dir wird auf einmal klar, diese ganzen Lügen, alles, was dir dein Leben lang gefüttert wurde, ist einfach Schwachsinn. Und da hast du gesagt, du musst alles neu lernen, neu erfahren, neu einschätzen, um dir überhaupt wieder als Person sicher zu sein, wer bist du überhaupt, in welcher Welt lebst du. Absolut, absolut. Und das ist das Spannungsfeld, das sich um den Islam aufbaut, wenn du bedauerlicherweise zu viel Input bekommst von dem Islam. Erst spiel das Christentum, seine hässlich religiös verkleidete anti-jüdische Rhetorik über die Juden aus. Dann kam 600 Jahre später der Islam und setzte die gute alte Verleumdungs- und Hetzkampagne der Christen gegen die Juden fort. Und zwar noch viel schlimmer, als ihr euch das vorstellen könnt. Als Christen es auch je hätten tun können. Die Sekundarquellen des Islam sind voller judeophobischer Anschuldigungen. Juden werden als niederträchtig, feindselig, als Vertragsbrecher, als falschgläubig, als konspirative Verschwörer, als Prophetenmörder, dekadente Wesen, als Tiere, Affen und Schweine in der islamischen Literatur beschrieben. Und ich bin froh, dass heute Juden zu meinen besten Freunden zählen. Meine Recherchen über die Judeophobie, und zwar von der Antike bis in die Gegenwart, hat mir das Ausmaß der Verleumdungs- und Entmenschlichungskampagne von Gesellschaften und Religionen gezeigt, die keine rationalen Gründe hatten, außer dem Müll ihrer religiösen Literatur ungeprüft Glauben zu schenken. Der Hass auf Juden, sei er aus Neid, Missgunst oder Vorurteilen oder aus religiösen Gründen, hat sich so selbstverständigt, dass ich leider sagen muss, dass die Juden zu den meistbedrohten Menschen auf diesem Globus gehören. Ja, definitiv. 100 Prozent. Diese meine ehemalige, in Anführungsstriche, geliebte Religion, die ich über alles verteidigt hätte, wo ich, ich war damals, als der IS nach Syrien und Irak gegangen ist, habe ich, bin ich nach, bin ich nach Iran gefahren und habe ich mich in einem freiwilligen Büro gemeldet und habe gesagt, ich möchte als Basij, als Freiwilliger möchte ich nach Syrien und Irak und ich möchte gerne dort gegen den IS kämpfen. Ich war, ich war bereit, ich war bereit. Ich habe eine Basij-Ausbildung, also ich habe, ich habe in Teheran eine Ausbildung gemacht, an Waffen, drei, vier Monate und ich war bereit hinzugehen. Und ISIS-Leute zu töten. Ja, ich war bereit, für den Islam in den Krieg zu ziehen und dort eventuell auch für immer die Augen zu machen. Für deinen Islam. Und Sie auf der anderen Seite waren bereit dasselbe für Ihren Islam. So sieht es aus. Es war ein blutiger Kampf zwischen Sunniten und Schaiten und ich war bereit, dahin zu gehen. Es gibt aber auch keinen größeren Feind für die Muslime als die Muslime selbst. Denn der größte Konflikt ist nicht zwischen Juden und Muslimen oder Christen und Muslimen, sondern zwischen Schaiten und Sunniten. So viele Muslime, wie Muslime umgebracht haben, hat niemand sonst Muslime umgebracht. Deswegen ist das so ein Fake, was wir gerade beobachten, diese Pro-Palestine-Sache. Anstatt dass die Muslime wirklich die Probleme, die außerhalb von Deutschland oder von Europa oder dem Westen lebenden Muslime lösen, mit Diktatoren, mit Militern, mit grausamen Islamisten, radikalen Muslimen, gehen sie auf Juden los. Juden haben so viel für diese Menschheit getan. Wir haben ein sehr kleines Volk auf der ganzen Welt, ungefähr 15 Millionen. Und gestern in meinem Stream, wir haben nicht mal ein Prozent von dem aufgezählt, was Juden, sehr viele deutsche Juden darunter, aber auch russische oder ex-sowjetische Juden, haben sehr, sehr viel dieser Welt Gutes gebracht. Sehr viel für unsere Zivilisation. Und anstatt gegen dieses Volk zu hetzen, könnten die Muslime, wenn sie so für Menschenrechte und für Muslime einstehen, könnten sie ja gegen Mullah-Regime, gegen ganz viele Regime vorgehen. Aber sie tun es nicht. Und da ist die Antwort an Mausi. Wenn dir jemand erzählt, er ist sehr, sehr friedlich und er ist für Menschenrechte und überhaupt nichts gegen Deutsche, nichts gegen Christen, nichts gegen Juden, und aber hinterher behauptet, er setze sich für Palästina ein, dann weißt du, vor dir steht entweder ein Wolf, aber im Schafspelz, ein Hund, der nur bellt, ja, oder wirklich eine Hyäne, die vorhat, dir den Arm abzubeißen. Aber ebenso tut, als sei sie nett, nur damit du es näher an dich heranlässt. Du bist ja auch ungeniert, in Anführungsstrichen, AfD. Ja, und AfD ist momentan in einer Lage, wo ganz viele linksorientierte Menschen diese Partei unterwandern, ganz viele Radikale aus allen möglichen Richtungen, nur um sich unter falscher Flagge zu zeigen, nur um zu sagen, ja, ich bin ja für Deutschland, denn ich bin ja bei der AfD, aber da geht es oft um ganz, ganz andere Dinge, ja, AfD sollte, vielleicht hast du ja Kontakte in die Politik und ich wünschte mir, dass die Spitze der AfD einfach wüsste, so wie die Spitze auch von der CDU, weil ich glaube, die haben überhaupt keine Berührung mehr mit uns, einfach wüssten, was tatsächlich vorgeht, was tatsächlich passiert und nicht das, was sie in ihren Berichten bekommen, weil so, wie es manchmal von außen aussieht, so für mich von außen, ja, ich habe das Gefühl, dass viele doch da oben nicht wissen, dass die Realität viel härter ist, als es im Bundestag geäußert wird. Sogar, sogar die Opposition, die AfD, sie sagen zwar oft die Dinge, die Frau Merkel vor 25 Jahren auch schon sagte, oder vor 20 Jahren, wo es noch in die Mitte war, heute nennen sie das ja rechtsextrem, aber die benennen bei weitem nicht die Stufe, diese Eskalationsstufe, die wir gerade haben und die sollte wirklich benannt werden. Wir sind in Gefahr. Außerdem möchte ich mal ganz kurz nur dazu erwähnen. Wer wollte jetzt was sagen, Andreas? Ich wollte gerade euch nur Informationen noch geben, dass ihr recht habt mit Gefahr. Ihr kennt ja alle die Geschichte, beziehungsweise vorgestern, wo ein Mohamedan, es wird wahrscheinlich Mohamedaner sein, ein vierjähriges Kind angegriffen hat in einem Discounter. Der Typ ist heute Morgen schon in der Zeitung, ist in der psychiatrischen Klinik eingewiesen worden. Und vorgestern gab es in Dortmund einen Vorfall, wo ein Mensch getötet wurde, durch Messerstiche, durch Jugendliche. Leider ist das schlimm, man hat herausgefunden, wer das war. Der Junge ist aber leider erst 13. Man wird ihn leider nicht mehr zur Rechenschaft ziehen. Der hat einen obdachlosen Polen, knapp 31, der da irgendwie rumstreute. Da haben die sich gezankt, der hat sie angegriffen. Und er ist dann gestorben. Und das Schlimme ist, die Kinder in die Gegend. Es waren alle unter 16 und waren alles Bulgarien. Und der Jüngste, der 13-Jährige, ist der Täter gewesen. Aber darf ich noch was zu Bulgarien ganz kurz sagen? Nur kurz. Ich bin deswegen kein Freund von Aufnahme in die EU von solchen Ländern wie Bulgarien, weil ich weiß ganz genau, ich komme ja aus der Ukraine, Bulgarien und Rumänien haben Pässe verkauft. Das heißt, es sind nicht unter den Bulgaren, die als Bulgaren hier dargestellt werden. Einfach nur als Beispiel. Ja, die haben auch eine große türkische Minderheit in Bulgarien. Alles klar. Wirklich, das weiß man ja, damals vom Osmanischen Reich auch noch. Und er hat gesagt, Haram, Haram, während er sie mit, also ein vierjähriges oder fünfjähriges Kind mit einem Messer maltrittierte. Und Shetan, Teufel hat er gesagt. Ja. Wie gesagt, der Psychiatrische Anstalt ist in den Namen sind eingewiesen. Die Frage ist, warum war der überhaupt hier? Das ist die eigentliche Frage. Ist er nicht da, wo er jetzt schon in einem Flieger dahin, wo er hergekommen ist? Warum nehmen wir Leute in Schutz, von denen wir selber Schutz brauchen? Echt so. Das ist die große Frage. Echt so. Ja. Irgendwann geht es uns allen so wie Ölmann. Ja, dann tragen wir uns nicht mal vor die Tür. So ist es. Das ist eigentlich lustig. Sexueller Gewalt, wie gesagt, ist ja meiner zukünftigen auch passiert. Und ja, sieht man, welche geistigen Kinder die sind. Krass. In Israel ist es sehr selten, dass irgendwie jemand entführt wird oder so. Oder also ist das wirklich, also nicht, das verschwinden nicht einfach Leute irgendwie random. So was, ja, das passiert einfach nicht so oft. Höchstens halt diese politisch motivierten Terrorangriffe. Wir haben jemanden zum Beispiel, DZ Pipeu schreibt, die meisten Israelis sind Slawen, die nicht von Jakob abstammen oder Aschkenazis, die zu Millionen aus der Ukraine nach Deutschland gekommen sind. Das ist ein sehr gutes Beispiel für Spaltung, Fake News, alles in einem. Das ist zum Beispiel jemand, der würde sagen, er ist friedlich. Ja, Mausi? Erstens ist das nicht wahr. Slawen sind Slawen, Juden sind Juden. Okay. Zweitens, wo sind die Beweise? Drittens, was hat das mit Ukraine zu tun, die nach Deutschland, also mit Ukrainern zu tun, die nach Deutschland gekommen sind? Du hast einfach emotionale Anker zusammengefasst. Es gibt viele Menschen in Deutschland, die sind nicht zufrieden, dass zum Beispiel Ukrainer nach Deutschland gekommen sind. Diesen Baustein hat er verbunden mit Israel und Juden und einfach reingeklotzt. Ja, einfach um eine emotionale Unzufriedenheit beim Menschen hochkommen zu lassen und das auf Juden abzuwälzen. Das sind so psychologische Tricks und das sind genau die Wölfe in Schafspelzen. Die Glauben, die sind die Klügsten und die anderen sind alle dumm. Die Juden aus der Sowjetunion sind Juden. Unsere Vorväter, wir sind nur 15 Millionen. Wir sind alle wie eine kleine Familie. Wir haben sehr nahestehende DNK. Wir sind wirklich miteinander, man kann sagen, teilweise verwandt. Unsere Vorväter wurden verjagt, vertrieben aus Israel und wir waren in der ganzen Welt zerstreut. So wie die Deutschen auch mal ausgewandert sind aus Deutschland vor 300 Jahren und jetzt dürfen die Nachkommen zurück nach Deutschland, weil da sind immer noch Deutsche, sogar wenn die dort slawische Verwandte haben sollten, da sind trotzdem immer noch Deutsche und die kehren nach Deutschland nach Hause. Und genauso dürfen auch Juden nach Deutschland kommen. Es gibt eine lange jüdische Geschichte in Deutschland. Wir kommen dann auch nach Hause, so bin ich nach Deutschland gekommen. Aber genauso kommen Juden auch nach Israel, nach Hause. Und Juden, ich möchte noch was sagen, wollen die Araber niemals verjagen. Das heißt, niemand von Juden oder aus Israel spricht darüber, dass die Araber, die dort leben, nicht dorthin gehören. Das Einzige, worum es dem israelischen Staat geht, ist, dass dort keine Terroristenzellen mehr bestehen, die für Israel eine Gefahr darstellen. Mehr möchte Israel nicht. Israel hat nicht vor, die Araber umzusiedeln, wegzujagen, zu ermorden etc. Aber die Araber wollen das mit den Juden. Und diese ganzen Fake-Propagandas dient eben nur, um von sich auf andere zu schließen. Die übertragen ihr eigenes Vorhaben immer auf Israel oder auf Juden und nennen das dann unterschiedlich. Direktionisten, Kindermörder, Slaven, bla bla bla. Das stimmt also überhaupt nicht. Ich möchte es einfach nur hier betonen und ich möchte gerne noch um etwas die Community bitten. Auch wenn das jetzt nicht meine ist, aber viele sind hier auch aus meiner Community und wir haben mit Kieren gemeinsame Menschen. Wenn ihr solche Hetze seht, macht einfach davon Aufnahmen, dokumentiert das mit Datum und Uhrzeit und gebt es einfach an die Polizei. Aber geht nicht in deren Streams, unterhaltet euch nicht mit denen, gebt denen keine Bühne und keine Aufmerksamkeit. Denn genau das wollen die Bühne und Aufmerksamkeit, um diese Fakes zu verbreiten. Solange man sich nicht mit denen unterhält, solange man denen es nicht möglich macht, diese Fakes zu verbreiten, sondern das ganz klar und deutlich massenweise an die Polizei gibt, solange haben wir auch die Chance, dagegen zu bestehen gemeinsam. Das sehe ich, das ist eine Form des Kampfes gegen Antisemitismus und niemand darf sich das gefallen lassen. Niemand darf sich das gefallen lassen. Ich sage euch, meine ehemalige Religion macht aus den meisten Muslimen keine guten Menschen. Das sieht man auch an dem Zorn der Muslime, wie zornig und wütend und frustriert sie sind. Sie schaffen reihenweise tickende Zeitbomben. Ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher als Ergänzung, dass viele Migranten aus islamischen Diktaturen wirklich ein erschreckendes, verzerrtes und tief indoktriniertes Bild über Juden besitzen. Und diese Menschen kommen her. Deswegen war gut, was du gesagt hast, Anna. Wie war das der Spruch mit den Menschen, der Staat muss uns vor Menschen, die geflohen sind, um Schutz zu suchen, selber schützen. Und ich meine, das ist die perverse Einwanderungspolitik. Wir bekommen Menschen, die uns fertig machen, die uns unsere Kinder ermorden, unsere Frauen vergewaltigen. Wir geben ihnen Schutz und verlieren gleichzeitig unseren Schutz wegen dieser Menschen. Deswegen bin ich mir sicher, wenn unsere Politiker nur ein wenig mehr intellektuelle Neugier entwickeln würden und die judenfeindlichen Texte im Islam studieren würden, sie würden wirklich ihre Praxis der offenen Türen für Menschen aus islamischen Diktaturen überdenken. Ich warne vor dieser religiösen Weltanschauung im Gewande einer Religion seit sechs Jahren. Und wirklich, mein Beitrag zum Gedanken an den Holocaust zum Beispiel, die viele Muslime leugnen oder sich wieder herbei wünschen, ist, dass ich immer wieder aufzeige, dass der Anti-Judaismus tief in der islamischen Schrift verankert ist. Nach der islamischen Theologie gehören die Juden zu den Völkern des Buches, zu den sogenannten Ahlokitab, denen die Tora gegeben wurde, Thaurat, die Moses offenbart worden ist, behauptet der Islam. Anfangs war die Haltung des Propheten Mohammed gegenüber dem Volk des Buches, also gegenüber den Juden und den Christen, sehr, sehr, sehr positiv. Die ersten 12, 13 Jahre war der Prophet sehr, sehr, sehr positiv gegenüber Juden und Christen. Aber nachdem Mohammed bei den jüdischen Gelehrten nach seiner Hijra, also nach seiner Migration von Mekka nach Medina, auf Ablehnung gestoßen war, begann diese positive Sichtweise langsam bei Mohammed zu verblassen. Er war wie, man kann es wirklich sagen, wie der Maler von Österreich. Klingt, als wäre es vor den Kopf gespürt worden und konnte es nicht gut verkraften. Ja, wie der Maler von Österreich, unser AHA. Er geht mit seinen stümperhaften Bildern in die besten Universitäten von Wien und es waren jüdische Künstler, die gesagt haben, fuck you, deine Bilder sind scheiße. Ja, und dann ist er auch frustriert, abgezogen und hat gesagt, das ist die jüdische Intelligenz, die hat mich daran gehindert. Hätten sie ihm mal den Zugang zur Uni erlaubt, dann hätte man sich viel erspart. Ja, aber das ist das Gleiche mit Mohammed. Die Juden standen der Botschaft Mohammeds mit ihren eigenen Schriften skeptisch gegenüber und während viele in Medina, also Polytheisten zum Beispiel, zum Islam konvertierten, stammten nur sehr wenige Konvertiten aus der großen jüdischen Bevölkerung von Medina. Du musst dir vorstellen, die Stadt, die er übernommen hat, Medina, war eigentlich fast eine jüdische Stadt. Und diese Periode dann markierte dann den Beginn einer langen Geschichte der Verspottung, der Verfolgung und Unterwerfung von Juden durch die Anhänger des Islam. Der Islam, und ich behaupte das, ist komplett anti-jüdisch gepolt. Und um auch nochmal meine Behauptung zu untermauern, werde ich euch mal so ein paar Demonstrationen geben zur Haltung des Koran gegenüber den Juden. In Surah 2, Vers 120, sagt Allah, Weder die Juden noch die Christen werden mit dir zufrieden sein, bis du ihrem Glaubensbekenntnis folgst. Was totaler Schwachsinn ist, weil die meisten Juden bekehren nicht. Das machen zwar die Christen, aber die Juden bekehren nicht. Deswegen kann man diesen Koranvers hier eigentlich schon ad absurdum führen. Dann sagt Allah, sagt gewiss, Allahs Rechtleitung ist die wahre Rechtleitung. Wenn du jedoch ihren Neigung, also den Neigung der Juden und Christen folgst, nach dem, was dir an Wissen zugekommen ist, also der Islam, so wirst du vor Allah weder Schutzherrn noch Helfer haben. Dann in Surah 4, Vers 47, O ihr, denen die Schrift gegeben wurde, die Juden und die Christen, glaubt an das, was wir offenbart haben, das zu bestätigen, was euch bereits vorliegt, bevor wir Gesichter auslöschen und nach hinten versetzen, oder sie verfluchen, wie wir die Sabbatleute verfluchten. Allahs Anordnung wird stets ausgeführt. In Koranvers 4, 156, 157 Verflucht sind sie, die Juden, dafür, dass sie ihr Abkommen brachen und Allahs Zeichen verleugneten und dass sie die Propheten zu Unrecht töteten und dass sie sagten, unsere Herzen sind verhüllt. Nein, vielmehr hat Allah sie für ihren Unglauben versiegelt. Darum glauben sie nur wenig. Und dass sie ungläubig waren und gegen Mariam, Maria, gewaltige Verleumdung aussprachen. Ein anderer Koranvers, Surah 4, 160. Ihr seht, dass diese Surah 4 ziemlich viel antijüdische Rhetorik enthält. Wegen Ungerechtigkeit derer, die dem Judentum angehören, hatten wir ihnen gute Dinge verboten, die ihnen erlaubt gewesen waren, und weil sie von Allahs Weg abhielten, und weil sie Zins nahmen, wo es ihnen doch verboten worden war, und den Besitz der Menschen in unrechter Weise aufzerrten. Und wir haben den Ungläubigen unter ihnen schmerzhafte Strafe bereitet. Ja, dann gibt es, Oh du Gesandter, lasse dich nicht durch jene traurig machen, die im Unglauben dahin eilen, unter denen, die mit ihren Mündern sagen, wir glauben, während ihre Herzen nicht glauben. Und unter denen, die dem Judentum angehören, unter ihnen gibt es manche, die auf Lügen horschen, die auf andere Leute horschen, die nicht zu dir gekommen sind. Sie verdrehen den Sinn der Worte, nachdem sie an ihrer richtigen Stelle waren, und sagen, wenn euch dieses gegeben wird, dann nehmt es an. Wenn euch dies aber nicht gegeben wird, dann seht es euch vor. Wenn Allah der Versuchung aussetzen, wen Allah der Versuchung aussetzen will, für den wirst du gegen Allah nichts auszurichten vermögen. Das sind diejenigen, deren Herzen Allah nicht reinmachen wollte, also die jüdischen Herzen wollte er nicht reinmachen. Schande gibt es für sie, die Juden im Diesseits, und im Jenseits gibt es für sie gewaltige Strafe. Und jetzt Surah 5, Vers 51. Das ist eigentlich so der stärkste anti-jüdisch-christliche Vers. O dir glaubt, nehmt nicht die Juden und die Christen zu Schutzherrn. Sie sind einander des anderen Schutzherrn. Und wer von euch sie zu Schutzherrn nimmt, der gehört zu ihnen. Gewiss, Allah leitet das ungerechte Volk nicht recht. Und jetzt, dieser Koran-Vers in Surah 5, Vers 82, der beschreibt, dass die Juden die größten Feinde der Muslime sind. Du wirst ganz gewiss finden, dass diejenigen Menschen, die den gläubigen Muslimen am heftigsten Feindschaft zeigen, die Juden sind. Nein, die Juden und diejenigen sind, die Allah etwas beigesellen. Also ihr werdet neben den Polytheisten sozusagen aufgereiht, als die größten Feinde. Der Islam ist ja mit Monotheismus gekommen, hat ja den Polytheismus von Mekka bekämpft. Deswegen ist der Polytheismus ein großer Feind des Islam, aber die Juden auch. Und dann, und du wirst ganz gewiss finden, dass diejenigen, die den gläubigen Muslimen in Freundschaft am nächsten stehen, die sind, die sagen, wir sind Christen. Dies, weil unter ihnen Priester und Mönche gibt und weil sie sich nicht hochmütig verhalten. Bumm. Ja, und ich könnte, ich habe noch sehr viele Koranverse, die in diese Richtung gehen. Hat dieser DZ-Pipo genug Follower, um hochzukommen? Ich wollte ihn auch schon hochbitten. Wer ist das? Weiß nicht. Auf jeden Fall hat er so ein IQ von Raumtemperaturlevel. Oh, okay. Er hat vorhin auch gesagt, Israel ist Mörder, alle und so weiter. Israel ist die Staatsbürger, wenn alle Mörder. Aber ich habe versucht, ihn vorhin schon irgendwie hochzuholen. Okay. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Aber auf jeden Fall interessant, dass steht, dass Christen und Juden gegenseitig Schutzherren sind. Ja. Ich meine, es ist ja so, wir haben gemeinsam judeokristliche Werte und die sind einfach im starken Kontrast zu den islamischen Werten. Und wer das nicht sieht, der sollte vielleicht mal seinen moralischen Kompass überdenken. Ja. Obwohl wir Christen, die Juden auch oft genug klein gehalten haben und auch beziehungsweise benachteiligt haben im Mittelalter zum Beispiel. Weil sie mir gesagt haben, ihr dürft nicht alle Berufe machen, die ihr wollt und so weiter. Oder ihr dürft euch nur bestimmte Straßenzüge in Städten, Orten ansiedeln zum Beispiel. Ja. Ich meine, in Surah 9, Vers 29 steht auch, kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und nicht an den jüngsten Tag glauben und nicht verbieten, was Allah und sein Gesandter verboten haben. Und nicht die Religion der Wahrheit befolgen. Von denjenigen, denen die Schrift gegeben wurde, Juden und Christen, bis sie den Tribut, die Jizia bezahlen oder aus der Hand entrichten und gefügig sind. Das ist der Endwunsch des Islam. Bis Juden und Christen gefügig gemacht wurden durch die islamischen Heere, durch den Islam, brav, die ihren finanziellen Tribut bezahlen, die Jizia, und sich unterwerfen. Das ist der Koranvers, Surah 9, Vers 29. Es ist eine Ticke, eine Zeitbombe. Die Zeitbombe ist sogar schon an einigen Stellen explodiert. Ich meine jetzt in Europa, nicht im Nahen Osten, da geht die ganze Zeit was in die Luft. Also Europa, Schweden sehe ich aktuell extrem unter Bedrohung und UK und Frankreich vielleicht auch noch. Die haben extreme Probleme mit Migration. Absolut. Und Deutschland ist auf demselben Weg. Wir sind einfach noch ein paar Stufen da drunter, aber gib noch mal fünf bis zehn Jahre drauf, dann sieht das hier auch ganz anders aus. Aber heute haben Christen den Juden Israel zurückgegeben. Das glaube ich nicht. Wer hat das gesagt? Kennen Sie das von der Full Metal Jacket? Wer hat das gesagt? 040. Meine Lieben, ich bin rausgeflogen. Kann ich mich kurz von euch verabschieden? Ich bin in einer Stunde, Leon, du bist Pflicht zu kommen. Kian, du bist auch, du hast Pflicht zu kommen. Insha Allah. Und Mashallah, Akzentschallah, alle, die hier sind, haben die Pflicht zurückzukommen. Ja, ja, mach euch dann Ankündigung. In einer Stunde, ich habe ein Stream, aber ich muss, ich habe sowieso jetzt alles liegen gelassen, um bei euch zu sein. Aber ich muss jetzt noch was erledigen und in einer Stunde bin ich komplett bei euch. Alles klar, herzlich willkommen. Umarme euch und bis gleich. Ja, bis gleich. So, wer war jetzt eben gerade oben? Mona war, glaube ich, oben, oder? Wollte Mona was sagen? Hat jemand sie unabsichtlich hochgeholt? Oder uneingeladen? War La Bela. Ich weiß nicht, ich habe sie nicht eingeladen. Ich bin nicht mehr. Pöberin. Ja, ja, das ist es gerne. Keine Pöbler, sondern Leute, die wirklich was zu sagen haben. Auf Pöbler habe ich überhaupt keinen Bock. Nee, echt nicht. Ich muss nicht. Und das kann ich mir auch nicht antun. Aber wenn jemand, der jetzt im Zuschauerraum ist, der gerne meint, dass der Islam im Grunde genommen Juden und Christen respektiert, bitteschön, kommt nach oben. Es ist überhaupt kein Problem. Lass mich mal kurz mal sehen, ob ich auch hier das Bild noch mal ändern kann. Ja, also wir haben aktuell gerade tatsächlich sehen wir, sind wir eigentlich in einem neuen Kalten Krieg. Der ist einfach noch ziemlich auf low, low wird der ausgetragen. Und zwar haben wir die alte amerikanische Weltordnung, die bestehende Weltordnung mit, ihr wisst schon, ja, Freihandelsabkommen und so, Globalisierung, bla, 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 international und so. Und dann haben wir den anderen Block, den sozusagen Ostblock, wenn du so willst, mit Russland, China, Iran. Und das ist so autoritär, Menschenrechte, who cares, wen interessieren die wirklich so? Wir machen einfach, was wir wollen. Grenzen von anderen Ländern. Ach, das sind doch auch nur ein paar Linien, die irgendwann mal jemand auf den Boden auf eine Karte gemalt hat. Und diese beiden Weltansichten klatschen gerade extrem heftig gegeneinander, aber es ist eigentlich ein Wunder, dass außer Ukraine und Israel noch nicht mehr passiert ist. Ja, absolut. Und der Islam hängt da irgendwie mit drin, so als vielleicht dritte Kraft, aber eigentlich gehört sie auch zu dem Ostcamp mit dazu ein bisschen, aber ist eigentlich nicht richtig mit in dem Camp, weil Islam ist auch nicht so, dass er an zweiter Stelle kommen will. Es ist halt eben ein eigener Block für sich. Ja. Ja, das darf man sich aber jetzt den anderen Ärger zwischen Irak, Iran und jetzt Israel. Die Sache, die jetzt hochkocht. Ja, es ist ja derselbe Konflikt. Wir zoomen nur weiter rein in die Region, ins Detail sozusagen. Wie gesagt, immer noch nicht, die Amerikaner haben jetzt heute Morgen auch gemeldet, dass sie auch langsam annehmen, dass die Israelis das waren. Ja, meinst du im Iran? Äh, in Syrien? Mit dem Iran. Naja, die Amerikaner denken auch nicht aus, dann kannst du dir auch relativ sicher sein, dass wir es waren. Ja, aber es kann auch immer noch auch die ISIS gewesen sein. Die haben ja auch einen Hass auf die Herrschaften. Ach, das, nein, nein, das ist ausgeschlossen. Die ISIS hat nicht die, das ist kein ISIS-Anschlag gewesen, das ist nicht ihren Stil gewesen, dass es nicht ihren Stil gewesen ist. Ja, aber immer noch irgendwo können sie immer noch eine russische Rakete geklaut haben und die dann reingeschossen haben. Ja, das Intel, dass sie genau wissen, wie viele Personen um wie viel Uhr in welchem Haus sitzen, das ist, dafür brauchst du extrem gute Signalaufklärung oder auch Human Resources, sowas hat ISIS nicht. Ja, oder auf gut Glück kann ja auch sein. Ja, auf gut Glück, genau doch. Naja, ich meine, ich weiß nicht, man weiß nicht, wie diejenigen können. Aber ich sage einfach, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass die ISIS es war. Ja, wie gesagt, die wissen, dass der da vielleicht da war und sagte, ja, der ist da und dann machen wir mal ein bisschen mal auf gut Glück eine Rakete rein. Ja, ich will mal so ein bisschen in dem Zirkel jetzt, in dem sich die Leute hier unten bewegen, mal einfach mal sehen, ob sich jemand bereit erklärt. Es können auch ruhig andere hoch, das ist mir auch recht, wenn andere nach oben kommen, die etwas zu Israel zu sagen haben oder Cyrus schreibt, I'm an Iranian and ex-Muslim too. Ja, hallo, Mr. Cyrus, thank you very much. Und ihr könnt gerne hochkommen und wir können weiter sprechen. Ich würde eher so kontroverse, eine kontroverse Stimme hören. jemanden, der das verstörend findet, dass sich jemand als Ex-Muslim outet und gleichzeitig auch als Zionist und deswegen bitte kommt und nach oben und fragt einfach mal, hey Kian, hast du eine Schraube locker? Wieso nennst du dich Ex-Muslim-Zionist? Wie kommt es, dass du beides miteinander verknüpfst? Und ja. Was mir noch auffällt, red weiter, Kian. Ich wollte gleich erzählen, was ich meine noch. Na ja, bitte, bitte. Ah ja, du sagtest ja, sie haben ja auch aufrufen, wenn du den Islam verlässt, dass sie dich um die Ecke bringen. So was kenne ich als gemiddelter Mensch von der Antike, von den anderen Götterglauben, weder von den Römern noch von den Griechen, wo man so einiges weiß, noch von den germanischen Glauben beziehungsweise wo die an die Asen glauben, so was kennt man da gar nicht. So was wurde auch nie erzählt gesagt oder Zeus zum Beispiel sagte, Jupiter, wenn du mir nicht mehr an mir glaubst und mein Glauben verlass, dass ich dich um die Ecke bringe. Oder Odin, wenn du mich nicht mehr an mich glaubst, ich werde dich in die Hölle stoßen oder ich werde dich irgendwo aufhängen. Das gibt es auch bei den Buddhisten und den Hindus und gibt es sowas gar nicht. Ja. Aber gibt es nicht bei anderen Regionen. Richtig. Und du darfst auch eine Sache nicht vergessen. Der Islam hat eine sehr interessante Entwicklung nach dem Tod des Propheten gemacht. Der Prophet stirbt und die Mehrheit der Muslime fällt vom Glauben ab. Könnt ihr euch das vorstellen? 632? Das war ein anderer Prediger, der das wieder angeblich gerichtet hat. Also nach dem Tod des Propheten Mohammed, eine Woche nach seinem Tod, kamen 16 andere Männer plötzlich aus der Arabischen Albi hin und haben gesagt, ich bin der neue Prophet Allahs. 16. Dann 632 stirbt Mohammed. Kurze Zeit später führt der erste Kalifa Abu Bakr die sogenannten Riddha-Kriege, die abtrünnigen Kriege. Er ist jahrelang damit beschäftigt, die arabischen Stämme wieder in die große islamische Familie zu holen. Die arabischen Stämme springen wieder ab vom Islam, wenden sich wieder ihren alten Göttern zu und er bekämpft sie mit dem Rest islamischen Armee, die er noch hat und zwingt die Araber wieder in die große islamische Familie zurückzukehren. Drei Schreiber des Korans, sogenannte Kettebe, also Buchschreiber, werden abtrünnig und gehen wieder zurück zur alten Religion ihrer Vorväter. Also wirklich jeder ist abgefallen und deswegen werden das die erste Kalifenzeit von Abu Bakr als auch die sogenannten Riddar Zeit bezeichnet, in dem der Kalif tatsächlich nur mit dem Zusammenschustern der Ummah mit der islamischen Weltgemeinschaft oder der damaligen islamischen Gemeinschaft beschäftigt war, um zu verhindern, dass der Islam nicht sofort wieder auseinander fällt. Es ist also schon wirklich ein interessantes Phänomen, was wir zu beobachten haben, dass nämlich der Islam eine sehr fragile Religion am Anfang war und dass ohne Dschihad, also ohne das Versprechen auf Beute, die Muslime wahrscheinlich komplett vom Islam weggegangen wären. Es war tatsächlich so, dass das Versprechen hey Leute, ihr könnt Frauen nehmen, ihr könnt die Länder und die Stämme ausplündern, wenn ihr sie besiegt habt, das hat die Muslime inspiriert, weiter im Islam zu bleiben. Und das ist gruselig, wenn man sich das einfach mal ausmalt. Also war das eigentlich nichts anderes als Räuber. Es war Räuber. Natürlich. Wüsten Diebe. Natürlich. Ihr müsst euch vorstellen, schaut euch doch mal die Struktur der arabischen Halbinsel an. Du kannst nichts anbauen dort, es ist alles Wüste, es ist alles trocken. Aber es ist ein arabisches Ding, im Iran ist es nicht so, dass ihr so ein Klandenken habt, aber eigentlich hatten die doch Iran hatten schon Persisch, da gab es schon dieses Nationalgefühl in der Gegend. Ja, wir Iraner, wir kennen dieses Klandenken nicht. Wir haben keine Stammestämme. Das sieht man halt auch. Ja, ganz genau. Also wir kennen das nicht. Wir haben nicht 900 Verwandte wie Schachdurk-Klan oder der Remmo-Klan oder so Asen-Klan in Deutschland. Es ist ganz anderes. Du siehst die Welt anders. Du siehst halt erst mal nur deine Familie, deinen Clan und alles andere ist dir halt erst mal egal, weil es sind ja Außenstehende gehören nicht zur Familie. Genau. Und das ist der große Unterschied. Aber all dies zusammen beobachtet zeigt im Grunde genommen, dass der Islam an sich auf einem sehr fragilen Boden sich bewegt hat und dass nur mit Gewalt der Islam festgehalten werden konnte. Das war die einzige Möglichkeit. Bitte? Bitte? An sich wird der immer noch mit Gewalt festgehalten. Selbstverständlich. Wären diese Selbstverständige alle säkulär aufgeklärt, dann wäre das auch kein Problem mit radikalem Islam. Ja, klar. Der Sheikh Al-Karadawi, einer der größten Autoritäten in Ägypten, hatte damals gesagt, dass ohne den Dschihad, ohne den militärischen Dschihad, der Islam schon in seinen Anfängen wieder zusammengebrochen ist. Gewehre. Und das hat dazu geführt, dass Selbstverständige Dschihad ein wichtiger Teil der islamischen Expansionslehre geworden ist. Weil man muss ja schlussendlich ein Konzept haben, mit dem man arbeiten kann, in der sicherstellt, dass die Muslim bei Laune bleiben. Warum es den so schmerzt, dass der kleine jüdische Staat so groß wie New Jersey existiert? Weil das ist der lebende Beweis dafür, dass der Islam nicht siegen wird, dass der Islam nicht allmächtig ist und alles zerstören kann. Schauen wir uns das doch mal an. Ist denn der Islam an sich erfolgreich? Nein, ist es nicht. Der Islam ist keine erfolgreiche Religion. Wir haben jetzt 7,5 Milliarden Menschen auf diesem Erdball. Davon glauben 5 Milliarden Menschen nicht an den Islam. Wenn der Islam die Wahrheit wäre, dann hätte Gott die Wahrheit durchgesetzt. Das Gleiche kann man natürlich für das Christentum auch sagen. Das Christentum ist keine besonders erfolgreiche Religion. Sie hat auch nicht die Welt erleuchtet. Aber das Problem mit dem Islam ist, dass er künstlich Dominanz durchsetzen kann. Der Islam kann künstlich dafür sorgen, dass er die Nummer eins wird. Ich sehe das nicht mal so. Das ist wieder ein anderes Anschauungsbild sozusagen. muslimisches Bild Dominanz. Je mehr Follower, desto besser. Bei uns ist das nicht. Die ganze Welt muss nicht meinen Glauben teilen, damit das für mich eine erfolgreiche Religion ist. Absolut. Ich habe zwei neue Leute hochgeholt. Einmal jemanden mit einer albanischen oder marokkanischen Fahne. Das kann ich nicht so gut erkennen. Ich stumme dich mal ganz kurz und gucke mal was Mona zu sagen hat. Grüß dich Mona. Hallo Kian. Hallo Ich grüße dich. Ja erstmal sowieso ganz kurz in den Chat. Wenn ich irgendwelchen Blödsinn mache mit Wallabilla und all so was ist das Spaß. Also einige haben das offensichtlich sehr ernst genommen. Völlig in Ordnung. In meinem Chat muss man nicht so empfindlich sein. Das ist völlig in Ordnung. Was mir aufgefallen ist, was ich mal fragen wollte irgendwie, ich weiß es nicht, vor allem bei Konvertiten ist mir das sehr stark aufgefallen. Selbst wenn ein Muslim neben denen steht und sagt, ich mache euch alle fertig, wenn ich komme, meine Familie, sonst was alles, dann sagen die immer noch, der Islam ist Frieden, der Islam ist Frieden, als hätten die eine kaputte Platte geschluckt oder sowas, oder der Islam ist wunderschön, wie soll ich sagen, immer dieselben Sachen, das ist mir echt aufgefallen. Ohne Substanz, aber ohne was sagen zu können dazu eigentlich. Das ist eine Schutzbehauptung. Sie haben in den Moscheen gelernt, Mohammed ist ein ganz lieber Mann, der Islam ist eine ganz tolle Religion, Allah ist ein verdammt barmherziger Gott, und sie gehen aber nicht ins Detail, um das zu beweisen, sie stellen diese Schutzbehauptung auf, gegen Menschen wie dich und mir und den anderen, die eben diese Attribute in Frage stellen. Und dann heißt es immer, der Islam ist eine friedliche Religion. Wenn wir uns verteidigen, dann wirklich in Verteidigung. Wenn wir kämpfen, dann in Verteidigung. Islam würde nie angreifen. Islam würde nie irgendetwas einem anderen Menschen antun. Wir töten nicht. Wir kämpfen nur und wenn wir dann töten, dann war es rechtens. Also die Behauptung, die sie aufstellen, kommen alle daher, weil sie in ihren Moscheen diese Unterrichtung erfahren, dass sie nach außen hin sagen sollen, dass der Islam ist eine defensive Religion und verteidigt sich nur dann, wenn Gefahr für die Oma droht. Aber ansonsten ist der Islam sehr lieb gegenüber Christen und Juden, respektiert alle Menschen sehr, es gibt keine Probleme mit irgendetwas. Ja, Mono, du hast das sehr gut gesagt eigentlich, du hast gesagt, sie sagen viel, aber irgendwie nichts. Ja, das stimmt, die sagen viel, aber haben keine Aussage. Nehmt euch vor Leuten in Acht, die einfach so was sagen, wie Mensch ist Mensch, wir sind alle für Frieden. Das sind meistens genau die, die am radikalsten sind, nach meiner Meinung. Naja, ich habe ich bin mittlerweile 45, ich habe nur Gewalt kennengelernt, die haben mich fast in den Selbstmord gemobbt, weil ich unrein für die war, eine scheiß Almahne, das fing ja damals schon an. Die haben mich behandelt wie den letzten Dreck, man muss dazu sagen, ich habe in der Siedlung gewohnt, wo fast nur Muslime gewohnt haben tatsächlich, und deswegen war die Schule natürlich auch zu 90, 95%, je nachdem, voll mit Ausländern in diesem Fall, meistens halt Muslime und die haben uns behandelt wie Dreck. Ja, du darfst auch eine Sache nicht vergessen, weil du auch Konvertiten erwähnst, die Konvertiten wollen immer päpstlicher sein als der Papst. Sie springen in den Islam rein und merken dann, wow, das ist eine super Religion und dann wollen sie alles eins zu eins, besonders deutsche Konvertiten, das sind so richtige Paragrafenreiter, die machen wirklich alles extrem. Und ich habe nur extreme Konvertiten kennengelernt, wirklich nur extreme. Sie wurden zwar immer die Superstars in der Moschee, weil sie einfach immer sofort den Islam nicht nur verinnerlichen wollten, sie wollten sogar den Prophet Mohammed toppen mit ihrer Gläubigkeit und das hat dazu geführt, dass viele Konvertiten sehr extremistisch geworden sind und ich hatte immer ein sehr unruhiges Gefühl gegenüber Konvertiten, ich fand sie teilweise immer etwas sehr verstörend. Ja, aber wenn die das doch so annehmen, so stark, sag ich mal, dann müssen die auch wissen, dass wir uns hier, weil das hier kein islamisches Gebiet ist, im Haus des Krieges befinden, dann ist denen doch klar, dass das nicht friedlich ist. Ja, absolut, absolut, da stimme ich dir komplett zu. Wir haben übrigens jetzt den Makavelli, ich kann den anderen Namen nicht sehen. Makavelli, grüß dich. Grüß dich, alles gut. Alles wunderbar. Was magst du denn sagen? Der Makavelli ist ein guter. Der kennt mich gut, der Leon. Ich wurde ja vor einer Woche gesperrt, war ja live mit Screamer. weil ich mich geäußert habe über die Tatsachen, über die Sachen, dass die Leute nicht hören wollen, meine muslimischen Glaubensgeschwister und Brüder, was die nicht hören wollen, werde ich direkt gesperrt. Ich habe das aber schon verstanden, dass das hier funktioniert auf TikTok, habe das schon ausgetribbelt, sage ich mal. Und ja, ich habe mich auch ein bisschen informiert in der Woche, Leon. Bist du jüdischer Herkunft? Ich bin Moslem, ich bin Türke. Achso, okay, das wird jetzt spannend. Ich bin Türke, aber ich stehe auf der israelischen Seite, aber ich bin Deutscher. Okay, es ist gut, ich mag es, wenn jemand, der aus einem Nichtdeutschen kommt, so wie ich, dass er aus solcher outet. Finde ich gut. Ja, ich bin ja deutsch, ich habe deutschen Pass, ich bin in die Schule gegangen und so weiter. aber guck mal, ich sage niemals, guck mal, ich guck mal, diese, ich war vor uns live, da waren 130 Leute auf einmal drin, wegen dieser Flagge, da kommen immer dieselbe Fragen, kannst du mal die Schahatter sagen, kannst du mal dies, kannst du mal das, immer die gleichen Fragen, fragen die mich, und dann fragen die mich, warum hast du diese Flagge, ist in der Grund, da sage ich immer, weil die schöne, weil ich Bock drauf hab und die Leute verstehen das nicht, warum ich da Rock hab, aber ich hab, guck mal, ich, 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 Juden, weil die haben nur Go-Areas in Deutschland, die können nicht rausgeben ihre jüdischen Kleidung und das funktioniert nicht, ich hab auch eine Story gemacht heute oder nee, sorry, gestern über die größten Moscheen in Deutschland, Beispiel die größte ist ja in Köln, ja, und wenn man das sieht, dass die rausgehen können, meine muslimischen Glaubens Geschwistern und so weiter, aber meine, aber die Juden können, gibt's auch Synagogen in Deutschland, aber die werden ja krass überwacht, auf jeden Fall, aber die können ja nicht einfach rausgehen mit ihrer Sachen Kleidung, weil die werden da gemobbt von irgendwelchen muslimischen Glaubens Geschwistern und Brüdern von mir, dann schreien die auf der Straße Free Palästina, aber teilweise kann ich das auch verstehen, wenn die Free Palästina schreien, wenn die Free Palästina schreien, für mich heißt das so viel wie Free Hamas, weil man dürfe nicht vergessen, dass Hamas und Palästina eine ganze Partei ist. Ja, darüber haben wir vorhin gerade geredet, ich habe gesagt, dass wenn die Palästina sagen, ich muss mal lachen, weil es gibt so gar kein Palästina, es gibt so nur diese arabischen Clans, weißt du, es gibt arabische Clans, genauso wie Kinder die auf der TikTok App rumrennen und dann aber so gesehen die fühlen sich ja nicht als ein Staat, genauso wie die Kurden, ich weiß nicht, wie es bei denen ist, fühlen die sich als da war auch eine drin, habe ich die auch für uns gefragt, habe ich so gefragt, fühlst du dich nicht eingeengt, wenn du einen Flaggen, ein E-Friend-Emoji benutzen musst, da dein eigenes Flaggen-Emoji verwenden kannst, fühlen die Leute sich ja nicht ausgegrenzt und so, sagt die, nö, da habe ich gesagt, doch, also ich würde mich schon diskriminiert fühlen, ich würde den Schmerz ich würde gemein zu Kurden, man bloß, weil die keine Flaggen-Emoji aber du verstehst, was ich meine, das genauso, wenn jemand sagt, warum habe ich das, warum sage ich Kosovo ja Serbier, du weißt, was ich meine, Ja, die Serben sind die Besten, die Lieben die Serben Ja, aber du hast schon recht, auf jeden Fall, wer ist das? Sugar Daddy? kann ich jetzt nicht, Sugar Hot Diese Kinder, die bei mir reinkommen, dann mache ich die raus, sagst du denen, du hast jetzt Handy verboten, eine Woche, ich bin dein Schoko Daddy, ganz einfache Sache. E-Sugar Ja, aber mir gefällt der Name schon nicht, ich verstehe nicht, warum jemand sich so einen hässlichen Namen geben kann. Sugar? Ich habe heute so einen Stand gesehen, ich bin da hingegangen, habe mir so eine Flyer mitgenommen, weil ich, ich liebe, ich finde die AfD klasse. Finde ich auch, finde ich auch. Weißt du warum, die AfD, das sind so viele Doktoren in dieser Partei und so weiter, die Partei ist meiner Meinung nach eine der schlauesten Parteien, die wollen das alles jetzt umsetzen und so, wie Beispiel die Melodie in Italien, die ist auch eine sehr intelligente Frau, sehr intelligent, genauso wie Alice Weidel und meine Königin, ich liebe diese Frau, wenn die nicht auf Frauen stehen würde, würde ich die heiraten, schwörst du ja. Wenn sie dich wollte. Ja, aber die hat ja auch eine Frau Sri Lanka und so, die Frau ist gar nicht radikal. Weißt du, warum die Leute die AfD wählen? Die Leute wählen die AfD aus diesem Grund, meine Meinung nach, teilweise auch gemischt, weil es gibt Leute, klar gibt es diejenigen, die rassistisch sind, radikale Menschen sind, gibt es überall, in jeder Sache, auch in Islam, nicht im Reich, wie man das jetzt auf der Straße in Berlin gesehen hat, mit diesen ganzen jihadistischen Schwachsinn, aber gibt es auch die normalen Leute. Auf jeden Fall, was ich sagen will, Alice Weidel ist nicht, die ist ganz, die ist sehr, sehr schlau und die Frau hat gesagt, das geht einfach nicht, dass der deutsche Pass hier ausgeschenkt wird, wie so eine Biertasse. Das geht einfach nicht und sie, wenn sie ja doch vor, die AfD hat auch vor, wenn die, wenn die an die Macht kommen, sie haben vor, beispielsweise kriminellen Ausländern, die den deutschen Pass, sag ich mal, ergeunert haben, den Pass wieder, die Staatsangehörigkeit wieder zu entziehen. Ja. Und das finde ich gut, weil das geht einfach nicht, dass diese Leute das einfach kriegen, weil die haben hier keine Leistung gebracht. Ich habe auch viele Leute gesehen, die sind seit zwei Jahren vielleicht in Deutschland fahren dann einen fetten AMG und ein Typ hat 50 Jahre hier gearbeitet, muss Flaschen sammeln, weil das Geld nicht reicht. Also dann denke ich mir, was ist in Deutschland los und aus diesem Grund wählen die Leute auch sowas wie AfD. Die müssen, die lassen ihren Frust raus. Genauso wählen die Leute auch pro Palästina. Ich würde sogar sagen, dass die Leute sich nach Veränderungen in Israel oder in Meta nicht anders als früher, die sind immer noch gleich. Bloß die Parteien, die CDU und alle FDP, alle Parteien sind einfach voll nach links gerutscht. Die Leute wollen selbst von der CDU waren vier Mitglieder bei dem Treffen in Potsdam. Sich begrenzen. Genau, aber es war ja ein Privattreffen in Potsdam. Das haben die auch gesagt. Die Allesweil hat das auch gesagt. Das war ein Privattreffen dieser Leute. Die AfD hat sich gar nicht offiziell damit beteiligt gehabt. Also jetzt die Partei so an sich, jetzt meine ich das. Ja und Menschen können sich privat treffen. Das war völlig okay. Mal abgesehen davon, dass sich das mindestens fünf CDU-Spitzenpolitiker dabei waren, ist es auch kein Untergang. Martin Sellner kenne ich persönlich. Ich meine, wo ist das Problem mit Martin Sellner? Genau. Wenn man sich mal was fragt, das hat sich keiner dieser ganzen Journalisten und so weiter gefragt oder die Frage gestellt oder diese Frage kam gar nicht auf, aber das habe ich mich immer gefragt. Du mal diese CDU-Mitglieder, die da waren, vier waren das glaube ich, die da gewesen sind. Auf jeden Fall, guck mal, die sind ja totale andere Richtungen in der Politik und folgen das gar nicht, was die AfD eigentlich so denkt und so weiß, was ich meine. Und guck mal, die waren auch dort bei Neonazis und so weiter und haben das auch angeblich geredet mit Ausländern wie ich, abschieben und so im Schwachsinn. Und die Leute haben vorher nie so gedacht, die von der CDU. Muss man sich auch vorstellen, die haben nie so gedacht, die haben... Die CDU hat eigentlich nicht immer so gedacht. Die Leute haben dann im Nachhinein so gedacht. Nein, nein, die CDU war früher immer so, wie die AfD jetzt eigentlich ist, vor 30 Jahren. Aber dann ist die immer weiter nach links gerutscht, wurde immer, weißt du, mehr wie die SPD basically und war nicht mehr die CDU von früher. Und deshalb hat die AfD so einen Erfolg, weil die Leute eben sich genau wieder so eine Partei wie die CDU von früher wünschen. Das stimmt. Aber guck mal, du musst dir mal so vorstellen, die Leute werden, die von der CDU, die Leute, die da waren, die sind jetzt schon so krass frustriert über die Situation in Deutschland, dass sie das auch so radikalisiert werden. Weil dadurch werden die Menschen radikalisiert durch diese ganzen Sachen, die in Deutschland abgehen, diese ganzen Preise, die steigen, das und jenes, das und jenes. Die Leute werden dadurch radikal. Das ist krank, weißt du? Deswegen muss sich hier auch was ändern. Deswegen wählen die, deswegen werde ich die AfD wählen. Ja, das ist schön, aber wir machen hier auch gerade Mittel, also Nahosten. Aber ich bin auf jeden Fall auch für Free Israel, Free Israel, Free Babi, ja, Free HBTQ. Free Meinungsfreiheit, weil wir sind in Europa, weil ich bin ja nicht in irgendein salafistischen Land wie Iran, wo ich meine Meinung nicht äußern kann. Wenn ich meine Meisen äußere, werde ich da geköpft. Das ist Wahnsinn. Hier, wir haben ja einen Iraner direkt, guck mal, neben dir. Aber ich weiß das, weil in Iran, glaube ich, wird man geköpft, glaube ich. In Saudi auch? Gott sei Dank nicht. Da muss ich dich wirklich korrigieren, Gott sei Dank nicht. Aber Ex-Muslim, ich habe das gelesen, Ex-Muslim. Bist du Ex-Muslim? Ja, ja. Aber weißt du, für mich, ich supporte auch den Frieden Islam, weil ich finde, der Islam ist friedlich, aber was diese IS macht und so, was diese anderen Terroristen, die Organisierung machen, die ziehen uns einfach ins Dreck. Wie gesagt, also würde ich annehmen, dass der Islam Frieden bedeutet. Ich würde mich nicht so sehr einsetzen für die Aufklärung gegenüber dieser Religion. Aber die Tatsache, dass ich nicht glaube, dass der Islam Frieden bedeutet, das macht diese Religion zu einem gigantischen Problem, finde ich. Und deswegen, ich meine, solche Dinge kann man ja auch besprechen. Ich meine, das ist auch völlig legitim, wenn du aus deiner Perspektive annimmst, dass der Islam gerecht ist. als ich sage, oder eine friedliche Religion, nein, der Islam ist im Kern eine gewalttätige Religion. Und die Gewalttätigkeit dieser Religion liegt verankert. Allein die Gewalttätigkeit geht dann los, wenn die mich fragen, ob ich faste und so und ich sage, nö, Inschallah. Also wenn ich sage, ich muss Medikamente nehmen und die Leute checken das nicht, wenn ich Medikamente nehmen muss, nach Koran zur Folge, ist es dann, muss man nicht fasten. Kann man doch gar nicht. Genau, das muss man zum Beispiel dann nicht machen und das versteht man nicht. Übrigens. Wenn ich Medikamente und das und jenes und die irgendwelche Sachen wissen, warum, was Medikamente und das, dann muss ich denen sagen, leider, du bist mir zu fremd. Ich muss denen nicht sagen, welche Medikamente ich nehme. Dann sage ich denen immer, du bist mir einfach zu fremd. Punkt, Ende. Ja, ganz genau. Also du musst auch keine Rechenschaft ablegen. Das ist auch schon wieder so diese Scharia-Polizei auf den Keks gehen, dass man jemanden unbedingt ausfragen muss, warum er nicht fastet. So ein Igel essen. Ja. Ich habe übrigens am kommenden Donnerstag habe ich den Roger Beckkamp bei mir in meinem Livestream auf YouTube. Und der Roger Beckkamp ist ja Bundestagsabgeordneter und der beschäftigt sich sehr viel mit der Frage von Remigration und Migrantengewalt und so weiter und so fort. Und ja, kann ich den Zuschauern hier auch nur empfehlen, mein YouTube-Kanal heißt auf meinem Radar-Podcast Kian Kermanschahi und dort ist der Roger Beckkamp dann nächste Woche zu sehen und der ist ziemlich laut und der ist richtig cool. Also der geht auch auf die Straße mit Mikrofonen, interviewt Pro-Palis und Antifa. Kennt ihr den Film auf TikTok? Ja, den habe ich heute gesehen, ja. Ist der cool? Ja, er hat halt eben seine Art, sich lustig zu machen über das Verhalten von Muslime. Er trickert die Leute, weißt du? Er trickert die Leute wahnsinnig. Ich hoffe, dass er immer gesund bleiben wird. Es ist einfach nur Humor, aber ich bin mir nicht so sicher, ob die Leute diesen Humor... Die Leute sehen den Humor nicht, wenn ich diese Fahnen in mir habe. Die Leute denken gleich, ich hintergehe meine eigenen Religionen oder so, aber mache ich nicht. Ich bin immer noch Hamdulam. Wenn wir sagen, warum bist du für Israel? Du bist doch Moslem. Warum unterstützt du nicht deine muslimischen Brüder? Dann ist es ja schon ein religiöser, auf jeden Fall spielt Religion in den Krieg, in den Konflikt mit rein. Das wurde... Also am Anfang ging es ja nur um diese Sache da, diesen Scheißen, weißt du, was ich meine? Um diesen ganzen, sag ich mal, politischen Sachen und so. Aber nachhinein ging es um diese Religion. Da musste irgendwas noch her mit Religion und so. Am Anfang ging es ja nur um diese Beschuss. Also wegen 7. Oktober, meinst du jetzt? Ja, am Anfang ging es ja nur um die Hamas, was die gemacht haben. Und danach hinein kam dieses ganze Thema mit Islam und Judentum und Christentum und das und jenes. Die geht eigentlich. Ich würde sagen, erst kam diese islamische Indoktrination und danach kam der 7. Oktober. Weißt du? Hm. Zuerst kamen diese, weil das, die Leute fragen, die immer meinen Life springt euch mal auf und denken sich, ja, jetzt gehen wir mal 3000 Mann, gehen über die Grenze und fangen an, Leute umzubringen. Das passiert ja nicht auf einmal. Soll ich mal was sagen, Leon? Bei mich fragen die immer, was halte ich von, wie finde ich das, dass kleine Kinder sterben in diesem Krieg und so. Da sage ich immer, das ist schlimm, aber die Eltern von diesen Kindern haben die Hamas ja gewählt. 90 Prozent der Palästinensern haben ja die Hamas gewählt und dadurch haben die ihre eigene Partei halt gewählt und das Krieg ging. Das ist sehr erwachsen. Die mir nicht erzählen immer, dass es das und das ist. Das ist eine sehr erwachsene Einstellung von dir, weil die meisten Leute sehen das nicht so. Die sind wie kleine Kinder und die denken halt, ja, warum? Sterben auf beiden Seiten Menschen. Das ist schlimm alleine, dass da Menschen sterben auf beiden Seiten, auf Palästinens. Ich finde es allgemein schlimm, dass da Menschen sterben auf beiden Seiten, sage ich mal. Aber ich finde, dieses Land ist selber daran schuld, teilweise, weil sie eine Partei gewählt haben, die die jadistische Gedanken hat und nicht in das Weltbild heutzutage passt. Die Leute müssen nach vorne gucken. Die Leute müssen mal in Dubai sein können. Aber weißt du, das Problem ist, die können diesen Krieg nicht mehr politisch klären, weil das ist schon zu spät. Ja. Das ist so zu spät. Die hätten sich für 40 Jahre, nur 20 Jahre klären müssen, so Gesprächen und so weiter. Aber das ist leider zu spät. Die haben sich einfach auf den Stuhl hingesetzt und sich ausgeruht auf beiden Seiten, sage ich mal jetzt. Und das einfach nicht geklärt. Und dadurch ist der Hass entstanden auf beiden Seiten. Die Leute, die mir immer was erzählen von diesen Tötungsdelikten und diesen Tötungen, diesen Kindern, die sterben, klar, sterben da Menschen. Aber die Videos sind teilweise nicht original. Also die sind auch gefilgt. Das sind auch Videos, die die auf TikTok sich anschauen. Die meisten Leute gucken sich TikTok News hier auf TikTok an, gegen Israel. Und dadurch werden die Menschen auch manipuliert. Und das ist ganz gefährlich. TikTok ist jetzt nicht gefährlich, aber diese Leute, die diese Sachen verbreiten, die sollten gesperrt werden. Ich sage dir, TikTok ist auf jeden Fall gefährlich. Das sind auch gefährlich, weil diese, das ist eine sehr sadistische, teilweise App und so. Aber diese App ist auch eine, wie sagt man das, eine Comedy App. So heißt er, hier wird einfach, ich mache einfach hier mein Content, ein bisschen Comedy und das ist halt geil. Ja, das ist eigentlich, weißt du, aber manche was brauchen, das kennst du den TikToker Shir Ibrahim? Nee. Das ist ein Streamer auf TikTok. Ich habe mal was in Propotage über ihn gesehen. Der hat damals bei so einer Dings mitgemacht und da gab es halt so ganz so eine Frage. Also der fragt, der tut halt Fragen, der ist die Slams beantworten, so ganz normale Fragen. Da gab es halt so eine Frage, darf man bei Lidl arbeiten oder bei Becker irgendwie arbeiten? Der sagt ja, das ist nicht erlaubt, dort zu arbeiten und das und jenes. Und es gab einen Junge, der hatte damals diese Doku gesehen über ihn und der hat wegen oder auch diese Frage gesehen, was er gesagt hatte, weil er verehrt ihn halt den Typ und so weiter, wie halt per Vogel auch verehrt wird auf TikTok. Ja. Auf jeden Fall, der hat wegen diesem Typ, wegen Schildbrenn, hat dieser junge Mann seine Bäckereiausbildung abgebrochen. Weil er, musst du dir mal überlegen, der hat wegen ihm seine Bäckereiausbildung abgebrochen. Ja, allein, allein, dass es so weit gekommen ist in diesem Land, das ist Wahnsinn. Und das ist doch, das ist alleine, das ist einer der Gründe, warum die Leute einfach so radikalisiert in den Islam denken. Und diese Leute, wie dieser Shah Ibrahim, den ich irgendwann mal in meinem Stream habe, ich hoffe, der kommt mal rein, ich komme mal rein. Ja, dieser Typ ist einfach, der ist selber hier geboren in Deutschland, der ist halb Ägypter, weißt du, halb Deutsch, und der ist so krank, der Typ hat keine Imkration gegossen. Und der hat eigentlich offene Türen überall. Aber der hat sich das selber genommen, der hat selber keine Ahnung, gar nichts. Freunde, ich... Mach mal... Mach mal... Mach das mal auf Sturm. Entschuldigung, ich wollte mal ganz kurz dazwischen... Ich glaube, das ist irgendwie so eine Rückkopplung. Ach so? Warte mal, ich mach mal. Machiavelli, du warst das. Deswegen habe ich dich stumm gemacht. Freunde, an der Stelle, wer den Stream jetzt ein bisschen pushen kann und das ein bisschen aufwerten kann, wir waren jetzt bei knapp 100, jetzt sind wir so bei 76, 75 stehen geblieben. Vielen Dank fürs Pushen, vielen Dank fürs Liken. Vielleicht kriegen wir ja die 70 oder 75.000 zusammen. Die Anna hat ja jetzt auch in gute halben Stunde dann ihren eigenen Livestream und in der Regel gehen wir dann immer alle rüber zu Anna und an dieser Stelle dann, wer dann auch zu Anna kommen möchte, um 21.30 Uhr bei Anna Odessa geht's dann weiter. Ja, dann haben wir hier stolzer Türke, Ex-Hetero-Kian. Wir haben so viele interessante Leute hier, wir haben so viele gute Kommentare, aber kaum kommt eine Verletzung von der Verletzung kreativ immerhin Punkte dafür. Und das Einzige, was er sagen kann, ist Ex-Hetero-Kian. Weißt du, der steht auf EZBDQ unterstützt er einfach. Punkt. Aber schau mal mal. Als ob es eine Beleidigung ist, wenn man nicht mehr hetero ist. Aber ich gebe ihm Punkt dafür, dass er Ex-Eingebaut hat. Ich will mal eine Sache sagen. Leute, das geht tiefer, als ihr denkt. Ihr kennt tiefer, was ihr denkt. Wenn wir Migranten haben, muslimische Migranten, die zum Beispiel sagen, ich äff deine Mutter, ich äff deine Schwester und so weiter und ich werde im Grab noch deine Oma klar machen und so weiter und so fort. Und wenn sie solche Sachen, sie denken, sie erzeugen sprachliche, sexualisierte Gewalt. Sie denken, es ist diese Art von Sprache, die sie, die verletzt, die mich beleidigt. Es beleidigt mich nicht. Ich weiß, dass ich ein Hetero bin. Ich muss nicht, ich muss nicht bestätigen. Ich muss nicht hier ein Filmchen drehen für diesen stolzen Türken, damit er weiß, dass ich mit einer Frau schlafen kann. Die Leute sind, man merkt, dass sie aus einer Kultur kommen, in der Frauen wenig zu lachen haben. Denn sonst würde man so nicht reden. In Europa reden die Männer grundsätzlich so nicht mit Frauen. Aber in dieser Kultur beleidigen sie Männer, die in einer, sagen wir mal, einen anderen Weg eingeschlagen haben, einen anderen ideologischen oder politischen Weg eingeschlagen haben, bezeichnen sie als dann, du bist homosexuell, du bist dies, du bist das. Unmännlich, schwarz, das ist primitiv. Macho-Bild. Ja, es ist primitiv. Es ist einfach primitiv. Diese Leute entlarven sich. Sie merken gar nicht, dass sie intellektuell überhaupt nichts zu bieten haben. Sie sind schwach im Geist. Und deswegen in ihrer Ohnmacht, in ihrer Ohnmacht sagen sie dann Dinge. Heute das krasseste bei Ömi im Stream. Einfach kommt eine rein, ja, die war alles locker 14, 15 oder so. Haut die einfach, also umgedreht, ja, 51 umgedreht, sagt die einfach das N-Wort. Aber ohne Scham, wisst ihr, einfach haut die zu uns. Sie einfach, Junge. Ja, ja, ich glaube, ich habe das sogar mitbekommen. Ich dachte mir, was geht jetzt ab, Alter? Ja, ja, das fürchte dich. Also auch Rassisten, bei mir kommen immer aber schreiende Nazis. In Deutschland gibt es Nazis. Bei mir kommen auch immer sechsjährige Kinder rein und so. Ja. Ja, das ist auch okay. Ja, ich weiß auch ganz, warum sind die Hände rein? Da sage ich immer, die Kinder so in den Pfützen rumgespringen, statt auf TikTok rumzuchillen mit irgendeinem TikToker und sich über politisches Thema auszutauschen. Wo ich sechs Jahre alt war, habe ich in Pfützen rumgesprungen und bin bei meinen Freund rausgegangen. Ja. Eine Frage, jetzt haben wir jemand Neues, Dino Del Monte. Ja, ich begrüße dich gerne, meine liebe Freund. Du kennst mich ja schon vom früheren Chef. Ich erinnere mich noch an dich, ja. Du erinnerst dich noch an mich. In Ordnung, sehr gut. Ich bin hier ganz kurz reingekommen, weil ich möchte mich als Jude, als Israeli, der viele Jahre in Deutschland früher gelebt hat, vor 40 Jahren. Und jetzt lebe ich in Madrid, in Spanien, wie du weißt. Ich glaube, du weißt. Ja. Weil ich habe gesehen, du hast mein Profil gesehen. Genau. Du weißt genau, wer ich bin. Erstmal möchte ich mich sehr bedanken bei dir, bei Machia Belli. Das ist ein Genuss, ihm zu hören. Eine große Freude für mich. gerade weil er ist ein Türke und eine Herkunft von Islam und Israelis haben sehr gerne die Türken. Sie machen gerne Urlaub in Türkei seit vielen, vielen Jahren und es besteht eine sehr gute Geschäfte zwischen Türkei und Israel. Und die Bevölkerung von Türkei und der Israelis, anders als die Politik, sie haben sich gerne gegenseitig und seit langen Jahren. Dann will ich mich bedanken bei Anna für alles, was sie gesagt hat vorher und bei Leon und bei Andreas. Für mich Leute, zu hören Leute, die haben den Kopf auf den Schultern, ist ein Genuss. Das ist einfach ein Genuss. Weil wir leben in einer Welt so voll mit Dummheiten, Ignoranz, Hass, wie soll ich sagen, durch den Medien, Vorurteile, Vorurteile, ja. Durch die Medien, wir müssen feststellen, wir sind in der Umgebung von Idioten, überall. Was ich sehe, was in Deutschland los ist, was in England los ist, in Schweden, überall. Ich als Jude, das betrifft mich sehr. Ich werde jetzt in April 79 Jahre alt sein und ich muss sagen, dass sowas habe ich nicht gesehen. Sowas habe ich nicht gesehen. Dass der Triumph von den Idiotismus, der Triumph von den Bläden, von den Idioten, weißt du was? Gerade im Westen, gerade im Westen hat das nichts. Gerade im Westen, wenn sie schreien da auf die Straße, Free Palestine from the River to the Sea, eigentlich schreien, Genozid, Genozid. Die Bolognum bringen alle Juden. Weißt du, eine Sache ist schlimm, wenn die, eine Sache ist jetzt nicht schlimm, wenn die Free Palästina schreien, aber eine Sache ist schlimm für mich selber, wenn die solche jazistischen Fahnen zeigen und sich jazistisch äußern auf der Straße, in den Nachrichten und da und jenes. Das finde ich schlimm und da kann ich nicht mitreden. Da kann ich, da schäme ich mich auch selber manchmal Moslem zu sein, wenn ich sowas höre und sehe. Aber das Problem ist, dass die, dass diese Sache, der palästinensischen Bewegung, nennen wir sie mal, wurde komplett unterwandert und entführt. Es ist keine gute, gerechte Sache mehr. Es ist eine böse Sache und viele Menschen sterben dafür. Und sie haben überhaupt keine Logik. Mittlerweile, Israel ist 10 Millionen Leute und 10 Millionen. Ja, fast, ja. Ja, ja, dieses Jahr ist schon 10 Millionen. Vor kurzem, das waren 9 Millionen 300 und jetzt sind es schon 10 Millionen. Man spricht schon von 10 Millionen. Was willst du damit machen? Was willst du machen mit diesem wunderschönes Land, mit Universitäten, Hoteles, Fabriken, neue Technologie, Agrikultur, ist ein sehr bewohntes Land. Das ist kein leeres Land. Wo willst du machen, wo willst du machen, ein palästinensisches Land? Geografisches, es gibt keinen Platz dafür. Das ist einfach dumm. Und wir haben gesehen, was passiert in Gaza, wenn man denen einen Staat gibt. Ja, wir hatten einen Hamas-Staat, 20 Jahre. Okay. Ich glaube, dass wir keiner noch mal haben. Weißt du, du musst mal gelesen haben, was die Hamas überhaupt vorhat, wenn die das alles schaffen sollten. Das ist Wahnsinn. Du musst das manchmal lesen. Wenn du das mal den pro-Palästinier Leuten vorzeigst, was die wirklich vorhaben und so, dann würden die gleich ihre Meinung ändern. Glauben mir. 100 Prozent. 100 Prozent. Ich glaube, die wissen das. Oder die wissen das und die wollen einfach es nicht sagen. Ja. Doch, sie sagen das, aber sie nehmen an, dass die Leute so dumm sind, dass sie erlauben, sich alles zu sagen. Sie vertrauen einfach die Wörter. Das ist ja alles zu sagen, weil alles klappt bei ihnen. Sie haben auf ihre Carta Magna, auf ihre Ideologie, ganz Spanien zu überholen. Wieder die ganze Andalusia. Sie wollen eine arabische Stadt von Spanien bis Indien. Das ist einfach... Wie sieht in Spanien das aus gerade? Das sind verrückte Ideen. Ja, hier in Spanien laufen auf die Straße die Linksextreme und auch die Marokkis und auch viele Palästinenser. Aber sie verlangen nach etwas, was nie wieder sein. Israel wird nie verschwinden von der Weltmappe. Niemals. Das ist eine Weltmacht mit großer Macht, mit viel Intelligenz. Sie haben sehr viel geschafft. Sie tun, wie sie Anna vorher gesagt hat. Sie haben so viel getan und sie tun immer noch und werden sie weiterhin tun für die ganze Welt, für die Avance, für die Entwicklung von der ganzen Welt in jedem Gebiet. praktisch. Leute, es gibt sieben Länder auf der Welt mit Nuklearwaffen, okay? Sieben. Israel ist eins davon. Wir gehen nirgendwo. Insgeheim. Leon, insgeheim. Aber... Ja, ja, also vielleicht... Israel und Türkei waren ja lange oder sind ja eigentlich Verbündete, bloß durch... Die haben leider diese Verbündete oder diese Freundschaft hat leider durch Erdogan eine ziemliche Dillik gekauft. Ja, 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 ja. Ich weiß. Ich war in der Türkei und ich habe sehr gern, auch wenn ich in Köln gewohnt habe, ich habe immer bei den Türken gekauft und ich habe mich sehr wohl gefühlt zwischen den Türken, weil sie sind Leute, die haben Respekt, sie haben Beziehung, die sind sehr erzogen. Ich war in der Türkei als Tourist, habe mich sehr gut gefühlt und wir dürfen nicht vergessen, dass der ottomanische Empire damals in 1492 haben übernommen Tausende und Tausende von Juden nach dem ottomanischen Imperium. Ja, nach der... Wie gesagt, nach der Conquista von Spanien. Ja, genau. Und sie haben sehr gutes Leben gehabt, sehr gute Positionen gehabt, sozial, sie haben ein gutes Niveau erreicht in alles, Freiheit haben sie gehabt, ihre Religion zu dienen. Machaveli, mach dich mal. Du hast deine Äsche, du hast deine Äsche. Bruder, ich geh mal raus. Ich geh mal raus. Die Türkei mit Juden haben gut gehabt. Sorry. Gut, ich wollte eigentlich mich nur bedanken bei Kian für seine wunderschöne, wunderbare, sehr, 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 sehr gute Live. Alle seine Lives sind sehr gut. Danke dir. Ich bin sehr froh, dass ich dich kennengelernt habe und ich bin sehr stolz auf dich, Kian. Sehr stolz auf dich. Danke schön. Du bist gebildet, du bist intelligent, du bist mutig, du bist ein, wie man sagt, ein guter Enkel. Das schmeichert mir. Herzlichen Dank. Das weiß ich sehr, zu schätzen. Gut, also, auf Wiedersehen. ich bin sehr, auf Wiedersehen. hörst du mal, wenn du möchtest, kannst du ja gleich bei Anna Odessa mit reinkommen. Der ist ja auch noch genauer, der kommt nicht besprochen. Mein Problem ist, dass meine Batterie ist fast leer. dann würde ich mal doch mal öfters mal das anziehen. Ich werde erst mal, ich werde erst mal meine Batterie Cargando, wie sagt man Cargando? Aufladen. Ich habe mein Gerät auch an der Batterie hängen. Ja, genau. Aufladen. Du, es fällt mir schwer, Deutsch zu sprechen, weil ich praktiziere diese tolle Sprache so viele Jahre nicht. Ich spreche sechs Sprachen und alle sehr, sehr schlecht. aber ich spreche sehr gut Hebräisch. Das schon. Okay. Also, wir sprechen in der Hebräisch, nicht bei mir. Ich spreche Hebräisch Hebräisch, ich spreche Hebräisch. Ja. Salam aleychem. Salam aleychem. Salam aleychem. Salam aleychem. schließlich für mich aufgemacht, wenn jemand hochkommt und unterhält sich und sagt sie etwas, dann ist das völlig in Ordnung. Ich bin immer für einen konstruktiven Dialog. Macht mal bitte ganz kurz, bitte weiter. Aber ich wollte ihm noch sagen, so gut ist sie im Osmanischen Reich ja auch nicht gegangen. Die mussten ja auch die sogenannte Schisja bezahlen. Die sind ja nicht da freigestellt worden von. Die mussten ja auch diese Sondersteuer bezahlen. Und die Osmanen hatten 500 Jahre Zeit aus der Region, damals Teil von Syrien, die man danach im britischen Reich Palästina genannt hat, die Juden zu unterdrücken und zu deportieren in andere Gebiete. Stimmt. Also 500 Jahre ist eine lange Zeit, Leute. Also wir sind jetzt bei 70.000 angekommen, finde ich schon mal richtig klasse, dass wir hier die 70.000 erreicht haben. Ich weiß gar nicht, wie lange, kann man sehen, wie lange man gestreamt hat? Sieht man das? Ne, ne? Keine Ahnung, glaube nicht. Ich weiß nicht. Doch, das geht. Ja, gut. wenn du nachher reingehst, irgendwo in dein Profil, wird halt, glaube ich, angezeigt. Ja. Wie lange du auch mal gebt hast, wenn du in dein Profil reingehst, Meldungen oder so. Da wird dann, glaube ich, angezeigt. Ja. Free free time. Free free time. Ich meine, es ist auch jetzt nicht besonders schlimm, weil jetzt kommt ja Annas Stream auch und dann müssen wir ja wieder rübergehen und der Anna wieder unter die Arme greifen und deswegen ist das völlig in Ordnung. Aber ich plane von Zeit zu Zeit auch mal einen eigenen Stream, aber nicht fest. Also, ich habe diese Zeit nicht. Und ihr seht ja, es sind nicht mehr diese Streams von früher, wo ich auf die Pauke gehauen habe, sondern ich... Auf die Kacke würden wir uns sagen. Ja, genau, die Kacke. Ich wollte nicht mal das Wort erwähnen. Ich möchte einfach nur sagen, dass ich ab und zu mal reinkommen werde und dann werde ich das spontan machen und immerhin. Ich habe es fast auf 100 heute geschafft, spontan. Und das ist völlig, völlig ausreichend. Es geht Qualität über Quantität und solange wir friedlich miteinander diskutieren, werden auch Leute, Hitzköpfe einfach nicht reinkommen wollen oder sie überleben dann nicht lange. Ja, das ist halt eben das Schöne daran. Und wir brauchen auch nicht diesen Clash. Das Schöne ist, wenn ich das Ding hier ausmache, dann interessiert es mich nicht mehr, ob jemand mit Free Palestine gekommen ist oder so. Ja, ich würde mich lieber interessieren, warum jemand mit der Parole Free Palestine kommt, auch wenn ich zum Beispiel dem super abgeneigt bin. Das, was viele Leute nicht verstehen, from the river to the sea, ist, dass die meisten Juden zwischen dem River und dem Sea leben. Und wenn man sagt, from the river to the sea, Palestine will be free, dann bedeutet das, dass man den Juden da drin, das ist eine abschreckende Parole, das ist eine Parole, die Juden nicht auf sich sitzen lassen können. Wenn man diese Parole schreit, dann sagt das eigentlich nichts anderes, from the river to the sea, the Jewish people will never be. Ja, so das ist eigentlich so, was danach kommt. Also wenn sie das rufen, ist es ein Ruf für Genozid. Deshalb sind wir auch dafür, dass es gebannt wird, dieser Ausruf, weil es ist einfach nochmal kein friedlicher Ausdruck für Protest, egal in welcher Definition du das drehen und wenden willst. Wenn du den einzigen jüdischen Staat auf der Welt zerstören willst, egal mit welchen Mitteln, die Hamas will es mit Waffengewalt machen, die PA, Palästinenser Autorität, will es mit UN-Mitteln, Mandaten und so, politischen Mitteln erreichen, aber letztendlich haben sie dasselbe Ziel. Es ist extrem gefährlich, antisemitische Sprache, und die sollte nicht toleriert werden, weil es ist Hasssprache. Eben, eben. Ich bin heute zum Beispiel, ich war heute auf der Straße und ich bin mitten in eine Pali-Demonstration reingekommen. Und wisst ihr, was an dieser Pali-Demonstration so richtig schockierend war? Es waren keine Muslime dabei. Es waren nur weiße Briten, die da rumgelaufen sind. Ja, dass sich bei den Briten extrem diesen weiß, we call it white guilt, savior complex, wie sagt man auf Deutsch? Genau. Rettungskomplex oder so? Heldenkomplex? Oder Helferkomplex? Meinst du das vielleicht? Den Helferkomplex. Helfer, danke schön. Helfer. Ja, dieses, wir müssen den unterdrücken, aber ohne jegliches Verständnis, wer eigentlich die Unterdrücker und die Unterdrückten sind, aufgrund der Hautfarbe, weil das ist auch ein sehr westliches Denkbild. Weiß, weiß und Unterdrücker und dunkel ist direkt unterdrückt. Das ist halt extrem westliches Denken. Auch hinten war es immer so ein bisschen schon komisch. Immer schon etwas. Hey, die Briten haben auch... Weil sie mal ja aus der EU rausgegangen sind, weil die ein bisschen blöd sind. Ja, also das war wirklich politisch gesehen vielleicht nicht besonders clever. Wirtschaftlich definitiv nicht besonders clever. Aber die Briten haben auf jeden Fall eine sehr, sehr hervorragende Geschichte. Sie haben extrem viel geleistet, extrem viel erreicht in der Vergangenheit, worauf die auch stolz sein können. Viele versuchen ja immer, Briten nur als Kolonialismus hinzustellen. Klar war das ein kleiner Teil ihrer Geschichte und ein sehr erfolgreicher Teil. Damit sind sie extrem reich geworden. Aber es ist jetzt nichts, irgendwie was anderes gewesen, als andere Länder damals gemacht. Sie haben es einfach besser gemacht. Ganz einfach. Vielleicht stellen sie in zehn Jahren wieder Eintrittsersuchen an. Mal schauen, wenn es ihnen auch schlechter geht. Sind sie in zehn Jahren, wer möchte, bitte zurück. In zehn Jahren sind sie vielleicht wieder zurück, wenn sie bitte, bitte, bitte sagen, uns geht so scheiße, wir möchten doch wieder in die EU rein. Ja, mal sehen. Ich glaube eher nicht. Ich glaube eher nicht, wenn die das so sehen. Die haben jetzt auch ihre... Frau war ja nicht begeistert, als sie gegen die EU aus, die Bevölkerung sich ausgesprochen hat, wegen König Charles und so weiter. Die waren gar nicht dafür. Die Königin, die ihr noch lebte, war auch erst recht nicht dafür. Man merkte, dann hat sie ja mit ihrer Kleidung schon simulisiert, als sie noch lebte. Egal, was die Briten in Zukunft vielleicht entscheiden oder nicht entscheiden, Fakt ist, dass sie extreme Probleme durch die Migration, illegale Migration im Land haben werden, die, ich weiß nicht, ich glaube, 200 Prozent gestiegen ist wieder. Like, bro, es wird halt immer schlimmer, nicht besser. Und ja, das System kann es nur auf eine gewisse Zeit verkraften, bevor es zusammenbricht. Ja. Siehe Schweden. Da gibt es jetzt einen Bombenanschläge. Also so, ich dachte mir so, what the fuck, ist das Beirut oder ist das Schweden? What the hell? Ja, eben. Und deshalb ist es auch so ein Paradoxum, dass wir ausgerechnet Menschen aufnehmen, die wieder Gruppen in Deutschland gefährden, die einst mal durch andere extremistische Gruppen gefährdet waren. Karl Lagerfeld hatte recht. Man kann auf der einen Seite nicht dastehen und von der Shoah sprechen und vom Holocaust sprechen und auf der anderen Seite Millionen ihrer schlimmsten Feinde ins Land lassen. Das geht gar nicht. Ja. Und wer draußen auf der Straße Jogginghosen anhat, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Da hat er auf jeden Fall auch recht. Ja, ich, genau. Anyway, Free Jogginghosen, Leute. Und es ist halt diese Doppelmoral, sich dann als Regierung hinzustellen und zu sagen, ja, aber wo kommt denn der ganze Judenhass her hier in Deutschland? Also, hör, wie ist das denn passiert? Ja, man hört dich nicht. Man hört dich nicht. Hallo, hallo, hallo. Ja, man hört dich nicht. Auf jeden Fall. Hör ihn. John. Okay. Ich geh noch mal raus. Aber wie gesagt, wir müssen sowieso, gleich kommt ja sowieso Anna. Wir haben ja halb zehn schon. Ja, wir haben das, sobald Anna sagt, dass sie ready ist, dann können wir auf jeden Fall sofort rüber wechseln. Wird ja auch gleich angezeigt, oben, Bild. Ja, also wenn das Bild angezeigt ist, dann wissen wir natürlich, dann gehen wir natürlich sofort über und dann schauen wir uns das mal an. Lass da wieder losgehen. Aber wie gesagt, ein bisschen konträr, Themen muss, also Leute, die sind ja heute, wie wir mal vorhin, welche feige gewesen. Ich habe auch genug eingeladen für deinen Stream und es war ein bisschen feige. Würde ich es was nennen. Was beleidigen? Ja, an dieser Stelle möchte ich auch noch mal sagen, Freunde, Anna hat jetzt gleich ihren Livestream und ich hoffe, dass ihr rüber wandert dann in den Stream von Anna Odessa und ihr dann so ein bisschen unter die Arme greift und den Stream auch noch mal mit unterstützt. Das wäre dann wirklich super nett. Und heute wollen wir das auch mal so ein bisschen pushen und mal gucken, ob wir vielleicht mal Anna Stream heute mal über 100 bekommen, dass wir schneller wachsen und dass wir einfach, dass wir einfach den Stream heute mal ein bisschen wachsen lassen, dass wir richtig mal, dass wir richtig mal zeigen, es geht auch, es geht auch richtig mal in eine Richtung, wo Leute, mehr Leute zuhören. Ja. Und mit den Freunden, die jetzt noch da sind, wenn 54 sofort rüberlaufen, Entschuldigung, Andreas, wenn 54 sofort rüberlaufen, dann hat Anna sofort 54. Und wenn jetzt auch noch 50 oder 100 dazukommen und dann wachsen wir und dann wird die Sache richtig cool. Dann wird es richtig cool. Ja, deswegen, ja. Anna muss aber auch ja, bitte mal fragen. Ja, bitte mal fragen. Das ist ein Bild, das so ein bisschen challenged, ja, das so ein bisschen so die Leute triggert, ja, wo die sagen, okay, was ist das, was ist los hier, Zum Beispiel Gaza vielleicht wirklich mit Stacheldraht drum und Israel-Sieger oben drauf, das würde die wahrscheinlich triggern. Ja, einfach, damit wir, damit, damit, ich meine, wenn, wenn dieses Bild hilft, dass, ähm, äh, Leute kommen und mit uns diskutieren, ja, fantastisch, warum nicht, dann, dann machen wir das halt eben so. So hat man, wie gesagt, Gaza-Streifen, äh, wie gesagt, Stacheldraht drum, Israel als großen Sieger und die Herrschaften am Rennen. Ja, mit Beinen in die Hand. Genau. Genau. Das würde wahrscheinlich helfen. Und auch wahrscheinlich um, äh, äh, Jordan hat auch noch mal so ein Stacheldraht rum. Ich meine, das Problem ist, dass, das Problem ist, dass die, dass leider Gottes die Araber so militarisiert sind und so verdorben sind durch ihre, ihre Wut, ihre islamische, indoktrinierte Wut auf Israel, dass es wirklich, ähm, ja, es braucht einen Heilungsprozess. Wie gesagt, schlimm. Es braucht einen Heilungsprozess. Wie gesagt, schlimm ist da damals, dass der damalige, äh, in der ersten richtigen Schlacht, der, ähm, damals, die bisantinische General, die Schlacht verloren hat, beziehungsweise, äh, es wird ja berichtet, dass der eine Schlacht, ähm, verloren hat, gegen die ausangreifenden Araber, damals, und, äh, wie gesagt, er hat einige, ein, zwei Sachen nicht gewusst, sonst, haben heute Historiker gesagt, hätten die Byzantiner die Schlacht, die erste Schlacht gegen die gewonnen. Und das wäre dann wahrscheinlich auch das Ende für den Moabedaner gewesen. Für den Islam. Genau. Ja. Gab es damals Bericht in der Serie von ZDF da? Terra X oder so. Als der verstorbene, äh, Magmei, einen Schild durchgeführt hat, durch die Sendung. Ja. So, ich würde sagen, ich gehe da mal gucken. Auf jeden Fall, äh, Isak zeigte gerade irgendwas an. Okay. Dann würde ich sagen, dann beenden wir den Stream. Vielen Dank, beste Freunde, dass ihr heute hier gewesen seid. Und wir schlüpfen jetzt, oder springen alle jetzt rüber zu Anna. Ich weiß nicht, ob Anna jetzt gleich live geht. Aber, ähm, dann lasst uns einfach rübergehen zu Anna Odessa und, ähm, und dann schaut ihr euch den Livestream dort an. Okay? Ja, dann bis gleich. Ja, dann bis gleich. Und für euch im Chat recht herzlichen Dank für euren Support. 75.000, ist echt klasse. Vielen Dank, liebe Freunde. Macht's gut. Eine Frage, da du solche Nachrichten bekommst. In Deutschland, äh, ich weiß nicht, ob du in Deutschland lebst, aber in Deutschland, äh, ist das doch, du kannst doch das alles melden, da sind, da sind ja die Polizisten oder die Gerechte mehr, äh, oder machen die da nichts? Also, es ist so, dass, äh, guck mal, die deutsche Rechtsprechung oder die deutsche Justiz ist, äh, vorbereitet auf zivilisierte Menschen, ja, und, äh, und, äh, solche Straftaten, erstens sind sie oft einfach nur, Svetlana, danke, äh, sind sie einfach nur, äh, im Internet anonym unterwegs, so wie diese, äh, diese, äh, äh, Flagge, ja, oh, Moment, jetzt habe ich Svetlana, Svetlana, aber unterbrechen, ich möchte nur kurz zu Ende sprechen, also, die Rechtsprechung sieht so aus, äh, dass, äh, man sehr lange braucht, um diese anonymen Personen zu finden, aber man findet sie, es gibt, äh, Cyberpolizei, und es gibt schon, Svetlana kann auch davon ein Lied singen, es gibt schon diverse Menschen, die gefunden wurden, das heißt, ich mache Screenshots, ja, von den Accounts, deswegen sage ich meinen, äh, Moderatoren nicht zu sperren, äh, und nicht zu stimmen, äh, die sollen sich bitte hier aufhalten, Verfassungsschutz kommt auch in unsere, in meinen Streams, in Svetlana Streams, aber jetzt meine mehr, weil, äh, ich bin, äh, in Deutschland und führe deutschsprachige Streams, es gibt, äh, spezielle Organisationen, äh, gegen Antisemitismus, es gibt, die, da sind Richter, Rechtsanwälte, Juristen, die sitzen daran, natürlich gibt es, äh, Instrumente, justiziale Instrumente, die ich nutze, aber es ist nicht so, dass, ähm, äh, ich wirklich geschützt bin, es ist nicht wie in Israel, in Israel sind die Menschen, die für Aufklärung sorgen, mehr beschützt momentan, die sind dort beschützt von der Armee, von der Polizei, von der Gemeinschaft, wir haben das hier nicht, ja, ja, weil, äh, äh, bei der Polizei arbeiten auch teilweise Menschen, die pro Palestine sind, äh, die zeigen das vielleicht nicht, äh, viele Menschen in der Justiz verstehen nicht, mit wem sie es zu tun haben, das ist auch wichtig, äh, und in vielen Dingen, äh, erst mal muss man ja auch nachweisen, dass, äh, das Judenhetze ist, ja, äh, deswegen, äh, naja, wir tun, was wir können, aber einfach ist es nicht, und es sind sehr, sehr viele, du musst dir auch vorstellen, wie viele Menschen, äh, dann angezeigt werden, ja, äh, Svetlana, du wolltest bestimmt was sagen, hast du wenig Zeit. So, hallo, meine Lieben, ich habe mir einfach gedacht, ich schließe mich zu euch, heute, da ich ja Pause kam, zu dem, was die Anna gesagt hat, ähm, also es gibt, also es gibt schon eine kleine Bewegung in der Richtung, was so gemacht wird, um den Juden ein bisschen mehr Schutz zu geben, da dran arbeitet, ähm, der Europäische Judische Kongress sehr stark mit dem Staat selbst, und die Polizisten, die Polizisten werden mittlerweile geschult, ähm, die werden geschult, auf eine andere Art und Weise zu handeln, ähm, wie man das so kennt, ähm, es gibt anscheinend eine ganz andere, ähm, Maßnahmen, was man gegen Antisemitismus macht, oder was man macht, wenn man Antisemitismus sieht. So, die Polizisten werden geschulten, mittlerweile gab es 100 Schulungen, mittlerweile, und ich glaube, es werden noch mehr geben. Auf meine Frage zum Beispiel, was wir selbst für uns tun können, um uns zu schützen, hat mir, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, hat mir einfach geantwortet, ja, versucht mal, vielleicht nicht so auffällig zu sein. Da habe ich einfach geguckt, ich habe wirklich große Augen gemacht, wie, wie noch mal, wir sollen nicht auffallen, das heißt, wir sollen ruhig sein, wir dürfen jetzt, sag ich mal, unsere Sachen nicht tragen, wie normal tragen, so wie Kippa, und das wird tatsächlich vom Staat angeboten, um einfach mal niemanden zu erregen, oder auf falsche Gedanken zu kommen, sollte man vermeiden, dass Kippa tragen, Zitzi tragen, oder, ja, ihr wisst, Bescheid. Und ich habe dann gesagt, nee, so geht das nicht. Sobald wir anfangen zu schweigen, oder sobald wir anfangen, uns zu verstecken, oder gar die Kippa zu tragen, werden die sich mächtig fühlen, die werden dann sich praktisch, ja, eine Bestätigung einholen, dass die alles richtig machen, die haben uns Angst eingejagt, und die werden dann dementsprechend auch so weiter handeln. Wenn der Staat uns ein bisschen mehr unterstützt, bieten würde, wenn die antisemitische Eingriffe ein bisschen härter oder schneller zum Gericht landen könnten, wäre es natürlich vom Vorteil. Aber die arbeiten dran. Man hat mir versichert, dass die da dran arbeiten, man hat mir Zahlen gezeigt, wie viele Täter zum Beispiel hinter Ginter jetzt wegen Antisemitismus sitzen, wie viele Strafen bezahlt worden sind. Also ich bin allgemein gegen Geldstrafe, weil jeder kann sich diese praktische Straftat wieder freikaufen. Ich glaube, jeder Mensch soll in den Knast landen, egal für wie viele Tage, aber er muss das spüren. Und zusammenhalten. Also wir müssen auf jeden Fall zusammenhalten und selbst unter uns und in unserer Mannschaft haben wir nicht alle miteinander Nummern ausgetauscht. Okay, ich bin immer mit meinem Gesicht präsent und ich habe keine Angst, live zu gehen. Aber viele von uns, die auch im Rahmen unserer jüdischen Community hier in den Streams mitmachen, zeigen nicht Gesicht, weil man einfach Angst hat. Und die verstehen das auch so. Die nehmen das so an. Es ist kein Vorwurf, um Gottes Willen. Der Modus ist fleißig, hat Flaggen unter Symbolen entdeckt. Wahnsinn, starke Leistung. Sätze bilden wird anscheinend wohl nichts heute. Okay, dann halt nicht. Ja, so viel dazu. Wir müssen halt zusammenhalten. Wir dürfen einfach nicht aufhören. Man versucht wirklich pro israelische und jüdische Streams mundtot zu machen und man versucht, Menschen einzuschüchtern, man versucht auch Deutsche einzuschüchtern, aber wir lassen es nicht dabei. Wir bleiben auffällig. Dafür sind wir da, um aufzufallen und um aufzuklären. Wir müssen uns nicht verstecken. Ja, 100 Prozent, weil ich meine, das kann doch nicht sein, wenn die Antwort darauf ist, hey, wir werden bedroht. Ja, ihr solltet euch halt nicht mehr öffentlich zeigen. Das ist ja, als ob man sich... Ja. ...mensch gibt, dass die gewalttätig sind, aber wir machen nichts dagegen. Also das ist genau das falsche Zeichen. Es ist eher wichtig, dass man Arbeit betreibt. Und ich möchte jetzt mit der TikTok-Universität anfangen, ganz kurz. Ja, wir steigen leicht ein. Anna, ganz schnell. Ich war heute in Detmold. Da gibt es so ein Museum unter dem Himmel, sprich so ein kleines Örtchen, wo die deutsche Kultur gezeigt wird. Ja, also diese Fachwerkhäuser, wie die Menschen früher gelebt haben, wie das Ganze so ausgesehen hat. Und ich werde morgen ein Video rausbringen. Das erste Haus, wo du reingehen durftest, in diesen kleinen Örtchen, sieht ja ganz normales Fachwerkhaus. Ja, das ist nichts Besonderes, ganz normal. Ich bin da reingegangen und was mir sofort, ja, aufgefallen ist, das ist die Mesotha, die an der Tür hangt. Und ich dachte, okay, was denn das? Das Haus gehörte einer jüdischen Familie. Du konntest da praktisch viel von Judaika sehen, also die Minora und, 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 und. Das ganze Geschirr. Es war eine jüdische, gläubige Familie. Und, ähm, die Vorfahren von denen haben, ähm, also das Haus in Besitz gehabt, seit 1600 sowieso. Das, ähm, das, ähm, Haus wurde 1550 oder 1557 gebaut. Und so lebten die, in der Generation, nach der Generation, bis zum Zweiten Weltkrieg, wo die, ähm, in einem KZ-Lager gelandet sind, alle und sind da dabei auch umgekommen. Aber die Geschichte von denen ist jetzt bekannt. Und es war für mich so ein bisschen, ja, ich kann das noch nicht mal beschreiben. Ich meine, diejenigen, die uns vermitteln möchten, dass die deutsche Kultur hat mit Judentum nichts zu tun, sollten sich das einfach mal anschauen. Und in gar keinem Haus habe ich Spuren von muslimischen Brüdern gefunden. Das habe ich hier schon tausendmal erklärt, Svetlana. Wer hat ihn jetzt hochgenommen? Guckt mal, ich schmeiße den Kartell erstmal raus. Ja, jetzt niemanden hochnehmen, bitte sich alle stummen, ich möchte was vorlesen. Und danach können Menschen zu uns wieder hoch. Svetlana hat gerade gesprochen, ich habe sie aussprechen lassen. Ja, wir beginnen jetzt mit der TikTok-Universität. Ich wiederhole, es ist wichtig, was Svetlana gesagt hat, weil hier wird oft über meinen Akzent gehetzt, wenn jemand keine Argumente hat. Ich bin eine Jüdin, Svetlana ist eine Jüdin, es gibt in Deutschland, oh, den danke dir, vielen Dank. Es gibt in Deutschland eine jüdische Geschichte, wir sind ein Teil von Deutschland. Es gibt, genauso wie in Israel, es gibt in Israel sehr viele Schuhe, Spuren von jüdischem Leben, es gibt in Deutschland ebenfalls Spuren von jüdischem Leben und es gibt aber keinerlei Spuren von muslimischem Leben in Deutschland. Ihr habt die Chance oder hattet sie, euch zu integrieren, was daraus zu machen, als Juden vertrieben worden sind. Ein Moment. Ein Moment. Anna. Als Juden vertrieben worden sind aus Israel, haben die sich überall auf der Welt verteilt und haben sehr viel daraus gemacht. Ich werde gleich vorlesen, ein Teil davon, was. Ja? Schatz, ich möchte mich beabschieden, weil ich auch k.o. Vielen Dank an alle, die mitmachen. Macht eine starke, also wirkliche Leistung. Hut ab und einfach weiter so. Ich wünsche euch allen Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja, danke, dass du da warst. Ihr habt die Möglichkeit, euch zu integrieren und genauso wie die Juden etwas daraus zu machen. Stattdessen läuft ihr rum, spielt Opfer, dass man Islam kritisiert, aber vorher ganz schön gegen die Juden hetzen. Ich möchte jetzt bitte nochmal, Leon, wenn du was sagen möchtest, sag es jetzt. Ich möchte vorlesen und dann können wir weitermachen. eine Diskussion. Sie sagt aber, ich wollte schlafen gehen gleich, deshalb Dankeschön, wie immer. Gute Nacht. Gute Nacht, mein Lieber. Ja, gute Nacht, Leon. Wo ist denn Kian? Kian ist gleich zurück. Einen Moment. Ich bin auch in einer Minute wieder da und dann beginnen wir sofort. Kian ist klar, ich muss gleich lesen. Sibom, wenn du da unten hetzen willst, dann sage Maus und du bist raus. Kian ist kurz beschäftigt, wahrscheinlich. Moment, ich bin in einer Minute wieder da. Ich bin auch im Verkehr mit Dreijährigen für Juden. Hör mal, was für ein Blödsinn erzählst du da? Ich lass dich sitzen. Was für ein Blödsinn erzählst du da? Erzählt ja irgendwas aus dem anderen, was überhaupt nicht stimmt. Was überhaupt nie... Ja, das wird wahrscheinlich auf ein Minarett draufsetzen. Auf die Spitze. Also jetzt hoffe ich, ich werde nicht mehr... Simba Moon ist noch da, ich bin's, Andreas, ich hoffe, ich werde jetzt nicht unterbrochen. Fünf Minuten, ja? Ich beginne mit unserer TikTok-Universität. Weltweit nehmen Leute Aspirin, sehen Tonfilme, nutzen USB-Sticks, mailen über Glasfaserkabel und halten an Verkehrsampeln. Aber wer hat es erfunden? Besonders kreativ waren wir in Deutschland bis Anfang der 30er Jahre. Die patente jüdische Erfinder machten Deutschland zu führenden Industrienationen in Europa. Von 1901 bis 2023 waren von den 965 Personen, die den Nobelpreis erhielten, 214 Juden oder hatten mindestens einen jüdischen Elternteil, was 22% aller Preisträger entspricht. Juden machen nur 0,2% der Weltbevölkerung aus, was bedeutet, dass der Anteil an Gewinnern 100 Mal höher ist als der Anteil der Weltbevölkerung. Stand 29. Oktober 2023. Gegen wen hier gehetzt wird? Ja, ich zeige euch auch die Firmen, ein paar Unternehmen, die eben von Juden beziehungsweise von Israel kommen. Ja, das sind so Erfindungen, besonders mein Ben & Jerry Eis und Erfindungen von Zivilisten in Gaza. Und was hier oft einfach für Begeisterung sorgt in Deutschland in letzter Zeit. Und dann möchte ich euch noch ein paar Dinge erzählen, was, also noch zehn Dinge erklären, die auch ebenfalls von Juden erfunden worden sind gegen ein Staat. Wird ja gehetzt, das jüdisch ist, einfach damit ihr versteht, welche Menschen damit gemeint sind. Und wenn man für einen judenfreien Staat wirbt in Deutschland, ja, wenn man für die Vernichtung der Juden wirbt und wenn man nämlich schreit, dass Israel bitte aufhören soll, sich zu wehren, dann wirbt man genau dafür. Von den Juden erfunden wurde der Laser. Der Laser ist heute ja in alltäglichen Geräten wie Barcode-Scannern und DVD-Playern weit verbreitet, aber auch in spezielleren Werkzeugen, die zur Markierung von Zielen oder Geschwindigkeitsmessungen eingesetzt werden. Der Name des Lasers steht ursprünglich für die Abkürzung Light Amplification by Stimulated Emission of Redition. Lichtverstärkung heißt es, durchstimulierte Stallungsmissionen Dankeschön und hat sich auf viele Bereiche unseres modernen Lebens ausgewirkt. Es war der jüdisch-amerikanische Physiker Theodor Maymann, wie man auch vom Namen hört in deutscher Abstammung, der am 16. Mai 1960 zum ersten Mal einen Leser abfeuerte. Seine Arbeit basierte jedoch auf den theoretischen Grundlagen, die Albert Einstein, ebenfalls ein Jude und ebenfalls übrigens aus Deutschland, 1917 geschaffen hatte. Die Tradition der jüdischen Innovation in der Lasertechnologie setzt sich bis heute mit dem Wissenschaftler Soros Alfero fort. Im Jahr 2000 erhielt er den Nobelpreis für Physik für seine Arbeit am Heterotransistor, einem Laser, der extrem hohe Frequenzen verarbeiten kann. Seine Arbeit an der Lasertechnologie hat unsere Welt nachhaltig beeinflusst. Dann der Herzschrittmacher und der Defibrillator. Diese Erfindungen sind im wahrsten Sinne des Wortes Lebensretter und eine große Errungenschaft in der Welt der Wissenschaft und der Gesundheit. Ich bitte alle Leute, die Pro-Palestine sind und die gerne McDonald's und Starbucks boykottieren, auch für sich und ihre Familien, Herzschrittmacher, Defibrillatoren sowie viele andere medizinische Geräte, Operationen und natürlich Medikamente ebenfalls zu boykottieren. Dann erledigt sich das Problem mit euch von selbst. Ein Herzschrittmacher zum Beispiel wird durch einen chirurgischen Eingriff in den menschlichen Körper eingesetzt, damit er den Herzschlag mit elektrischen Impulsen regulieren kann. Ein Defibrillator kann das Herz im Falle von Herzrhythmus Störungen wieder in Gang bringen. Das heißt, wenn das Herz unregelmäßig schlägt. Vielen Menschen wurde damit, wie ihr verstehen könnt, das Leben gerettet. Auch vielen Menschen, die Juden den Tod wünschen. Für jeden, der an einem Herz leidet, waren diese Erfindungen das medizinische Wunder, das so dringend gebraucht wurde. Es war der jüdisch-amerikanische Kardiologe Paul Zoll, ebenfalls aus Deutschland abstammend, der bei der Erfindung des Herzschrittmachers und des Defibrillators Pionierarbeit leistete. Und dann natürlich die Gentechnologie. In den letzten Jahren haben wir genetisch veränderte Lebensmittel wegen ihrer gesundheitsschädlichen Wirkung auf unseren Körper kritisiert. Es hat für viel Aufsehen gesorgt. Die Gentechnik hat jedoch gezeigt, dass sie ein vielversprechender Weg zur Behandlung von Krebs sein könnte. Darüber hinaus werden genetisch veränderte Organismen zur Massenproduktion von Insulin und zur Verbesserung der Krankheitsresistenz von Nutzpflanzen eingesetzt. Im Jahr 1972 schuf der jüdisch-amerikanische Wissenschaftler Paul Berg ebenfalls mit deutschen Vorfahren die ersten Rohkombinaten DNA-Moleküle die für die moderne Gentechnik verantwortlich sind die wir heute betreiben Dann die vierte Erfindung Rostfreier Stahl Im Gegensatz zu gewöhnlichem Stahl ist rostfreier Stahl stark genug um Korrosion Rost und Flecken zu bekämpfen Edelstahl findet sich heute in unseren eigenen Küchengeräten in der Architektur unserer modernen Städte und in den Flugzeugen mit denen wir reisen 1893 erfand der deutsch-jüdische Chemiker Hans Goldschmidt das Verfahren zur Herstellung von kohlenstofffreiem Chrom und ließ die Thermitreaktion 1895 patentieren Diese Entdeckung war für die Herstellung von rostfreiem Stahl von großer Bedeutung da es sich um eine Legierung mit einem Chromanteil von mehr als 10% und einem geringen Kohlenstoffgehalt handelt Ja Dann diese Masse Energie Äquivalenz für Energie Konzept eines Objekts Ich weiß es ist für manche zu hoch Also diese Formel wurde bei der Entwicklung der Atombombe verwendet Bevor jedoch die Atombombe ein Gedanken in den Köpfen der Menschen war war es der jüdische Physiker Albert Einstein der als erster die Idee einbrachte dass die Masse Energie Äquivalenz ein grundlegendes Prinzip in den Symmetrien von Raum und Zeit ist Ich zeige euch aber was zum Beispiel Gaza für euch erfunden hat Ich finde wir brauchen uns nicht schämen und sollten während wir die jüdischen Erfindungen für diese Welt zeigen den Leuten präsentieren für was hier genau genau du hast sogar die Formel gezeigt für was Gaza steht dann Impfungen gegen Cholera und Beulenpest Sowohl die Cholera als auch die Beulenpest waren im Laufe der Jahrhunderte für massive Ausbrüche und Todesfälle auf der ganzen Welt verantwortlich Die Beulenpest die auch als Schwarzer Tod bekannt ist war der tödlichste Krankheitsausbruch in der Geschichte der Europa im Mittelalter Polo Impfstoff Polomythilis Kinderlähmung ist eine Infektionskrankheit die zu Lähmung führen kann sie trat erstmals Ende des 19. Jahrhunderts in Europa auf bevor sie schließlich auch in den Vereinigten Staaten gelangte im 20. Jahrhundert wurde Polio zur gefürchteten Kinderkrankheit der Hunderttausende zum Opfer fielen darunter auch der US-Präsident Franklin Roosevelt der österreich-jüdische Biologe Karl Landsteiner begann mit der Identifizierung des biologischen Erregers der Kinderlähmung und war 1908 erfolgreich in den 40er und 50er Jahren verbrachte Jonas Salk ein ebenfalls jüdischer medizinischer Forscher sieben Jahre mit der Entwicklung eines Impfstoffs gegen Polio dann Atomwaffen ja werde ich mich nicht großartig damit befassen wichtig Kapitalismus haben auch die Juden erfunden ich weiß es fallen immer die Zuschauerzahlen wenn wir über Tatsachen sprechen deswegen liken liken unterstützen danke Simbamon Kapitalismus ja haben die Juden erfunden da wo wir jetzt drin leben und was unsere gerne links gerichteten Menschenrechts Versteher und Kämpfer gerne zerstören möchten mit dem Ende des Fidelismus im 15. Jahrhundert entwickelten sich verschiedene Formen des Kapitalismus zu dem in der wesentlichen Welt in der westlichen Welt am häufigsten verwendeten Wirtschaftssystemen dieses System basiert auf marktwirtschaftlich erzielten Gewinnen und wird auch heute noch überall auf der Welt angewandt es war der jüdische Volkswirt David Ricardo der den Begriff Kapitalismus erstmals in seiner 1817 veröffentlichten Schrift Principles of Political Economy and Taxation verwendete in seiner modernen Form wird der Kapitalismus eher Karl Marx zugeschrieben der aschkenasische jüdische Abstammung ist und in seiner 1867 erschienenen Schrift Das Kapital empfehle ich jedem zu lesen bevor man über Juden und über Kommunismus und über Rechtsextreme und sowas quatscht sollte man das Kapital lesen also die Schrift erschien mehr als 2600 Mal auf das Wirtschaftssystem hat dort mehr als 2600 Mal auf das Wirtschaftssystem Bezug genommen und wenn ihr das Buch lest dann werdet ihr viel viel besser verstehen was gerade übrigens auch in Deutschland und in der ganzen Welt passiert und Zehntes was Juden erfunden haben wovon wir jeden Tag uns bereichern das ist natürlich Google Sheikh Google als Google 98 gegründet wurde konnte niemand so recht verstehen welchen Einfluss das Suchmaschinen Unternehmen auf das Internet und die Welt haben würde heute ist Google nicht mehr nur eine Suchmaschine denn das Unternehmen stellt viele verschiedene Produkte her von Gmail über Drive bis hin zu Google Home das Unternehmen hat auch Chrome entwickelt das Browser Betriebssystem für den Google Chromebook Computer und darüber hinaus ist Google natürlich federführend bei der Entwicklung des Android Betriebssystems das auf allen Android Telefonen verwendet wird aber wir sind auf der Seite vom Erfinder von Hamas Spital Google ist Haram genau das Toxic Verse Boykottiert bitte Google Boykottiert bitte Aspirin Boykottiert bitte Röntgen Boykottiert bitte Herzschritt Macher Boykottiert bitte Flugzeuge und Boykottiert Krebs also überhaupt die ganzen Medikamente Boykottiert bitte alles was also die Geschäfte da wird ja gescannt mit dem Laser Boykottiert ganz viel wo überhaupt überall wo Laser drin ist und nicht nur McDonald's und Nike TikTok ist Haram genau das Simbamon TikTok ist absolut Haram denn das ist auch im Internet und selbst das Internet wurde von einer jüdischen Frau erfunden und ist somit auch unbedingt zu Boykottieren ist definitiv auch Haram so wie Apple übrigens auch also nicht nur Google und Chrome so wie Facebook so wie X so wie alles ich finde ihr könntet euch selbst in die Steinzeit Alter in das Standzeitalter boykottieren das wäre ideal ja und dann könnte man sehr viele Menschenleben in Israel sich sparen und wir würden in Deutschland uns auch sehr viel Leid ersparen wenn ihr das alles einfach nur alles was jüdisch ist einfach nur boykottiert ja bring them home solange die Geiseln nicht frei sind solange Israel täglich von hunderten Raketen aus vier verschiedenen Richtungen aus dem Jemen aus Westjordanland aus Judäa aus Gaza und aus Libanon bombardiert wird dass auf den deutschen Straßen so was stattfindet dass deutsche Straßen wieder so was sehen wo gegen Juden und gegen Israel gehetzt wird das ist für mich absolut pervers ich hatte nie gedacht ich bin 96 nach deutschland gekommen dass ich sowas hier noch mal erlebe also dass ich sowas erleben würde ich war der besseren Meinung von der deutschen Justiz und vom Verständnis der deutschen Politiker und deswegen führe ich diese Streams seit einem halben Jahr und bitte euch mich dahingehend auch zu unterstützen einmal indem ihr den Stream teilt liked ja ich werde nie aufhören das zu wiederholen und auch anderweitig unterstützt und indem ihr natürlich auch aktiv weiterleitet alles was worüber wir hier sprechen indem ihr Menschen keine Bühne gebt die Fakes über Israel verbreiten ja 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 Anna die Menschen vergessen sehr schnell die Geschichte weil es gab ja in Deutschland das Problem Deutschland hat Gott sei Dank den Krieg den Zweiten Weltkrieg auch verloren und Deutschland hat sehr sehr viel gemacht und hat sich definitiv gebessert aber Deutschland brauchte Hilfe und Deutschland bekam Hilfe Deutschland wurde in zwei geteilt ein Teil ging leider an die Sowjetunion und der andere Teil ging an die westlichen Alliierten und dort wo westliche Alliierten waren zum Beispiel Amerikaner die haben sehr sehr viel für Deutschland getan ja die haben hier für die Wirtschaft gesorgt nicht nur mit Geld sie haben auch für Produktion und ganz viele wichtige Dinge gesorgt sodass das deutsche Wirtschaftswunder den Deutschen auch ermöglicht wurde aber sie können nichts dafür sie sind Amerikaner sie haben kein nationales Gefühl für Deutschland und für Deutsche und ja es ist untergegangen dass Deutsche sowas wie eine deutsche Ethik beigebracht bekommen haben denn deutsche Ethik widerspricht nicht der Aufarbeitung des Dritten Reichs ich habe schon zu Beginn des Streams gesagt jeder Terrorist jeder Terror statt stellt sich als Opfer dar und man müsste den Deutschen eigentlich besonders den jüngeren Menschen damals nach dem Krieg nicht nur sagen müssen die Deutschen waren schuld und die Deutschen waren Nazis sondern wie es dazu kam das ist viel viel wichtiger wie solche Dinge von Staaten gehen wenn es beginnt und wie man handelt denn wenn es in vollem Gange ist ist es zu spät als Deutsche dachten sie wären Opfer von Franzosen Russen und Juden ja sie haben es geglaubt ab einem bestimmten Zeitpunkt oder sie haben an sich gezweifelt aber sie haben in einem Punkt wo sie noch frei waren sie haben nicht die Gefahr erkannt auch Juden haben die Gefahr damals nicht rechtzeitig erkannt und ich habe aus der Geschichte gelernt und ich erkenne die Gefahr rechtzeitig und appelliere an euch ebenfalls rechtzeitig die Gefahr zu erkennen und die Gefahr ist da und wenn man von uns zu viel Toleranz verlangt dann kommt die Gefahr von zu viel Intoleranz wenn rechte Rechtsextreme überhaupt ich spreche jetzt nicht von AfD ich spreche von Rechtsextremen ok wenn überhaupt Rechtsextreme aufwachen sollten dann nur dank zu viel Toleranz um es TikTok sportlich auszusagen wir müssen nicht tolerant sein zu Menschen die uns sagen sie werden unser Land Deutschland übernehmen und die in Deutschland für einen judenfreien Staat werben Kian du bist wieder da vielleicht möchtest du was sagen ja also zu dem was du gesagt hast kann ich nicht mehr viel sagen weil das was du gesagt hast hat gereicht die die Auflistung die du gemacht hast zeigt dass Juden kein kontraproduktives Volk sind dass sie ihren Anteil hatten an der Geschichte schaut man sich die Propaganda der sogenannten Antizionisten und der Antisemiten die sich hinter dem Zionismus der Zionismus Kritik verstecken an dann stellen wir fest dass sie immer die negativen Seiten von Juden hervorheben zum Beispiel Juden sind Schuld an der Verbreitung von Pornografie Juden wollen dass die westlichen Gesellschaften in Dekadenz versinken Juden sind am dedustriktiven Verhalten verantwortlich der im Westen voranschreitet aber auf der anderen Seite sieht man dass die Juden in Sachen Kunst Geschichte besonders Wissenschaft Kultur einen großen Einfluss gehabt haben gestern hatten wir Mendelssohn also wir sehen es gibt so viele jüdische Persönlichkeiten die positiv beigetragen haben zu einem jüdischen Leben und da stellt sich für mich immer die Frage wieso versuchen einige Gruppen Juden in die Ecke zu drängen wo sie so etwas wie ein Weltverschwörungsplan haben für die für den Rest der Menschheit ja und deswegen ist es sehr wichtig dass wir in den Streams auch betonen zum Beispiel dass Juden immer einen sehr positiven Beitrag geleistet haben nicht nicht alle Juden waren positiv Epstein war ein Schwein ja aber das spielt keine Rolle es gibt einen Haufen Menschen die sich christlich orientieren und trotzdem eine Katastrophe sind ja aber wenn ein Epstein einen Fehler macht dann heißt es sofort schaut euch die dekadente Volk der Juden an schaut euch doch mal an Zionisten schreibt jemand sind die Parasiten auf Erden schreibt jemand hier Hartmut Zart Zucht Wir haben hier noch jemanden Soldier Soldier Al Rafid ich hoffe ich spreche deinen Namen aus guten Abend sprich dich aus was du sagen möchtest aber bitte einen Punkt nach dem anderen nicht alle auf einen Ich finde ihr macht das hier viel zu kompliziert also keiner hat gesagt dass die Juden schlecht sind oder dass die Juden irgendwie minderwertig wären in jedem Volk in jeder Religion sind Menschen die haben was im Kopf die haben ein gutes Herz und gleichzeitig gibt es auch welche die haben keinen guten Kopf also nichts in der Birne und nichts im Herzen so wovon wir aber jetzt gerade reden müssen ist das ganz klar ganz klar das Land was gerade im Nahen Osten Bomben auf andere Leute schmeißt dass sie einen Völkermord begehen Tiktok sportlich und dass sie eine Kolonie des Westens sind im Nahen Osten und da also ich verstehe nicht also wer das nicht einsieht der ist wirklich also da fiel mir wirklich die Worte für ihn darf ich auch deine Frage darauf antworten und zwar ich würde gerne mit einer Gegenfrage antworten und zwar du behauptest Israel beginnt ein Völkermord dann erklär mir bitte anhand internationalen Recht warum das israelische Vorgehen im Gaza Streif ein Völkermord ist du hast die Aussage betätigt dann musst du sie auch beweisen können wir sind hier nicht bei hier bei Flat Earth Verschwörungstheoretikern die Behauptungen aufstellen sondern wir wollen die Beweise du behauptest was dann an die Hand internationalen Recht Beweise es mir bitte Also soll ich dir jetzt die Definition als Völkermord aus Google raussuchen oder was willst du ich weiß nicht du behauptest dass Israel ein Völkermord ist da musst du ja die Definition von Völkermord wissen und dann musst du mir erklären warum du der Meinung bist dass diese Definition auf das israelische Vorgehen im Gaza Streifen zutrifft Weißt du überhaupt die Definition von Völkermord Die habe ich bestimmt schon mal gelesen Vernichtung oder Auslöschung oder Tötung eines bestimmten Volkes Irgendwas in die Richtung auf jeden Fall Bist du Iran freundlich Guck mal wir reden jetzt nicht über politische Ansichten wir reden von Fakten hier Doch das ist sehr sehr wichtig ich sage das schau mal ich komme aus der schiitischen Szene Es ist mir egal wo du herkommst Nein es ist gar nicht egal dein Name ist ein Hardcore schiitischer Name okay und der Schia Islam ist augenblicklich die größte Bedrohung für Israel okay du bist auch noch stolz darauf dass du in einem gewissen Konflikt stehst mit den Sunniten und nennst dich auch noch stolz ein Rafida also von Brüderlichkeit du brauchst nicht mit Brüderlichkeit in unseren Stream kommen und von Menschen gut und Menschen hier und wir müssen alle nett zusammenhalten du pfeifst aus deiner eigenen muslimischen Community die aus der sunnitischen Ecke kommst sonst würdest du diesen Namen gar nicht Dein Name ist Hass gegen Sunniten mein Name ist Hass gegen die ungerechten Menschen wenn irgendein Sunnite sieht dass du dich ein Soldat von Rafida nennst dann weiß jeder dass du ein Ablehner der gesamten sunnitischen Dogmalehre bist und das weiß jeder dann alle drei Khalifa du magst die meisten Anhänger des Prophet Mohammed nicht du bist nur auf die Ahnung wir reden jetzt nicht ich habe jetzt keine Lust mit dir in die Islamdebatte zu schlagen ob du hinter der Islamischen Republik Iran stehst ich habe jetzt keine Lust mit dir in die Islamdebatte zu starten ich habe nur gesehen ich habe nur gesehen ich verteile ich stehe hinter der Islamischen Republik Iran ich habe keine Lust mit dir eine Islamdebatte zu führen dann komme nicht mit Menschlichkeit wenn du die Politik der Islamischen Republik Iran verteidigt wenn du ein Mensch bist was ich was ich also augenscheidlich sich so aus wie ein Mensch dann müsstest du gegen die Abplachtung und die Tötung von Menschen sein so ganz einfach das hat doch die FAMAS gemacht am 7 Oktober solche erklär mir bitte du hast immer noch nicht erklärt ich habe dich gefragt warum bist du der Meinung dass ein Völkermord stattfindet und du reichst die ganze Zeit aus wenn du dein Telefon auf Andreas ihr braucht gar nicht weiter zu fragen ihr braucht gar nicht weiter zu fragen ich sehe das Profil von jemanden und ich weiß sofort welche religiöse oder politische Beziehung er damit aufbaut und ich sehe an seinem Profil sofort dass ein Hardcore Schiite ist und wenn er ein Hardcore Schiite ist dann gibt es zwei Optionen er ist so ein Schiite der gegen die Islamische Republik Iran ist weil er zum Beispiel einer anderen schiitischen Sekte angehört oder er ist voll hinter der Linie der Islamischen Republik Iran und wenn er hinter der Islamischen Republik Iran ist dann brauchen wir überhaupt nicht mehr zu hören was er sagen will weil dann steht er hinter der Politik der Auslöschung des Staates Israel und dann spielt es keine Rolle mehr ob er von guten Menschen und schlechten Menschen spricht deswegen meine Frage ist bist du ein Anhänger der Islamischen Republik Iran bist du ein Anhänger von Ayatollah Khomeini oder von Ayatollah Khomeini oder von irgendeinem iranischen Kleriker der Hezbollah der Sepahe Pastaran der Basij oder sonst irgendeiner Gruppierung im Iran das ist alles was ich von dir wissen will du bist anonym wir sehen dein Gesicht nicht da kannst du doch einfach ja oder nein sagen ganz einfach ja oder nein welcher Moderator hat jetzt den neuen Teilnehmer zugefügt wie oft also nochmal ich werde ab jetzt neue Regeln einführen während wir sprechen Andreas nur ich werde ich weiß warum ich das mache während wir sprechen keine neuen hoch holen nur wenn ich sage wir können welche hoch holen oder wenn ich selber bitte bleibt in der Schlange ihr kommt alle hoch aber nach und nach so Simba Mund hier siehst die Definition von Völkermord ich kann sie auch gern vorlesen und zwar die Definition von Völkermord eine der folgenden Handlungen begangen in der Absicht eine nationale rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören und dann werden diese Handlungen aufgelistet aber ganz ganz wichtig diese Handlungen müssen in dieser Absicht begangen worden sein das heißt nur weil in diesem Krieg Menschen sterben ist es kein Völkermord erst wenn diese Menschen mit dieser Absicht getötet werden ist ein Völkermord und ich möchte von dir wissen wo siehst du die Absicht von Israel das palästinensische Volk auszulöschen wo siehst du das erklär es mir bitte du hast diesen Völkermords vorhofen in den Raum gestellt da musst du auch beweisen können warum du das behauptest jetzt darfst du reden wir haben keinen zu reden soll du antworten also soldier wenn du schweigst weil dein Mikro ist an dann werde ich dich entfernen fällt dir auf einmal auf dass du doch keine Argumente hast ja typisch wir nehmen jetzt den nächsten hoch wenn man sie mit fakten konfrontiert dann weichen sie immer wieder zurück weil sie keine fakten haben ist auch weg danke dir ha ha danke danke übrigens an alle die den stream mit geschenken unterstützen das ist sehr sehr wichtig auch und nochmal liken teilen das ist auch sehr wichtig wir haben erst fast 60.000 likes aber es ist so wenig und wenig teilungen ich bitte euch das nochmal zu machen wir nehmen jetzt jetzt will soldier wieder hoch aber wir haben wir finden das ganz schnell heraus ich meine wir messen immer wir messen alles immer an der art wie die leute miteinander sprechen was sie von sich aus sagen und wie sie sich im internet repräsentieren also jetzt nenn doch mal bist du pro islamische republik was hat südafrika gemacht vor dem internationalen gerichtshof bist du pro islamische republik ein ganzes land bist du pro islamische republik angeklagt vor dem internationalen gerichtshof wegen völkermord ja und was hat und was hat der internationale gerichtshof dazu gesagt er hat gesagt das ist unsinn und da gibt es da keinen völkermord und außerdem eine anklage ist nicht damit gleichzusetzen dass es einen völkermord gibt oder dass es tatsache ist nur weil jemand vor gericht steht gilt die dann gilt die unschuldsermutung erst wenn das ganze gericht erst wenn der internationale gerichtshof sagt es ist ein völkermord oder es ist kein völkermord kannst du diese aussage treffen nur weil israel vor gericht steht ist es kein völkermord genauso wenig wie keine ahnung wenn ich dich jetzt anzeige wegen irgendeinem bullshit der gar nicht stimmt kann ich dann auch sagen dass du keine ahnung wenn ich jetzt sag du hast einen mord begangen ich zeig dich an guck mal ich frage dich als mensch ohne irgendeine meinung jetzt natürlich nicht als fisch wir wissen dass du ein mensch ich frage dich als mensch als mensch hatte ich dir gefragt bist du pro iranischen mullahregime oder gegen ja oder nein lass mich doch zu Ende ausreden nein nein du hast eine frage von dir bekommen bist du pro pro mullahregime oder gegen bitte lerne erstmal deutsch dann kannst du mit mir weiterreden so lass mich erstmal zu Ende ausreden du wirst dir so reden dein ticket ist schon bereit zum mullahregime du du bist du bist du bist du bist ein wenn du ein anhänger dann kannst du nicht mehr viel von mensch zu mich doch zu Ende ausreden warum sollte ich das warum sollte ich dich zu Ende reden lassen ich habe dich auch auslehen lassen weil du antwortest nicht du fährst ein monolog ich frage dich doch also ich habe ihn jetzt entfernt damit er sich wieder beruhigt du kannst soldier wieder hochkommen wenn du wieder in der lage bist sich respektvoll mit menschen zu unterhalten du bist hier gast du hast das ein bisschen verwechselt ja ich bin host kian ist co-host und alle anderen sind sprecher von die gehören zum team du bist auf einer plattform für aufklärung nicht streit nicht für hass und du kannst nicht in diesem ton mit meinem team sprechen das geht nicht und du kannst auch nicht wenn dir argumente fehlen etwas über akzent sagen ich habe eben nicht nur dir sondern in diesem stream erklärt wir sind juden wir sind in deutschland weil wir ein teil von deutschland sind es gibt in deutschland eine jüdische geschichte du bist hier als gast du hast die chance sich zu integrieren und zeigst mit deinem verhalten wenn du kein argument hast und du hast keine einzige sind bei monat ich gefragt du hast einen vorwurf gemacht wegen genozid wegen völkermord was ist völkermord was genozid und wenn du erklären kannst erkläre es und nenn uns die anzeichen dafür in gaza null argumente null dann hat kian dich gefragt bist du für das mullah regime in iran oder nicht du kannst das nicht beantworten aber was du kannst sind beleidigungen und auf persönlicher ebene das funktioniert in diesem stream nicht und deswegen wenn du dich nochmal hoch meldest dann nur wenn du beruhigt bist und in der lage bist sich zu unterhalten ja ich wollte sagen er hat gerade von südafrika gesprochen der anc ist beziehungsweise der plo beziehungsweise hamas verpflichtet sonst hätten die nichts gesagt wie gesagt die hätten keinen antrag in den haag gestellt wenn die nicht in deren schuld wären beziehungsweise wenn die das ist täter opfer um ja schon wieder der anc unten südafrika ist der der plo verpflichtet sonst hätten die beziehungsweise nichts gesagt und hätten sich daraus gehalten wie gesagt das war es sind irgendwie mitläufer der anc und sonst gar nichts mit dem und wenn man afrika anspricht man sollte nicht vergessen der internationale gerichtshof hat festgedickt dass die hamast sofort bedingungslos sämtliche geiseln freilassen muss südafrika hat eine gute verbindung zu hamas warum hat südafrika sich bei der hamas nicht dafür eingesetzt dass diese dem gerichtsurteil folge leisten warum nicht geht es ihnen vielleicht doch nicht um ihren angeblichen vorwurfs sondern einfach nur darum israel zu schaden und israel zu hassen wenn sie sich nämlich wirklich für dieses urteil für diese klage einsetzen dann würden sie dafür sorgen dass die hamas dem urteil des internationalen gerichtshofs folge leistet und die hama und südafrika hat gute verbindungen zu hamas das wissen wir aber es machen sie nicht weil die menschen scheißegal sind es geht einfach nur darum fake klagen gegen israel anzustreben also es ist auch wichtig dass wir uns erinnern es sind immer noch 134 Geiseln un mit arbeiter direkt als hamas anhänger beziehungsweise als mörder in israel tätig und das sind nur die zwölf die sie die so blöd waren und sich selbst dabei gefilmt haben wie sie in israel einbrechen und dort menschen zu tode foltern 1200 un mit arbeiter sind Mitglieder bei der hamas oder im islamischen dschihad mehr als 3000 lehrer gehören bei den hamas telegram gruppen an wo gewalt und mord an juden verherrlicht wird ja und über 6000 un mitarbeiter haben nahestehende verwandte bei der hamas oder im islamischen dschihad und damit glaube ich ist jedem klar dass die fragen über die einfachen zivilisten beantwortet es sind keine einfachen zivilisten dort das sind menschen die die hamas gewählt haben sie haben die hamas gewählt und sie unterstützen die hamas bis heute zu 80 prozent und die anderen 20 prozent die die hamas nicht unterstützen da sind die opfer der hamas und der gesellschaft in der sie leben die die hamas unterstützt wir kommen zu einem mythos wieder ein bisschen tik tok universität was ich gerne jetzt einbauen möchte und zwar dass israel unverhältnismäßiger gewalt anwendet kian danke dir auch für diesen text israel wird regelmäßig wegen der anwendung unverhältnismäßiger gewalt als reaktion auf terror anschläge an den pranger gestellt kritiker versetzen sich nie in die lage israels der auto und friedensaktivist amos os brachte dies in einem interview über israels reaktion auf die raketenangriffe der hamas im rahmen der operation protective edge im jahr 2014 auf den punkt was würden sie tun wenn ja wolltest du was sagen ja und zwar vorhin hat mir jemand geschrieben ich soll mich schämen weil ich gesagt habe dass das halt kollateralschäden sind die 13.000 menschen die gestorben sind die keine hamas terroristen sind und da möchte ich aber nur sagen das ist krieg es ist laut internationalen völkerrecht okay dass kollateralschäden entstehen das ist krieg krieg ist dreckig ich denke die westliche welt ist so in watte gepackt dass sie von der watte traumatisiert ist im krieg sterben menschen sterben unschuldige menschen das ist krieg krieg ist die hölle jeder andere krieg juckt euch nicht aber dieser krieg ist so schlimm und in diesem krieg darf kein einziger kollateral kein einzigster mensch als kollateralschäden sterben aber in allen anderen kriegen ist scheißegal es ist krieg krieg ist dreckig krieg ist scheiße aber im krieg sterben nur menschen das ist traurig aber das ist die wahre tatsachen ich weiß nicht was ihr alle für probleme habt seid ihr alle so in watte gepackt dass ihr komplett die Realität verloren habt also ja das wollte ich aber nur mal dazu sagen ja aber die Realität ist ja auch bei vielen vielen menschen tatsächlich verloren mittlerweile weil ansonsten würde es solche gespräche beziehungsweise solche vorwürfe wie genozid und völkermord und kindermörder und ich habe nichts gegen zionisten nur nichts gegen juden nur gegen zionisten sowas würde es hier nicht geben also noch mal zur unverhältnismäßigkeit was würden sie tun wenn ihr nachbar auf der anderen straßenseite sich auf den balkon setzt seinen kleinen jungen auf den schoss setzt und anfängt maschinengewehr feuer in ihr kinderzimmer zu schießen was würden sie tun wenn ihr nachbar auf der anderen straßenseite einen tunnel von seinem kinderzimmer zu ihrem kinderzimmer gräbt um ihr haus in die luft zu sprengen oder ihre familie zu entführen die frage die er nicht stellte lautete was wäre ihrer meinung nach eine angemessene reaktion auf diese angriffe ich würde noch hinzufügen wenn ihr nachbar ihre ehefrau vergewaltigen würde und ihr kind verbrennen würde was wäre die verhältnismäßige reaktion dann es ist nicht nur hypothetisch als reaktion auf ein attentat auf präsident bush im jahr 1993 feuerten die usa 23 marsch flugkörper auf das hauptquartier des irakischen geheimdienstes ab und trafen ein wohnviertel colin powell sagte später dies sei eine angemessene verhältnismäßige reaktion nach dem 11. september setzten die vereinigten staaten im krieg im irak überwältigende gewalt ein und obwohl zivilisten nicht ins visier genommen wurden wurden tausende getötet es gab keine diskussion über notwendigkeit oder verhältnismäßigkeit der idf ethikkodex schreibt vor dass soldaten wenn immer möglich nicht kombatanten warnen müssen also nicht soldaten warnen müssen dass sie sich in einem gebiet aufhalten in dem der aufenthalt gefährlich ist während ihrer einsätze in gaza unternahm die idf die israelische armee eine reihe beispiellose maßnahmen und verletzungen von nicht kombatanten zu minimieren darunter warnbroschüren telefonanrufe und nicht tödliche warnfeuer wenn israel nicht versuchen würde zivile opfer zu vermeiden oder sie wie manche behaupten ins visier nehmen würde würde die zahl der toten in die tausende wenn nicht sogar in die zehntausende gehen gibt es eine andere armee auf der welt die menschen warnt ein gebiet zu verlassen das sie angreifen wollen obwohl sie den überraschungseffekt aufgibt und den terroristen die flucht mit zivilisten ermöglicht wie viele andere militärs befehlen ihren piloten bomben angriffe abzubrechen wenn zivilisten in der gegend entdeckt werden verhältnismäßigkeit ist nicht einfach ein numerischer vergleich das ist vergleichsweise wenige israelis durch die rechtswidrigen raketen und mörserangriffen aus gaza getötet werden erklärt richter richard goldstone minimiert in keiner weise ihre kriminalität ist und fünfzigster artikel der charter der vereinigten nationen behält das recht auf selbstverteidigung gegen bewaffnete angriffe jeder nation vor die behauptung dass israel gegen den grundsatz der verhältnismäßigkeit verstoßen hat in dem es mehr hamas terroristen getötet hat als israelische zivilisten durch hamas raketen getötet wurden ist absurd so der rechtswissenschaftler alan dershowitz erstens gibt es keine rechtliche gleichwertigkeit zwischen den vorsätzlichen tötungen unschuldiger zivilisten und der vorsätzlichen tötung von hamas kämpfern nach dem kriegsrecht können beliebig viele kombatanten getötet werden um zu verhindern dass auch nur ein unschuldiger zivilist getötet wird zweitens bemisst sich die verhältnismäßigkeit nicht an der zahl der tatsächlich getöteten zivilisten sondern am risiko außenministerium von israel fügt noch hinzu nach den genfer konventionen dass es für unsere juristen die hier oft hochkommen von tiktok schiescher juristen für euch mal was aus dem außenministerium von echten juristen nach den genfer konventionen und dem völker gewohnheitsrecht verliert ein militärisches ziel beispielsweise ein raketenwerfer oder ein waffenlager im herzen eines zivilen gebiets nicht seine gültigkeit als rechtmäßiges militärisches ziel die hauptverantwortung für zivile schäden die sich aus der abschirmung ergeben liegt bei der partei die absichtlich zivilisten gefährdet hat sucht die schuld bei der hamas kein unschuldiger palästinenser würde in der schusslinie stehen wenn terroristen nicht israel angreifen und sich absichtlich zwischen ihnen verstecken würden die menschen wissen dass die hamas tunnel unter ihren häusern baut und waffen in wohnvierteln moscheen schulen lagert sie wissen dass die raketen aus besiedelten gebieten abgefeuert werden warum haben sie nichts dagegen als menschliche schutzschilde missbraucht zu werden warum haben die menschen in deutschland die gegen juden hetzen auf den straßen auf deutschen straßen in deutschen städten warum haben sie nichts dagegen wenn andere menschen wenn andere muslime als menschliche schutzschilde missbraucht werden ich sage euch warum ich denke weil das oberste ziel ist das juden zu töten und nicht menschen in gaza zu retten da man es aber anders verpacken muss redet man eben viel unsinn ja ich weiß ich habe mitbekommen habe heute nachmittag wurde ja ein tunnel gesprengt wo 500 meter ins territorium israels reinging sie haben unterbundet alles sage ich mal auch in israelischen territorium sie wissen alle ganz genau was die hamas macht und sie wissen welchen schaden die hamas den menschen in israel zugefügt hat und weiterhin zufügt sie wissen welchen schaden sie den menschen im nahen osten also auch den arabern dort zugefügt hat sie wissen welchen schaden sie hier in europa oder in deutschland lebenden juden zufügen sie wissen welchen schaden sie auch den deutschen zufügen und nicht desto trotz ist es ihnen erlaubt dafür zu plädieren und nicht desto trotz finden sich noch menschen die unter diesem stockholm syndrom leiden und sich mit denen zusammentun und das alles für gut erklären oder für legitim die etwas über menschenrechte sprechen oder sagen und über mensch ist mensch und fisch ist fisch und diesen diesen unsinn ich frage mich wie das sein kann simbamon zum beispiel mein gast ist schon ein fester team teammitglied er war mal links gerichtet aber aber er hat angefangen nachzulesen er hat angefangen sich wirklich zu interessieren er hat angefangen zu studieren und hat sich geheilt ja hundertprozent das ist halt das wenn man halt immer nur fake news immer nur lügen über israel hört wenn man selbst keine ahnung über krieg hat wie dreckig krieg ist das ist ja auch das große problem hier im israel-gaza konflikt aktuell die westliche zivilisation die weiß nicht was krieg ist wir kriegen von im endeffekt von keinem krieg was mit wenn wir vielleicht was sehen dann sehen wir vielleicht irgendwelche imaginären zahlen die wir uns gar nicht vorstellen können und jetzt wird auf einmal in diesem krieg all das dreckige was im krieg passiert was in jedem krieg passiert was auch schon immer passiert ist öffentlich gemacht und auf einmal sehen diese Menschen aber nur dieses dreckige von diesem einen konflikt alle anderen konflikte werden ignoriert die zwei millionen verhungernden kinder in jemen werden ignoriert die hunderttausenden tote jedes jahr durch krieg werden ignoriert die sieht man nicht man sieht nur die menschen in gaza und wenn man halt so in watte gepackt ist dass man im endeffekt von der watte traumatisiert ist sieht man diese bilder dann kann man diesen eindruck gewinnen aber im krieg gibt es nun mal kollateralschätten krieg ist dreckig ich werde es immer wieder aber die menschen sind sich dem anscheinend nicht bewusst die denken du bist verschwunden simbamon hier einer kurban verena stellt eine frage ich habe hier schon geantwortet ich bin es lenkt bitte simbamon die menschen denken halt im endeffekt dass keine ahnung israel oder jede andere zivilisation auf dieser welt waffen hat die nur die feindlichen kämpfer töten und sämtliche zivilisten verschonen gibt es nicht krieg ist dreckig krieg ist die hölle krieg ist schlimmer als die hölle weil in der hölle ist niemand unschuldig im krieg sterben unschuldige im krieg leiden unschuldige aber überall auf der welt nicht nur in gaza und israel überall auf der welt der komplette nahe osten ist durch krieg durchzogen im jemen verhungern millionen menschen im krieg sterben regelmäßig viele hunderttausend menschen und die terroristen die im jemen diese menschen verhungern lassen und töten die werden sogar noch gefeiert weil sie sich gegen israel einsetzen weil diese menschen keine ahnung davon haben was krieg ist und bitte beschäftigt euch mit krieg beschäftigt euch wie viele menschen auf dieser welt leiden durch kriegt wie viele menschen gerade sterben durch kriegt dann kriegt ihr vielleicht ein bisschen realitätscheck weil wenn ihr nur diese bilder aus gaza seht natürlich ist man dann auf der seite israel aber schaut euch doch mal bitte die bilder vom 7. oktober an die videos vom 7. oktober wie die hamas terroristen mit pick up drugs mit den leichen und geiseln durch den gasastreifen fahren die bevölkerung jubelt an der seite steht kleine kinder und menschen auf diesen pick up drugs zustürmen die leichen bespucken und die geiseln verschlagen schaut euch das bitte an und dann überlegt euch mal ja 71 prozent der menschen in gaza finden den 7. oktober gut nur so dazu man kann die hamas und die bevölkerung in gasastreifen nicht trennen natürlich kann man nicht sagen die hamas ist die bevölkerung in gasastreifen man kann nicht trennen genauso wie man kann sie aber nicht trennen man kann das nicht getrennt betrachten man kann nicht sagen ich betrachte nur die hamas und auf der Seite betrachte ich nur die zivilisten in diesem gasastreifen das geht nicht zivilisten haben sich beteiligt zivilisten sind mit nach israel rüber gegangen zivilisten haben vom 7. oktober in israel gearbeitet und die hamas mit informationen versorgt das sind fakten man kann das beides nicht getrennt betrachten und im Krieg sterben Menschen Krieg ist dreckig das muss man immer wieder erwähnen man darf eine Sache auch nicht vergessen dresden ist ein verdammt gutes beispiel ich bin jemand der mit herz und seele bei deutschland ist aber in dresden fand die allergrößte waffenproduktion statt für das deutsche reich dort haben die meisten menschen in der waffenproduktion gearbeitet dort wurde das vernichtungsmaterial hergestellt mit dem die naziarmee weiter gewütet hat der angriff auf dresden die komplette zerstörung der infrastruktur war eines der möglichen gründe den krieg endlich zu beenden und deshalb ist es manchmal bitter ich denke dass Israel so ähnlich in dieser Weise verfährt weil einfach Israel verstanden hat dass es unter Zugzwang steht das Verhältnis in diesem Kampf einfach für sich zu entscheiden und deswegen wird die ganze Struktur zerstört weil sich die Produktion der Hamas komplett unter die Erde verlagert hat es ist Hamas schuld dass Gaza jetzt in Schutt und Asche liegt weil Israel kann so einen potenziellen Feind der so hinterhältig ist ich meine Hamas ist eine hinterhältige Bewegung es ist keine tapfere Guerilla Bewegung oder eine reguläre Armee die es mit Israel aufnehmen kann sie muss diese Partisanen Kämpfe führen ich kann es verstehen weil Gaza halt eben kein Land hergibt keine Berge keine Weite keine Tiefe und jeder muss und die Hamas musste improvisieren und deswegen sind sie unter die Erde gegangen und machen diesen Partisanenkampf die zum Beispiel auch französische Partisanen gemacht haben gegen die Nazi-Truppen damals in Frankreich ich verstehe das dass man die Mittel wählen muss die deutsche Armee damals hätte man nicht konfrontieren können in den 40er Jahren in Paris und in den restlichen Teilen von Frankreich aber das hat faktisch die Israelis gezwungen aufgrund dieses riesigen Tunnelnetzes unter der Erde Gaza komplett zu reinigen auch wenn jetzt der Krieg vorbei sein sollte irgendwann die Hamas beseitigt ist dann der Wiederaufbau ist gleichzeitig aber auch eine Erdanhäufung das heißt also unterirdisch das wird schon Milliarden verschlingen einfach nur unterirdisch das alles zu versiegeln die Tunnel wurden gesprengt aber die müssen auch wieder aufgefüllt werden kannst du nicht nur Wasser durchlaufen lassen Wasser kann man einpumpen kann man wieder auspumpen also man muss es wahrscheinlich mit Erde aufschütten und so weiter und so fort man muss alles wieder zerstören und das bringt diesen Konflikt da mit sich okay Anna was was machen wir Anna du hast mir eine Karte geschickt und da ich schlecht in Karten lesen bin kannst du kommentieren bitte okay also wenn wir uns diese Karte anschauen die kommt von dem PSU Research Center und von dem PEW Research Center des PEW Research Center ist eines der bekanntesten Research Center auf der Erde die machen richtig zuverlässige Zukunftsprognosen aufgrund unterschiedlicher Verläufe und was wir hier sehen ist eine gegenwärtige Entwicklung bis 2200 und jetzt können wir sehen wenn wir uns jetzt anschauen oben 75% bis 2170 das ist Schweden ja also wir sehen zum Beispiel die Schuhspitze von Schweden ist gleichzeitig auch Dänemark bis 2100 bis 2170 werden 75% aller Menschen in Schweden Muslime sein ja oder Migranten so dass die Population komplett gekippt ist es werden mehr Migranten in Schweden leben als es noch Einheimische gibt deswegen ist es dunkelgrün gezeichnet die helleren Region ist zum Beispiel Norwegen um Norwegen herum ist Finnland diese beiden Regionen werden wahrscheinlich eine Population von Migranten oder Muslime haben die ungefähr so in die 50 gehen das heißt also die Hälfte aller Leute ist geteilt ja das heißt Hälfte Einheimische Hälfte Migranten schaut man sich England an bei 2210 dann stellen wir fest dass England auf der linken Seite mit Irland 75 Prozent nicht britisch irischer Abstammung mehr sind und dass das wahrscheinlich der überwiegende Teil so aus dem muslimisch afrikanischen Raum sein möglicherweise in 200 Jahren wird es das Europa das wir die vergangenen Hunderten von Jahren gekannt haben so nicht geben so dann schauen wir uns an 25 Prozent bei 2130 das bezieht sich auf die Mitte auf Deutschland hier können wir sehen dass es bezieht sich auf Deutschland die alles um Deutschland herum was versinkt sozusagen in tief schwarz weil links von Deutschland also westlich oder west östlich von Deutschland also Frankreich Schweiz Italien Österreich Österreich bleibt noch in der grünen Zone aber alles andere versinkt dann extrem tief in eine ja in so etwas wie eine islamische Zone und dann sehen wir angeschlossen an Frankreich ist ja Spanien und Spanien hat dann ebenfalls eine 25% bis 2190 das heißt 25% aller Menschen in Spanien werden möglicherweise muslimische Menschen sein die sich dort niedergelassen haben und das ist das Ende von Europa das ist das Ende von Europa das ist Eurabien und dann ändert sich alles Kultur Politik ähm ähm äh unsere Gesellschaften und ähm alles geht ähm dann weiter nicht desto trotz sehen wir die hellgrünen Felder ähm äh östlich von Deutschland und ähm da sehen wir dann zum Beispiel Polen und da sehen wir die Slowakei und da sehen wir ähm Ungarn und so weiter und so fort ähm die werden einen Anstieg zumindest einen höheren Anstieg bekommen den sie jetzt haben und werden auch bei einer ähm beim Anwachsen von Muslime bei 10% sein nicht zu vergessen 10% ist jede Menge ähm von wir wir haben wir haben ähm wir sind jetzt ungefähr bei 7% Muslime in Deutschland und das bedeutet dass wir jetzt schon ähm mindestens 7 Millionen ähm Muslime im Land haben also auch die Polen und die Ostblockstaaten werden tatsächlich ähm das erlebt verschont werden tatsächlich nach der Map hier tatsächlich die Ukraine und einige Teile von Russland wobei zum Beispiel ähm komischerweise Litauen ähm ebenfalls dunkelgrün markiert wird indem gesagt wird zum Beispiel ähm da wird sich auch eine 75% Masse von Muslime ansammeln und die letzten Staaten die sich noch neben Italien äh befinden ist Bulgarien und Griechenland und da sehen wir zum Beispiel auch dann eine ja dass die ehemaligen Ostblockstaaten oder die Balkanstaaten ähm dass die alle in diese Richtung ähm sich extrem islamisieren werden oder extrem arabisieren oder 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 muslimisieren werden und ja das ist das Ende Europas so wie wir es kennen selbst Portugal wird mit einer zehnprozentigen Quote überrannt und das können Millionen von Muslime dann in Portugal sein und gute Nacht das ist es was ich im Grunde genommen mit dieser mit dieser Statistik hier mal zeigen wollte Danke Paradoxian alle die uns unterstützt haben während Kian das gesagt hat und man muss deutlich nochmal sagen damit das ist sehr gefährlich Achmo schreibt hier wie ihr am Platzen seid der Islam wächst und holt leise gleichzeitig schreibt der Nächste auf Hass verbreitung was denn nun wenn ihr euch freut dass der Islam größer wird und es wird eigentlich nicht der Islam größer sondern es wird einfach nur fremdes Gebiet eingenommen und ihr lacht es aus und gleichzeitig wenn man das anspricht spricht ihr von Hass verbreitung während in Deutschland Hass und Hetze gegen Juden verbreitet wird das erinnert mich ein bisschen an ein Irrenhaus ich möchte euch jemanden zeigen das ist der Eldar Kaisir er wurde am 7. und Oktober aus seinem Haus zusammen mit seiner schwer kranken alten Mutter entführt die Mutter von Eldar kam raus und sie war in künstliches Koma versetzt worden so schlecht ging es ihr nach ja nachdem sie in dieser Haft in dieser Geisel Haft war aber Eldar hat es nicht geschafft er wurde ermordet von Hamas heute gefunden er war 51 Jahre alt und sein Verbrechen er ist Jude wurde heute gefunden und kommt endlich nach Hause oder das was von ihm geblieben ist und wir haben pro palestine demo ach schreibt gott sei dank ja no comments ihr könnt euch selber denken und liebevollen islam religion des friedens religion des friedens ja ich weiß nicht ob ich das bild hier rein stelle oder ob ich bearbeiten muss ja ich muss es bearbeiten damit damit ich das rein stellen kann und ach man schreibt dass er hamas liebt ja wenn sie anonym unterwegs sind sie halt offener findest du es auch gut findest du alles gut was die hamas gemacht das heißt du liebst die hamas du liebst terroristen du liebst es bestimmt auch kleine kinder zu vergewaltigen gemacht du liebst es bestimmt auch schwangeren frauen im bauch aufzuschlitzen wie die hamas das gemacht dass ich meinte du liebst die hamas dann liebst alles was er liebt es ja er liebt es unterstützt der kindermörder kindervergewaltiger leuten die frauen vergewaltigen und aber die brüste abschneiden leute die babys in ihren körpern in ihren bädchen verbrennen ein zehnjähriges baby einführen aber ist schön dass er sich mit einem foto ablicht wo er seine id karte auf der brust hängen hat auch nicht schlecht finde ich auch gut für eine terrororganisation werbung machen herzen hinter die hammers setzen und dann mit seiner id karte ein bild schießen nicht schlecht foto habe ich gemacht die jenige die jetzt hamas befürworten und stolz darauf sind dass hier noch mehr und mehr muslime sind ihr müsst euch gar nicht freuen weil wenn sowas kommt dann seid ihr als erste dran auch na also das ist nicht so dass hier nur muslims bleiben und alle andere werden irgendwie weg nein also scharia kommt dann werden wir alle dran sein auch Frauen auch eure alle schiesa muslims auch schiesa muslims die jetz ghazah will befried schreien die jenige auch dran kommen also wir wir haben keine Angst wir sind die ersten wir können immer raus ne deutsche haben ja ja man hat recht pro palestine sind die ersten denn die werden als erstes fallen ja ja und wir männer werden ja einen vorteil haben viele Frauen kennen wir haben dann dann kann ich noch mal pushen wir haben jetzt 64.000 jetzt wirklich versucht mal leute auf 70.000 zu kommen und drückt das mal jetzt richtig hoch mit likes und mit anderen dingen so dass es richtig damit das jetzt richtig nochmal explodiert bitte macht das mal wir haben jetzt 78 zuschauer es wird immer höher immer höher am Anfang waren das wirklich 100 und jetzt pusht es mal liebe freunde schießt dass man hört so dass wir ganz schnell bei 70.000 sind ja dann kommen wieder mehr Leute rein und wir brauchen mehr kontroverse Leute wir brauchen Leute auch diese dummschwätzer hier zum beispiel dieser uaf wenn er genug leute hat kann er gerne hoch kommen ich sage jetzt was kontroverses wenn sowas kassieren sollte ziehe ich wieder uniform an und die herrschaften werden richtung süden vertrieben diesmal wirklich und richtung arabien so gott will also was ich war mit freikorps in dem fall würde ich wirklich in die richtung treiben da sollen sie mal schön in der wüste brunnen graben und landwirtschaft betreiben sollen sie da unten bleiben bitte da sind sie in nähe von mekka und medina und da können sie weiter beten hier hat jemand geschrieben du bist nicht der echte kian das ist der fake kian hier wir sind alle nicht echt wir sind alle falsch es ist nur ein bisschen samstag geworden kian hat nur gesagt er will nicht mehr so wie früher ich wollte nur kurz sagen es ist schon hier gesagt worden ist heute war dem in frankfurt ich habe das beobachtet ganze zeit und ich war wirklich also wie diese der da mit der kamera gibt wie er sich eingeschliffen bei menschen hat wie er den menschen gedrängt hat die sollen halt für palästina sein wie die da gesprochen hat wie er so vorsichtig juden beleidigt hat also das war sehr unverschämt und das was die da geredet haben ich frage mich warum polizei so still stand polizei bekommt anweisungen polizei kann nicht willkürlich einfach handeln und der sprecher der polizei hat in einem interview gesagt dass die polizisten sowohl die einfachen polizisten wie auch hörer ringe sich an die politiker wenden damit sie grünes licht bekommen für gewisse handlungen die denen noch nicht erlaubt sind ja das ist wichtig zu verstehen und nur wir müssen auch handeln wir das folgt die menschen ihr müsst auch an die politik mal schreiben das ist auch wichtig ja und dann haben sie sich auch beschwert warum polizei da steht warum steht da eine mit unserer flagge und dann hat es angefangen zu beleidigen deswegen also es was mir gefallen hat dass die schon so gemacht haben dass da keine streiten und keine auseinandersetzungen das ist schon gut aber die beschweren sich wirklich warum polizei nicht für deren rechte steht ich hab letztens auch auf tiktok ein video gesehen von so einer frau die pro palestine ist die sich darüber beschwert hat wie so die gegen demonstranten von der polizei geschützt denn wo ich mir wirklich dachte so also wirklich willst du dass den gewalt angetan wird oder sowas aber noch ein punkt gerade an diesen queers for palestine merkt man ja dass die in den USA palestine in deutschland mit auf die pro palestine demos gehen würden wo ein großer anteil gläubiger muslime mit dabei ist die müssen nicht mal nach gas die können ja gerne mal hier in deutschland auf so demo mit laufen und dann merken sie was mit ihnen passiert wie sehr sie gehasst werden also ich glaube nicht dass du mit einer Queer flag auf pro palestine dem in deutschland lange durch jetzt gerade berlin neukölln ich glaube nicht dass du lange überlebt oder lange damit laufen kannst bevor sie runter gerissen wird überlebt auch nicht das ist so wie in einem fleischer geschäft ein hännchen nicht lange überlebt ich will euch auch was zeigen und zwar das ist ein berühmter darsteller aus dem pali wut er arbeitet als blogger für die hamas und er wurde gesichtet schon als presse als ein patient als leiche als kindervater als kämpfer als alles mögliche so funktioniert pali wut und aus diesen medien die sowas produzieren hören wir dann auch die meinungsbildung diese medien erziehen solche leute die dann auf die straße gehen und pro palestine demonstrationen anführen wo ja wo einfach gegen juden gehetzt wird und gegen israel ja was heißt das hier nicht der echte ja ich beneide dich auf deinen super star star und egal wie man das macht an es ist völlig egal wenn ich zu hart dann sagen sie das ist der das ist der richtige kehren nehme ich mich etwas zurück sagen sie das kann nicht der richtige kehren sein egal wie ich mache immer irgendwer jemand hat ein problem damit das ist wirklich das ist deren problem und nicht deine nicht unsere wir wissen dass du der echte wissen der kirch legt einfach falsche pferden ja und deswegen um euch zu verwirren ist da manchmal fake und manchmal real und irgendwann wüsste nicht wer wer wann wo ist ja ganz genau das ist das hat über den zionisten gelernt er wird auch demnächst eine bank eröffnen aber ich will nicht zu viel verraten inshallah lena schreibt dir mach es wie dein herz dir sagt ja ich bin ich bin der der ich bin also ich weiß nicht wie jemand darauf kommt dass ich nicht erkehren will jemand hört meine stimme und und hat ja zweifel daran also es ist kein KI einfach kirchen mehrfach geklont ist doch logisch genau wir sind weil die will dich gerne einladen wenn es geht ja lade ein jetzt sprechen wir nur so ein bisschen sonst schlafen wir ein das soll ja nicht sein wir sind 91 leute wir haben 20 leute dazu bekommen wir sollten jetzt das ein bisschen pushen also Leute kurban kann leider nicht hoch kommen sie schief zwar ganz scharf aber ansonsten schreibt mir gerade super aber zwei stück müssten jetzt haben also wer mir gerne helfen möchte einfach super abo kaufen genau was ist mit deinem Profil passiert Kieran danke Anke Profile kommen und gehen das muss doch jedem klar sein Profile kommen und gehen ich habe keinen Einfluss auf die Profile ich habe Profile geschenkt bekommen ich habe zum ersten Mal einen eigenen Account aufgemacht vor drei Tagen aber ansonsten habe ich die Profile alle geschenkt bekommen verlass dich nicht darauf heute heiße ich so morgen bin ich so ich kann das nicht beeinflussen ja deswegen also ich gehe mal für uns nach Nachrichten fischen ich bin gleich da im Moment so ist jemand unten der uns widersprechen möchte der Leute genau kommt mal bis jetzt hoch pusht das mal alles jetzt wieder Freunde wir sind bei 75.000 ihr habt echt einen coolen Job hingelegt ihr habt in kürzester Zeit einfach mal so 9.000 nach oben gepusht und das ist super wenn ihr das weitermachen könntet wir sind jetzt nur noch 25.000 von 100.000 entfernt und wir müssen auf die 100.000 kommen aber viel wichtiger ist auch dass wir jetzt auch noch mal die Zuschauer nach oben drücken indem wir auch jetzt noch mal eine spannende Diskussion hier loslegen und wir brauchen kontroverse Stimmen wir brauchen keine Leute die mit uns Ja und Amen sagen über was reden wir denn wir reden über Israel Nachrichten habt ihr auch schon gelesen dass in Oldenburg die Synagoge angezündet wurde Ich wollte es gerade reinbringen du hast es mir aus dem Mund geführt ich wollte einen Screenshot machen aber gut du hast es jetzt gesagt bleiben wir so Ja in Oldenburg wurde jetzt eine Synagoge angezündet ihr könnt uns gratulieren aber das waren bestimmt das waren die Nazis das waren die Nazis das waren die Rechten die Nazis die muslimischen Nazis sowie mehr als 10.000 Muslime in der Waffen SS waren oder wie der Mohammed Amin Al-Husseini Ah Wir können ja nochmal zeigen noch mal zeigen oder fragt jemand was los ist Israel und dem Iran und ich muss persönlich sagen ich glaube nicht dass der Iran Israel den Krieg erklärt weil wenn der Iran Israel den Krieg erklärt und Israel angreift dann schlägt Israel zurück und dieses Mal und gegen den Iran glaube ich nicht dass Israel sich so zurückhält wie gegenüber Gaza weil Israel könnte den Gaza Streifen über Nacht komplett platt machen der Iran hätte keine Chance gegen Israel Iran hat auch gesagt er will den Krieg mit Israel Iran hat gesagt er wird nur eine andere die wissen was Israel drauf hat Israel hält sich im Gazastreifen so so viel zurück und wenn der Iran angreift dann wird Israel mit der vollen Macht zuschlagen und dann ist der Iran Geschichte Kurban fragte aber ist Iran nicht besser ausgestattet liebe Kurban geh dich bitte woanders über den Iran informieren wir haben hier auf dem Bild einmal den Mufti von Palästina Al-Husseini zusammen mit unserem österreichischen Maler diese Leute aus Palästina haben aktiv beim Holocaust im Zweiten Weltkrieg mitgemacht die haben auch SS Einheiten gebildet das war eine richtige Nesis und während Deutschland Bundesrepublik ist ja ein Jahr jünger als Israel Deutschland hat sich komplett neu aufgebaut auf allen möglichen Ebenen so sind diese Menschen die Alten geblieben und ja deswegen hat Simba absolut recht heute brannte eine Synagoge und das war ganz ich könnte also wir müssen natürlich warten bis es offiziell wird wobei offiziell wird ja alles bestimmt verheimlicht um die Menschen wie immer ruhig zu halten aber ich habe einen Verdacht wer es war wir haben den gastanfrage ich bevor der die aufgibt und nicht mehr hoch möchte würde ich den mal ganz kurz annehmen wir brauchen die schien ja bei uns alle so empfindlich hauses mitgekriegt und haben das feuer gelöscht es ist nur die tür beschädigt die außentür beschädigt worden wurde rechtzeitig 100% natürlich ich seine mutter keine mutter es war friedlicher islam diejenige nochmal diejenige die diese gerede jetzt und diese schimpfungen sagen das sagt ihr direkt zum gott weil gott steht hinter israel das was ihr jetzt sagt das kommt zurück weil ihr beschimpft eigentlich allah auf eure sprache eigentlich steht im koran dass israel den juden gehört und jeder der das gegenteil behauptet als muslim handelt ja eigentlich gegen den eigenen koran gegen allers willen das ist für mich ein paradox das meine ich zum beispiel wenn ich zu kian sage ob sich nicht manche muslime entradikalisieren könnten oder ob der islam nicht entradikalisiert werden kann weil im prinzip es gibt ja nicht nur im koran mord aufrufe es gibt da auch dinge die für frieden sorgen könnten wie zum beispiel die erwähnung von israel und den juden dass israel den juden gehört da steht nichts von palästina aber komischerweise verraten die shisha muslime den koran wenn sie auf die straße gehen für palästine und für gaza den koran steht ja dass israel den juden gehört da steht die jene da steht jesuselim also von von einem habe ich das auch gehört dass das steht es war auch mal so ein streit zwischen zwei muslime muslims bei bei svetlana und genau das gleiche was wir hier haben und die haben einander dann beweisen wollen was steht und was nicht steht also nur so ich glaube nicht dass die also normalerweise weiß es jeder wieso weshalb warum ich würde sehr sehr gerne jemanden hier oben haben der mir einfach definiert wer Hamas ist und wieso Juden Gottes ausgewähltes Volk ist und ob sie das überhaupt wissen weil ich habe das Gefühl die wissen weder das eine noch das andere sonst würden die 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 jenige die sowas sagen die einfach beschimpfen für mich sind die keine menschen die sind nicht mal tiere die sind nur bewohner von hölle die früher oder später darin ihre ruhe finden sage ich ja und wie gesagt wo jemand vorhin gesagt ich weiß nicht einer von uns hier um gesagt es steht drin er hat gesagt es steht nicht im koran drin dass die juda und galea den juden gehört hat er abgelehnt und gesagt es steht drin und er sagt nee gerade wieder nee das heißt du hast nie deinen koran wahrscheinlich nie in hand gehabt du hast nie dein koran in hand gehabt du hast das buch vielleicht aus 100 meter entfernung mal gesehen aber auch nicht näher und neben mir der kian der war koran schüler und es gibt noch andere leute die das jedes mal euch widerlegen ob das jetzt fleck ist oder urban der zweite oder die anderen die euch jedes mal auseinander nehmen das bild sieht man zwar nicht so gut aber jemand hat unten mich gefragt bestimmt dass israel sich bis an die türkei ausbreiten möchte und da sieht man ja wie groß israel zwischenzeitlich war und wie viel land israel für frieden weggenommen hat abgegeben hat ist sein gebiet 1967 in einem legitimen verteidigungskrieg verdreifacht israel hat ägypten und jordanien angeboten das land für frieden zurückzugeben obwohl jordanien und ägypten in position waren bedingungslosen frieden anzubieten einfach weil sie kurz davor waren ausgelöscht zu werden und israel einfach friedliches volk ist die einfach keine lust auf krieg haben und friedlich leben wollen und die länder abgelehnt und israel hat diese gebiete trotzdem wieder zurückgegeben also diese die behauptung dass irgendjemand groß israel möchte ist bullshit es gibt vielleicht ein paar menschen in israel die das wollen aber die haben gar keine rolle in der politik irgendwo es gibt bestimmt auch menschen die in groß deutschland möchten aber die spiel hat in der politik keine rolle die so viel land abgegeben für frieden deswegen ist diese aussage vollkommen dumm weil wenn die israelische regierung in groß israel möchte warum haben sie dieses land abgegeben und warum sollen sie in libanon die müssen ja durch den libanon durch und teilweise noch Syrien warum sollen die libanon ein verleiben libanon war zwar schon in der antike aber es war laut nach meinem wissen niedriger teil des damal jüdischen königreiche nie und die bibel steht du sollst dich töten ja klar aber ihr seid diejenigen die mindestens 27 befehle haben um die menschen um die ecke zu bringen in ein anderes leben hier schreibt jemand steht im koran drin dass palästinenser kämpfen ich möchte noch eine nachricht sagen ein schiff der deutschen bundeswehr hat im rot kollege du hast überhaupt keine ahnung ich habe gerade gesagt du hast den koran wahrscheinlich aus 100 meter entfernung mal gesehen und nie mal angepackt was drin steht ein schiff der deutschen bundeswehr hat im roten meer eine rakete der husiten abgewählt die aus jemen kam die schießen ja auf israel und auf handelsschiffe und ein schiff der deutschen bundeswehr hat eine rakete dieser husiten aus jemen abgefangen und diese rakete war gezielt ein angriff auf handelsschiffe also ihr müsst euch vorstellen unter dem deck mantel gaza wird auch unsere wirtschaft angegriffen und dafür stehen auch die pro palestine demos dass bei uns alles teurer wird dass wir defizite haben die stehen auch dafür denn die husiten machen mit der hamas ja eine gemeinsame sache die leute die ihr seht die pro palestine sind die sind nicht einfach gegen juden das ist das was ich euch erkläre die sind nicht nur gegen israel die benutzen dieses thema nur um eins erst mal die juden und dann ihr dann alles die boykottieren unsere wirtschaft ja das ist der kleine quirk sehen ein zehn monate altes baby das ist das schon ein jahr alt seit fünf monaten in der obrude hamas ist seit fünf monaten in einen tunnel gehalten wird ein baby das bereits jetzt ein drittel seines lebens in einem tunnel in geiselhaft verbracht hat falls er noch lebt nicht abgeschlachtet worden ist so wie die unzähligen anderen babies am 7 oktober und jetzt stellt sich die genazid so er kann ja sind bad kann er gerne hoch kommen der hat genug follower er sagt dass wir alle müll reden dann kann er gerne hoch kommen und dann zeigt er uns wie gut er Bescheid weiß ich labern feige sind sie auch ok dann haben wir noch wkd bla 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 aber der hat nur zehn follower und deswegen ja israel tötet kinder ja klar entschuldigung hamass tötet auch dämliche aussage ihr verdreht die realität auch wieder jemand der bernd heißt aber in wirklichkeit wahrscheinlich muslim ist ihr verdreht die realität dann kommt hoch und dreh die realität wieder in die richtige richtung da hat zu wenig follower aber ein bild hat er extra reingestellt wo deutsch aussieht aber es kann auch sein dass das ein adi anhänger ist das ist er nicht das ist jemand anders das ist nicht sein gesicht das merke schon das ist ein gesicht von einem politiker ja vielleicht auch eine werbung oder so einfach aus so ein werbeding so das ganz genau anna setzt doch mal die bilder rein die ich dir jetzt gerade geschickt habe damit muslim mal sehen in welchem ich bin langsam weil ich das bearbeite ich habe jetzt noch ein bild und zwar leider habe ich kein filter für videos hier ich habe einfach ein screenshot gemacht das sind juden in israel die die den muslimen während des ramadans süßigkeiten geben das ist israel das ist echtes israel und das ist echtes zusammenleben zwischen muslimen und juden in israel und das was wir auf den straßen sehen ist genau dasselbe was wir bei tik tok sehen und bei al jazeera al arabia das ist alles fake die leben dort zusammen bis auf die kleinen ausnahmen wir haben einen neuen gast batuhan türkoglu guten abend sag uns gerne was du denkst ja frage glaubst du wirklich an das was du hier erzählst wir werden nur fakten und die toten sterben nur aus lux und laune aus dollerei einfach so nicht die so garten töten die die araber sondern die sterben wir von sich selbst bis zu 18 schöne was ihr hier erzählt ja ja selbstbewusst aber ich glaube wir haben Geschichte selber merke ich schon warte mal wie du die Geschichte siehst was erzähl mir denn falsch erklär uns was haben wir falsch erzählt genau schieß mal los also was ist jetzt der größte vorwurf was willst du Anna jetzt vorwerfen was hat sie falsch gemacht was hat sie hier ich rede ja nicht mit Anna ich rede hier mit euch allen ok jetzt ist die frage wieso unterstützt du Hamas und was ist Hamas für dich was ich unterstütze dir Hamas da ist jetzt ein Vorwurf oh ich dass wir jemanden töten jetzt definiere bitte Hamas und erzähl uns habe ich euch gesagt dass ihr jemanden tötet habe ich gesagt dass ihr jemanden tötet batuan batuan ist gut wir wollen wissen was war propaganda ich habe euch gesagt ihr glaubt ihr an das was ihr erzählt ich habe doch nicht gesagt ihr tötet wir haben doch so viel gesagt was ganz konkret stört dich jetzt an eine Aussage von irgendjemandem der hier oben ist das lächerlich was ihr sagt der einfach nur traurige lächerlich ist falsch was wir gesagt haben der kann uns nicht mal sagen was falsch ist er kommt er ist einfach hoch gekommen und etwas zu sagen und er hat jetzt Panik bekommen weil wir jetzt alle auf ihn los gegangen sind mit fragen und er hat keine antworten das sind ich will mich zusammenreißen ich frage mich also wozu haben die den kopf nur um nur eine mütze zu tragen manchmal muss man gehirn einschalten sich informieren und wenn du hierher hoch kommst dann bitte bitte erstmal argumenten fakten haben uns zuhören und fragen stellen oder auf unseren fragen antworten nicht einfach so kommen irgendwas losschicken uns irgendwelche Vorwürfe machen und keine Erklärung geben also leute wirklich ihr mehr schleife du kannst gerne hochkommen um mit uns diskutieren wir sind bei 88.000 ihr könntet jetzt wirklich nochmal voll den speed hier abgeben und das nochmal so richtig hoch drücken auf 100.000 jetzt könnten wir wirklich richtig killermaschine werden und das nochmal auf 100.000 hochdrücken und wenn jetzt in dem Chat noch einige Leute sind die eventuell ein Abo hinterlassen wollen dann einfach links auf diesen schönen Stern drücken und dann abonniert ich glaube das sind nur 3 Euro im Monat und dann könnt ihr da hinterlassen und anders arbeiten ein bisschen nach oben pushen deswegen versucht mal wenigstens noch ein paar Abos dazulassen und schießt mal bitteschön jetzt sind wir schon bei fast 90.000 und dann ziehen wir das bisschen weiter nach oben Ich habe jetzt was von Kian bekommen Kian entschuldige dass ich dich unterbreche ich habe was von dir bekommen das sind zum Beispiel bosnische Muslime der 13. Waffendivision der SS in der Stadt Neuhammer im November 1943 und dann kommen noch weiter das ist von Spiegel ja wo so dokumentiert ihr könnt auch Islam und Judentum sehen und dann kommt noch mein Lieblingsbild an alle die gerne sagen dass die Deutschen die Deutschen haben Juden umgebracht und nicht die Muslime die Muslime die Arabe haben ja in Palästina die Juden gerettet ihr könnt hier gut sehen ich glaube diese Bilder brauchen keine Kommentare mit wem wir zu tun haben ja wkdgr behauptet es gab auch Juden in der NS armee dann kommen doch hoch schade du hast nicht genug ich würde gerne beweise dafür sehen dass es Juden in der NS armee gab es gab mit Sicherheit Juden die die nicht immer fair waren zu anderen Juden es gab natürlich auch Juden die aus angst gehandelt haben und die falsche dinge getan haben aus angst aber es gab definitiv keine Juden in der SS das widerspricht das kann auch nicht sein weil es auch hunderte die Juden ausgeschlossen die waren auch von der Wehrpflicht ausgeschlossen da mussten ja sogar die SS nachweisen man das damals man musste bei der SS einen Stammbaum vorlegen dass bis 1800 irgendwas kein einziger Jude in der Familie existiert hat also wenn du behauptet dass Juden in der SS drin waren dann ist das Bullshit weil sie durften noch nicht Schwimmbäder sie durften gar nicht sondern sollen sie dann auch in der armee für deutschland kämpfen ist lächerlich für deutschland gegen sogar als halbjude oder vierteljude durftest du nicht durftest du überhaupt nicht bei der armee sein aber muslimisch die nazis die alle christen abgedehnt haben juden extrem abgedehnt haben die haben den islam geliebt man kann sich mal durchlesen was Heinrich Himmler und Adolf Hitler zum islam gesagt haben das ist der gleiche islam wie er heute noch existiert das heißt allein das zeigt ja schon der islam muss halt einfach reformiert werden weil aktuell so wie der islam existiert ist jemand der den islam vollkommen zu 100 prozent auslebt nicht mit der demokratischen grundordnung vereinbar muss ich bin dafür dass diese leute wie wgdgr2 beweise uns hierher schicken zeigen dafür dass die dafür haften was die sagen weil du musst nicht deinen wunsch mit wahrheit du musst das nicht verwechseln ja wdk nein die waren sogar was für bullshit erzählst du es gab zwei paar leute die haben sie Nazis rausgesucht aus diesen leuten und die mussten dann wie gesagt baracken vorstände waren oder diese sonderpolizisten aber wie gesagt die waren auch jederzeit auch dran die kameradschaftspolizei aber das waren menschen in diesen lagern das waren juden in diesen lagern die wurden genauso das waren kapos genau kameradschaftspolizei waren keine kz wächter ist blödsinnig wir haben einfach ein paar privilegien dafür bekommen dass die gewisse position sie hatten sie hatten ein bett sie hatten oft eine heizung sie haben eine decke besseres essen und sie mussten nicht so harte arbeit leisten es gab auch tatsächlich einige von denen die verrat begangen haben aber sie taten es aus angst sie taten es nicht nur für sich sie taten es für privilegien auch von ihren familien aber sie waren in einer mord maschine und sie wurden auch ermordet kapos wurden fast alle auch ermordet oder sind selber bei den letzten todesmärschen ums Leben gekommen aber es gab keine juden in der ss ich möchte wenn wenn sowas behauptet wird einfach jemand hochkommt und uns einen beweis vorlegt weil eines anderes verleumdung so wie immer weißt was wo der vielleicht herkommen könnte ihr kennt doch das buch der hitler junge salomon vom ganz bekannten deutschen schriftsteller und daher wer die hat wirklich der hat sich eine zeitlang konnte er sich verstecken als aria und wie gesagt deswegen hitler junge salomon vielleicht haben die von dieser richtung mal was gehört wo totaler unsinn war beziehungsweise er konnte sich verstecken beziehungsweise den anderen was vorspielen sonst hätte er auch nicht überlebt mir fällt der namen nicht ein das war ein ganz bekannter der ist glaube ich auch schon tot vor paar monaten paar jahren der hat wie gesagt das buch hittler junge samuel hieß das buch hat geschrieben hat wie er überlebt hat den nationalsozialismus damals überlebt hat ein ganz bekannter schriftsteller deutscher war das jüdische jüdische würzeln namen fährt müssen ja und ich habe gerade über den brand in der synagoge in oltenburg gelesen und es gibt auch wohl andere brände in deutschland auf synagogen unter anderem war ja in berlin auch ein brand ich frage mich einfach nur wie weit es gehen muss damit zum beispiel der judenrat in deutschland aktiver wird ich finde dass diese haltung wie vor dem zweiten weltkrieg die der judenrat damals hat ja auch sich sehr zurückhaltend verhalten und vielen juden einfach die anweisung gegeben ruhig zu nicht zu fliegen dass alles wieder in ordnung wird und dass die wir sind ja auch deutsche und und überhaupt deutsche sind so intelligente menschen die würden uns nie was tun oder zumindest nicht so was schlimmes wir sollten doch aus unserer geschichte lernen und aktiver werden ich frage mich einfach nur was denkt sich was denken sich diese ganzen einrichtungen jüdische einrichtungen warum sind sie so leise vor allen dingen nicht warum warum ist mir klar wozu hier schreibt gerade jemand dass der islam älter ist als das christentum du kannst gerne hochkommen weil du eine volle war hast wir haben hier jemanden der hat islamwissenschaften studiert der kann dich vielleicht aufklären weil du scheinst sehr sehr schlecht informiert zu sein wenn uns Kinder hören es ist sehr wichtig die schule nicht zu schwänzen wollte ich nur an dieser an diesem moment sagen schämst du dich nicht er schämt sich nicht schämst du dich nicht und voll peinlich das ist auch einer meiner lieblingssätze voll peinlich ey sie man dieses jenny schlag doch mal ein buch auf falls überhaupt lesen kannst auch das schande jesus her haben so ja er dürfte nicht vergessen aber schon adam und eva alle sind ja als muslims geboren es gibt keine jahre von reptiloiden kontrolliert du hast überhaupt nicht ihre geschichte aufgepasst jesus war völlig den jahre jahre nicht überhaupt keine ahnung das ist nicht allgemein muslime und palästinenser die wurden ja in palästina geboren wisst ihr das nicht das paradies hieß damals eigentlich palästina palästina ist eigentlich der begriff für paradies also das sollte man eigentlich wissen ist ja bis wisst ja wieso es dazu kam dass die jesus seit neuesten palästinenser also der arme jesus wer alles war er war schon ukrain jetzt ist der palästinenser was wird der bald sein jesus wird sich zuerst impfen lassen 150.000 jüdische soldaten schreibt gerade jemand ich bin mir ziemlich sicher dass es keine 150.000 jüdische soldaten gab die für die ns gekämpft hat ich bin mir ziemlich sicher kein einziger kein einziger wenn dann würde es vielleicht hinhauen im kaiserreich ja vielleicht so ein scheiß und eingezogen worden sind aber stimmt keine 150.000 und es gab es null die mussten ja nachweisen mehrere generationen dass kein jude dort gelebt hat also das heißt du willst mir erzählen dass die ihren kompletten stammbaum gefälscht haben nur um dabei zu treten und um ihr eigenes volk abzuschlagen wie absurd ist das juden zu beschuldigen erst einmal den genozid vom 7. oktober selbst an eigenen leuten zu verüben jetzt die juden zu beschuldigen sogar im zweiten weltkrieg für die nazis gearbeitet zu haben wie krank und pervers seid ihr ist eigentlich ramadan schon vorbei obwohl es macht ja keinen unterschied es war ja im ramadan genauso es ist einfach das geht nicht in meinen kopf das die amerikaner haben ja auch die zielingstürme selbst gesprengt kaiserreich definitiv 100.000 soldaten aber nicht in der ns zeit ja wir reden aber nicht von kaiserreich die meinen ns zeit das ist ja wie zu behaupten klar und bestimmt haben juden in den vorigen kämpfen auch gekämpft aber so das hat doch nichts damit zu tun kaiserzeit das war ja nicht ns zeit das sollte jeder denkende mensch wissen ach das ist daran merkst du wie ungebildet diese menschen sind ich lese jetzt die kommentare und ich denke mir wie kann man so tief runterfallen und wie IQ von ich weiß nicht unter 50 ganz ehrlich sind die fachkräfte wir haben fast 100 zuschauer vielleicht ist jemand drin der mit uns diskutieren wir brauchen wirklich gegenstimmen wir wollen eure stimme hören kommt hoch und die haben ja tunnels 500 km gebuddelt die sind ja alle da reingefallen aber schau mal die präsentieren eigenes volk die präsentieren eigenes volk wirklich mit IQ unter 50 sage ich mal schon weil das was die hier schreiben über die Geschichte jeder wird auslachen nur nicht die ich weiß es nicht eingesteckte eigene Leute weil wie kann man sagen wer Jesus war wie kann man also dass Jesus Palästinenser war Adam und Eva was weiß ich Muslime waren alles die erste Religion was ich auch neulich gehört habe die allererste Religion war muslimische und von muslimischer Religion gab es dann andere ja und sogar weißt du Alice sogar alle Aliens und Affen sind auch als Muslime geboren ich muss mal sagen ich einmal guten Abend an den Ergeben guten Abend du darfst einmal kurz sprechen ich finde diese Welt gehört sowieso Gott dem Schöpfer weil er hat alles erschaffen und das letzte Hemd hat keine Taschen wir werden alle nichts mitnehmen deswegen sollte jeder das Recht haben auch auf Leben und mehr sage ich nicht dazu also ich bin für Frieden für alle dann bist du dafür dass die Hamas sich ergibt ähm Palästina ist ein besetztes Land es gab die Palästina das war nicht die Frage bist du Moment Palästina ist ein besetztes Land also es ist ein besetztes Land Israel hat es besetzt und hält es immer noch besetzt das heißt nein du sagst mir vor dem 7. Oktober haben die Soldaten israelische Soldaten in Gaza befunden die 1948 die Nakba vergessen erzähl nicht so einen Blödsinn ihr seid doch schon groß genug es gibt doch nur noch die Hamas was ist los mit euch du sagst gerade der Gaza Streifen ist besetzt gewesen der Gaza Streifen ist so groß die Bremen du willst mir also erzählen dass vor dem 7. Oktober israelische Soldaten im Gaza Streifen drin gewesen sind die den besetzt haben genau das ist das größte öffene Gefängnis der Welt wenn du das so nicht aber nur durch die Grenze zu Ägypten oder da kommt nehmt rein Israel ist doch nicht Ägypten oder willst du mir gerade sagen dass Israel und Ägypten das gleiche Land sind Israel ist da eine Übermacht die haben nur Steine die haben nichts da mit euch ich muss euch die Waffen die am 7. Oktober verwendet wurden sind nichts Simbamon hörst du mich Entschuldigung eine Sekunde ich gehe für 10 Minuten kurz zur Seite Kian ich hoffe du hast mich gehört ich habe geschrieben ich bin gleich da er führt bitte ohne mich kurz die Unterhaltung das ist das Einzige was ich sagen wollte Simba mach bitte dein Mikro an also ergeben du willst mir so sagen am 7. Oktober die haben du mit Steinen gekämpft oder es gab keine Gewehre keine Raketen keine Raketenwerfer und sowas die gibt es nicht genauso wie die ganzen Raketen die aus Gaza nach Israel gefeuert werden die gibt es nicht das sind eigentlich alles Steine die einfach nur angemalt worden sind oder wie schau mal der 7. Oktober ist nur eine Tür gewesen wie der 11. September um in Afghanistan und Irak einzumarschieren und das ist schon ein Ziel guck mal was heißt denn vom Euphrat bis zum Tigris was heißt denn das für euch was ist denn das Ziel Israels was ist denn das Hauptziel Entschuldigung Entschuldigung Moment 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 Nenne mir Nenne mir bitte was ist denn das Ziel Nenne mir eine Quelle bitte Nenne mir eine Quelle Nenne mir eine Quelle dass die israelische Flagge den Euphrat und den Tigris beschreibt Sie sprechen das aus dass es die rechte Regierung spricht Nenne mir eine verdammte Quelle die die israelische Flagge als das beschreibt was du behauptest die zwei flüsse Eufrat und Tigris Nenne mir die Quelle wenn die Juden das von sich aus selbst behaupten Nenne mir die Quelle Netanyahu Wo hat er das gesagt? Geh zu raus jetzt für 5 Minuten such die Quelle und dann bringen sie zurück. Zeitungsartikel, nenn mir einen Zeitungsartikel, wo er das gesagt hat. Du kannst doch nicht sagen Netan Jau, ohne zu sagen, wo er es gesagt hat. Weil ich weiß doch nicht jedes einzelne Wort, das er gesagt hat. Von der rive her zu der See. Habt ihr das vergessen? Hört ihr das nicht? Von der rive her zu der See. Jetzt erklärt mir bitte, was ist, Mama. Meine Güte, meine Güte. Ich kann dir erklären, was heißt denn für euch Terror? Was bedeutet denn, was bedeutet das? Das ist für dich Hamas. Erklärt mir bitte, definiere das Wort Hamas. Lass uns doch mal das Wort Terror definieren. Das ist Terror. Definiere mir das genau, was ist Hamas. Terror ist, wenn unschuldige Menschen sterben. Stimmt das? Definiere mir Hamas. Ich will von dir wissen. Ich bin jetzt nicht von Hamas. Ich rede allgemein. Nein, stopp, Moment. Ich rede jetzt. Ihr befürwortet den Krieg. Ihr befürwortet Hamas. Ihr müsst doch wissen, was ist Hamas und was ist Hamas. Erklärt mir, weil ich sehe, Hamas ist für euch wie ein Gott. Erklärt mir bitte, was ist Hamas. Ich bin mir sicher, du weißt nicht mal, was Hamas ist. Und ich bin mir sicher, du weißt auch nicht, wie Hamas entstand und wer hinter dem Hamas steckt. Aber nicht Israel, sage ich dir gleich. Ich bin gegen Politik. Ich bin gegen Politik. Ich möchte mit Politik nichts zu tun haben. Ich bin Mensch. Ja, warte mal, du wirst wissen, was Terror ist. Ja, Terror ist das, was am 7. Oktober der Hamas gemacht hat. Und auch friedliche sogenannte Gazianer, ja, oder wie ihr nennt, die Palästinenser, haben gespuckt, gelacht, Baklava verteilt, haben die Menschen sehr schlimm hingerichtet. Das ist Terror. Er wird es nicht erklären können. Soll ich dir definieren, was Hamas ist? Es ist eine Terrororganisation, die 1947, äh 87 gegründet worden ist. Die für den bewaffneten Kampf gegen Israel steht und auch selbst Morde, Anschläge auf unschuldige Bürger befürwortet. Hamas schickt auch eigene Kinder, Kinder von Palästinenser, die dort erzogen werden, zum Selbstmordattentäter zu sein. Dafür steht Hamas. Das wollte ich von dir wissen, aber ihr wisst das nicht. Ihr wollt das nicht wissen, weil ihr das alles befürwortet. Wärt ihr für Frieden, für palästinensische Volk, für Gaza-Leute, würdet ihr jetzt nicht rausgehen und dafür stehen und irgendwelche Lügengeschichten ausdenken von 60.000 Kindern. Weil Kinder von Jemen, von 2 Millionen Kindern, die dort verhungern, interessiert euch nicht. Kinder von Sirien, interessiert euch nicht. Ihr geht nicht raus mit den Flaggen. In der Ukraine, Kinder, das interessiert euch auch nicht, weil das keine Juden sind. Euch interessiert Juden. Und ihr seid voller Hass. Und das ist euer Problem. Wenn ihr rausgegangen werdet und sagt, stoppt Hamas, rettet Palästina, palästinensische Leute, dann hätte ich noch gesagt, okay, die stehen ja für Palästina, aber ihr steht hinter dem Krieg und hinter dem Hamas. Das heißt, ihr steht alle für den Terror. Ihr werdet in Deutschland alle bezahlt dafür, diejenigen, die diese ganze Organisation machen, die rausgehen. Das ist eine Sekte, das ist schon bewiesen worden. Viele Leute geben sich als Juden aus, angebliche Juden, und gehen auf die palästinensische Demonstrationen, zeigen sich als Juden, wobei die gar keine Juden sind. Das ist auch strafbar. Das, was ihr macht, das ist richtiges Haram. Und dafür werdet ihr sehr, sehr vieles zurückbekommen, negatives. Also ihr werdet richtig bestraft. Ihr müsst für den Volk stehen. Wir haben nichts dagegen. Wir sind auch dafür, dass die Leute, die wirklich unschuldig sind, dass die wirklich Schutz finden, dass die wirklich die Leute in Palästina gehen selber raus. Und selber sind gegen Hamas. Nicht alle, aber einiges Teil davon. Die wollen Frieden. Und die sind sehr, sehr, die weinen draußen. Die Mütter bewahren ihre Kinder. Weil wegen Hamas werden die Kinder getötet. Nicht wegen israelischer Armee. Nicht wegen israelischer Soldaten. Das müsst ihr verstehen. Darf ich mal was sagen? Also ich bin gegen die Hamas. Das ist gar keine Frage. Und das, was am siebten geschehen ist, ist auch unentschuldbar. Man muss aber auch sagen, man kann nicht immer nur sagen, weil am siebten etwas Schlimmes passiert ist, kann ich genauso bomben und alles machen, wie ich will. Natürlich ist es eine schwierige Situation. Ich bin kein Palästinenser. Ich bin auch kein Muslim. Ich bin Agnostiker. Ich möchte auch einfach, dass Menschen in Frieden leben. Aber es sind einfach in den ersten 89 Tagen und mittlerweile so viele Bomben auf Gaza geworfen worden, in der Kraft von fünf Hiroshima-Atombomben. Es sind 35 Prozent, die UN hat gesagt, 35 Prozent von Google-Fotos auf den Satelliten, 35 Prozent aller Gebäude in Gaza sind zerstört. Weitere 17 Prozent sind schwer beschädigt. Das heißt, die Hälfte... Ein Moment. Du redest so lange. Ich bin ganz kurz ausredend, oder darf ich darauf kurz antworten? Und zwar, du sagst, es wurde das Fünffache der Hiroshima-Bombe über Gaza abgeworfen. Weißt du, wie viele Menschen bei einer Hiroshima-Bombe gestorben sind? Weißt du das? Nochmal, sorry. Du hast jetzt lange genug geredet. Wir wollen hier nämlich nicht, dass jemand einen Druck hält und fünf verschiedene Punkte aufbringt. Weißt du, wie viele Menschen beim Abwurf einer Hiroshima-Bombe gestorben sind? Weißt du das? 60.000 bis 80.000 nur durch die Bombe, nicht durch die Radikativität und sowas. Und jetzt überleg dir mal, wenn jetzt Israel auf einem Gebiet wie dem Gazastreifen, was dutzende Male mehr Dichter besiedelt ist als Hiroshima, das Fünffache-Äquivalent abwirft, wie viele Menschen werden dann theoretisch gestorben? Und dann schau dir an, wie viele Menschen gestorben sind. Laut Hamas 35.000 bis 40.000 Menschen. Okay, darf ich darauf antworten? Und dann siehst du, dass Israel extremen Wert darauf legt, um zu versuchen, zivile Opfer zu verhindern. Ja, natürlich, man kann sie nicht komplett verhindern. Aber von diesen 35.000 Toten sind ca. 17.000 bis 19.000 Hamas-Terroristen. So, jetzt darfst du kurz antworten. Also, von der UN wird gesagt, dass ungefähr 70 Prozent der Toten Frauen und Kinder sind. Ich meine, es gibt da keine, auf beiden Seiten, keine bestätigenden Zahlen. Ich will auch gar nicht auf diese Zahlen eingehen. Ich will nur sagen, es ist doch nicht gut, wenn man sagt, ich tue Gleiches mit Gleichem. Tut doch Israel nicht. Oder was, glaubst du wirklich, dass das, was Israel gerade macht, das Gleiche ist, was die Hamas am 7. Oktober gemacht hat? Glaubst du wirklich, dass es das Gleiche ist? Sind mehr Leute gestorben oder wenig? Ja, natürlich, es ist Krieg. Es geht auch nicht um die genaue Anzahl. Es ist doch ein Unterschied. Die Hamas ist am 7. Oktober nach Israel eingedrungen. Ohne Vorwarnung hat gemordet, gefoltert und vergewaltigt. Ich entschuldige doch die Hamas nicht. Ich rede nur vom Gaza. Es ist Krieg. Israel versucht, die Geiseln zu befreien und die Hamas auszurotten. Weil man kann nicht sagen, die Hamas darf weiter existieren. Die Hamas muss ausgelöscht werden. Sonst gibt es keinen Frieden in dieser Region. Die Hamas hat offen angekündigt, dass sie einen 2., 3., 4. und 10. 7. Oktober befinden. Wie soll die Hamas denn ausgelöscht werden? Ja, aber würdest du mir jetzt etwa sagen, dass man dieses Dilemma damit löst, dass man die Zivilbewölkerung mit wegbombt? Das ist Krieg. Im Krieg sterben Zivilisten. Das ist scheiße, aber das ist bei jedem Krieg. Nenn mir eine Lösung. Dann kannst du doch nicht sagen, dass die Hamas auslöscht. Nenn mir eine Lösung, wie Israel die Hamas auslöscht, ohne dass Zivilisten sterben. Weißt du, wie viele 100.000 Deutsche damals in deutschen Städten sterben mussten, damit die Nazis ausgelöscht werden? Damit wir die Nazis befreit worden sind. In Dresden alleine, bei einem Luftangriff von vielen Dutzend, sind 25.000 Menschen innerhalb von zwei Tagen totgebombt worden. 25.000 davon zwei Tagen. Das war einer von Dutzenden Luftangriffen. Richtig, aber sind wir nicht an einem Punkt, wo wir besser sein wollen als andere? Dann nenn mir eine Lösung, wie Israel vorgehen sollte. Weit fortgeschrittener, als wir das damals waren. Dann sag mir eine Lösung. Du musst ja sagen, du findest es schlecht. Dann musst du auch eine andere Lösung haben. Aber du kannst nicht sagen, das ist schlecht. Ich habe zwar keine bessere Lösung, das ist aber schlecht, weil wenn es keine andere Lösung gibt, muss man halt die beste, die es gibt. Darum geht es mir ja hauptsächlich. Dann nenn mir eine Lösung, wie Israel vorgehen sollte, um die Hamas auszulöschen und die Geisens befreien. Wie soll Israel das machen? Wenn du mich aussprechen lässt, dann würde ich wenigstens eine Sache zumindest sagen, die mir wichtig wäre. Das Erste, was ich machen würde, ist zu sagen, alle Kinder, alle Frauen dürfen raus. Das heißt, du sagst, ich meinte, du musst bedenken, die Hamas bildet Kindersoldaten. Das heißt, du findest es richtig, dass Israel Terroristen reinlässt. Wir wissen, dass die Hamas Frauen beschäftigt als Terroristen. Wir wissen, dass die Hamas Kindersoldaten beschäftigt. Das heißt, du findest es gut, dass Israel Kindersoldaten und Frauen, die ebenfalls Soldaten sind, nach Gaza reinlässt. Abgesehen davon, dass Ägypten keine Leute aus Gaza reinlässt. Israel hat nichts dagegen. Ja klar, Ägypten hat ja auch Gründe dafür. Ja, eben. Warum sollte Israel dann diese Menschen aufnehmen? Selbst Ägypten sagt, wir wollen diese Menschen nicht, weil die von der Hamas doktriniert sind. Es geht ja nicht, dass nicht Israel das aufnehmen muss, weil Israel, ihr hattet ja vorhin, naja, der Norden von Gaza ist doch, da ist doch fast nichts mehr. Da kann man die Leute ja hinlassen. Dann ist die Hamas da wieder. Die Hamas geht doch mit der Zivilbevölkerung mit. Die Hamas versteckt sich unter der Zivilbevölkerung mit. Ich möchte noch gut was einbringen. Und zwar, 200.000 Israelis haben seit Kriegsbeginn ihr Zuhause verlassen. Diese Menschen konnten nicht nach Hause zurückkehren. Mindestens genauso viele haben ihre Häuser, ganze Städte, ganze Siedlungen verloren. Darüber spricht man nicht. Es gibt keine Aufrufe darüber. Ich sage nicht, was falsch ist. Es ist so, dass alles, was in Gaza passiert, ist die Schuld der Hamas. Denn die Hamas hat Israel angegriffen. Abgesehen von den fast 6.000 schwer verletzten Menschen vom 7. Oktober, 1500 zu Tode gefolterten und 200 entführten Menschen, wovon 134 seit 6 Monaten fehlen. Nicht nur, dass sie in Geiselhaft sind. Niemand weiß, was mit denen passiert ist. Das ist sehr qualvoll für die Familien. Haben hunderte Tausende Israelis ihr Zuhause verloren. Und du möchtest aber, dass die Leute, die die Hamas gewählt haben und die die Hamas unterstützen, die Leute, die nicht mal andere Araber aufnehmen möchten, dass die einfach so davon kommen, dass für die es keine Konsequenzen gibt? Hamas wurde 2006 gewählt. Das heißt, dass Leute, die jetzt, wir haben 2024, 18 sind, haben die, und weniger als 18 sind, haben die nicht gewählt. Aber immer noch unterstützen über 70 Prozent der Menschen in Gaza die Hamas. Und eine Frage, du behauptest, die Menschen sollen zurück in den Norden gehen. Weißt du, am Anfang des Krieges war die Hamas... Hallo? Am Anfang des Krieges... Hamas hauptsächlich auf den Norden konzentriert. Dann hat sie angegriffen, die Bevölkerung aufgerufen zu evakuieren. Die Hamas hat ihre eigene Bevölkerung dahinter zu evakuieren. Als dann israelische Soldaten angekommen sind und Korridore offen halten mussten. Die israelischen Soldaten mussten Fluchtkorridore mit Panzern und Soldaten schützen, damit die Hamas ihre Bevölkerung nicht abschlachtet, wenn sie versucht zu fliehen. Der Großteil hat die Hamas gemacht. Die Hamas ist mitgegangen. Die hat sich unter die Zivilisten gemischt und ist mit in den Süden gegangen. Und was glaubst du passiert, wenn jetzt Israel diese Menschen, die Zivilbevölkerung sagt, sie soll zurück in den Norden gehen, dann geht die Hamas wieder mit. Die Hamas ist immer und ihre Bevölkerung. Die Hamas möchte, dass ihre eigene Zivilbevölkerung stirbt, um Israel zu beschuldigen. Und was ist deine Lösung? Also Aluminium oder was? Natürlich nicht, aber es ist Krieg. Im Krieg sterben halt nun mal unschuldige Menschen. Das ist ja selbst laut Völkerrecht legitim, dass es Kollateralschein gibt. Das ist traurig, aber das ist bei jedem fucking Krieg so. Krieg ist schurzig. Krieg ist die Hölle. Warum checkt ihr das nicht, dass Krieg dreckig ist, dass im Krieg Zivilisten sterben? Das kann man nicht nicht machen. Was wäre die Lösung? Wenn Israel sagt, okay, die Hamas versteckt sich unter der Zivilbevölkerung, dann lassen wir die Hamas weiter existieren, damit es noch einen zweiten 7. Oktober gibt, wie sie angekündigt haben oder wie. Das ist deine Lösung, zu sagen, wir machen nichts, weil die Hamas sich unter der Zivilbevölkerung versteckt und wir lassen einfach die Hamas existieren, damit sie den nächsten 7. Oktober planen können und wieder unsere Bevölkerung vergewaltigen, foltern und ermorden können. Das ist deine Lösung oder wie? Also das, was jetzt die Israelische Armeer macht, die machen das alles richtig. Es gibt keinen anderen Ausweg. Terror muss beendet werden. Das muss jetzt sofort alles gelöscht werden. Ansonsten haben wir hier, wir haben zum Teil das hier schon in Europa. Diese alle Demos, die werden auch dafür, sag ich mal so... Die stehen für die Vertreibung der Juden. Genau, ja. Die stehen für die Ermordung der Juden. Ich verstehe auch, bevor ich jetzt Mona gleich begrüße, ich verstehe die Logik nicht, wenn man sich wünscht, dass 200.000 vertriebene Israelis, 1.500 gefolterte und ermordete und vergewaltigte Israelis, fast 6.000 schwer verletzte Israelis, konsequenzlos bleiben. Was ist das für eine Absicht, wer sowas macht, hat mit Konsequenzen zu rechnen? Anna, kannst du mich kurz groß machen? Ich habe hier nämlich eine Statistik drinnen, wie viele Menschen in Gaza und in restlichen Palästina die Hamas, die besser gesagt den 7. Oktober unterstützt. Es ist ein bisschen schwer zu lesen, aber 71% der Menschen in Gaza finden den 7. Oktober gut. Das heißt, ja, die Hamas wurde das letzte Mal 2006 gewählt, aber sie unterstützt immer noch immense Unterstützung in der Bevölkerung. Das zeigt sich doch daran, dass als die Hamas-Terroristen in Israel eingedrungen sind, hat die Bevölkerung gejubelt und gefeiert. Es ist Zivilbevölkerung mit nach Israel rübergegangen. Die Zivilbevölkerung hat mitgemordet, getötet und gefoltert. Die Zivilbevölkerung hat ebenfalls Geiseln genommen. Die Zivilbevölkerung hat eine Parade gemacht, hat gejubelt, während die Hamas mit Leichen auf den Pick-up-Trups durch Gaza durchgefahren ist. Die Zivilbevölkerung ist auf diese Trucks zugelaufen, hat die Leichen geschlagen, hat auf die Leichen gespuckt. Kleine Kinder sind auf diese Trucks zugelaufen und haben die Geiseln angespuckt, haben die Leichen angespuckt. So werden die Menschen in Gaza erzogen. Es ist traurig, aber Israel kann diese Menschen nicht in das eigene Land lassen. Diese Bevölkerung ist indoktriniert worden von Geburt an. Es ist traurig, aber man kann halt keine Menschen in das Land lassen, die von Geburt an dazu erzogen werden. Die wenigen Geiseln, die aus der Geiselhaft entlassen worden sind, haben alle erzählt, dass auf dem Weg in die Freilassung sie durch Straßen gefahren sind, mit dieser Zivilbevölkerung, mit den Friedlichen. und die hatten Angst, die werden gelünscht. Die mussten beschützt werden vor der zivilen Bevölkerung, die Geiseln, weil die zivile Bevölkerung nicht zivil ist. Nochmal, natürlich wünscht sich niemand, dass da Menschen sterben, aber das ist Krieg. Es gibt keine andere Lösung. Und wenn jemand eine andere Lösung hat, wie die Hamas ausgelöscht werden kann und die Geiseln befreit werden können, ohne zivile Bevölkerung zu töten, der kann gerne hochkommen und uns einen Lösungsvorschlag vortragen, weil es gibt keinen. Die Hamas versteckt sich aktiv unter der Bevölkerung. Die Hamas ist aktiv mit der Bevölkerung. Sie sind in den Süden geflogen, geflohen, als israelische Soldaten Gassen offen gehalten haben. Davor haben sie die Bevölkerung gehindert zu fliehen. Und als sie keine Möglichkeit mehr hatten, die Bevölkerung aufzuhalten, weil israelische Soldaten die Bevölkerung vor der Hamas schützen mussten, haben sie sich unter die Bevölkerung gestellt und sind mit der Bevölkerung mitgelaufen. Und wenn man jetzt sagt, die Leute sollen zurück in den Norden gehen, dann macht die Hamas das Gleiche. Die Hamas möchte, dass Menschen stirben. Es ist traurig, aber es ist Krieg. Krieg ist die Hölle. Warum checken die Menschen das in Europa nicht? Und auch in den USA. Die sind so in Watte gepackt. Krieg ist die Hölle. Der Krieg ist scheiße. Es gibt überall auf der Weltkrieg. Im Jemen verhungern zwei Millionen Menschen und es juckt niemanden. Ich begrüße erst mal die Mona. Mona, du kannst dich entsperren beziehungsweise entstummen. Und Kian, die Lena, vermisst dich. Kian hat bisher am besten den Kern verstanden. Jetzt schweigt er so viel. Mona, guten Abend. Und was möchtest du uns sagen? Guten Abend zusammen. Ja, folgendes. Also einmal, Israel in der Hinsicht kann ja gar nicht anders handeln, als es im Prinzip handelt, weil letztendlich ist es so, wenn die nichts tun, dann ist es immer wieder so, dass immer wieder Menschen dort sterben werden. Das ist Fakt. Das ist ganz klar, weil das ist einfach, soll man dazu sagen, islamischen DNA Juden angreifen und vernichten zu wollen. Das ist halt einfach so. Das ist Fakt. Und die andere Sache ist, viele schreien dann, Kindermörder Israel, mal ganz ehrlich, wenn die so darauf bedacht sind, ihre eigenen Kinder, ihre eigenen Familien zu schützen, vor allem ihre Kinder, wieso werden die dann zu Märtyrern gemacht? Wieso werden die weggeschickt, um halt zu sterben für den Islam oder beziehungsweise für ihre eigene Sache? Oder wieso werden die zwangsverheiratet und, 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 und. Also da gibt es so viele Sachen, wo ich sagen muss, dass man da Kinder nicht besonders schützt. Also da können die nicht davon reden, dass sie ihre eigenen Kinder schützen wollen. Es tut mir leid. Ich verstehe da nicht, wie da Schutz laufen soll. Bitte? Keine Ahnung von der Realität. Ja, das ist wirklich, das ist doch kein Kinderschutz, was sie da betreiben wollen angeblich. Natürlich nicht. Na, weil es in den Schulen überall gelernt und gepredigt wird, wie man von drei Jahren auf, das klingt ab drei Jahren an, wie man richtig Israelis, Juden, genau ins Kopf schießen kann und Amerikaner auch, komischerweise steht da, also für Christen. Hamas hat jetzt zum Beispiel für Gewalt, also Hamas-Anführer haben jetzt aufgerufen zur Gewalt gegen Juden und Christen auf der ganzen Welt. Da geht es gar nicht um Kinderschutz, das geht gar nicht um Gaza. Es geht einfach nur darum, Ja, aber es wird ja immer so angeführt, nicht nur von Muslimen, sondern auch von Deutschen, die sich da haben, leider indoktrinieren lassen oder Hirn waschen lassen. Ja, die Kinder, da sterben doch Kinder. Entschuldigung, was sind denn, die merken gar nicht, Sterben doch keine Kinder? Ja, natürlich. Natürlich, klar. Der Punkt ist aber einfach, dass letztendlich die halt dafür sorgen, dass ihre eigenen Kinder aber auch sterben. Das ist denen wahrscheinlich scheißegal. Erster Punkt, es sind keine 35.000 Zivilisten gestorben, es sind 35.000 Menschen gestorben, laut Hamas-Angaben. Von diesen 35.000 Menschen sind ca. 17.000 bis 19.000 Hamas-Soldaten oder IS-Soldaten. In welcher Fantasiewelt? In der Fantasiewelt? 17.000 Hamas-Kämpfer sind da gestorben, von 35.000? Ja. Das ist einfach absurd. Nein, das ist kein absurd. Woher nimmst du die Zahlen? Was sind das für Zahlen? Vom IDF? Von der israelischen Seite. Du nimmst doch auch die Zahlen der Hamas, oder? Wenn du die Zahlen der Hamas einer Terra-Organisation nimmst, dann darf ich doch auch die Zahlen von Israel nehmen. Sag mal, bist du bescheuert? Natürlich ist das nicht. Al-Ali-Krankenhaus. Hat die EU und die UNO nicht selber gesagt, dass die Zahlen seriös sind? Al-Ali-Krankenhaus. 500 erfundene Tote, die bis heute dazu gezählt werden. Momentchen. Taha, Taha, nein. Die UN hat es überprüft. Taha, erst einmal musst du lernen, sich hier zu benehmen. Es hat Mona gesprochen. Ich habe dich gestummt und du hast dich entstummt. Du hast Mona unterbrochen. Du lässt niemanden aussprechen. Und du verbreitest Hamas-Narrative. Die UN hat die Zahlen, die von der Hamas kommen, nicht bestätigt, hat die Überprüfung angeordnet. Und bei der Überprüfung kam raus, dass die Zahlen gefälscht sind. Und man hat ganz genau aufgedeckt, oder aufgedeckt, an welchen Punkten es liegt. Zum Beispiel daran, dass viele Namen mehrfach vorkommen. Dass man keine Todesursache und auch keine natürliche Todesursache mehr findet. Dass man nicht aufzeichnet, ob es durch israelische Angriffe ermordigt, oder durch fehlgeschlagene Raketen von der Hamas selbst. Denn 30% aller Raketen, die die Hamas auf Israel abschießt, und da sind Zehntausende, also da sind fünfstellige Zahlen, 30% fallen in Gaza selbst. So wie damals in diesem Krankenhaus. Dann kommen da noch Namen hinzu, die von Juden sind, die von der Hamas ermordet worden sind. Die schreiben das auch vor, als wären das Menschen in Gaza. Dann werden dort niemals Zivilisten und Terror-Anhänger, also Hamas-Anhänger, aufgelistet. Sondern komischerweise sind das alles Zivilisten. Abgesehen davon, dass es keine Todesurkunden von all diesen Menschen gibt. Sondern es ist einfach nur eine Tabelle. Welche Todesurkunden möchtest du bitte? Wenn ein Mensch stirbt, Israel zum Beispiel braucht Monate, um Menschen zu identifizieren und um deren Tod zu bestätigen. Die Hamas weiß alles binnen Minuten. Das ist eine Fälschung. Deswegen hat die UN Schaffst, was du machst, gerade. Diese Zahlen, unterbrich mich bitte nicht. Die UN hat diese Zahlen nicht anerkannt. Die sind nirgendwo auf der Welt, außer in anderen Terrorstaaten und bei Arabiya und Al Jazeera, die sind sonst nirgendwo anerkannt. Das sind Fake-Zahlen. Das glaubt euch keiner. Doch, die UN hat die anerkannt. Und sogar Deutschland. Nein, hat sie nicht. Unter Zauberhalt. Narrativ in den Mainstream-Medien. Du siehst doch selber, dass Markus Lanz und so weiter, all diese ganzen öffentlich-rechtlichen und so weiter und so fort, selber mittlerweile sagen, die Zahlen sind unheimlich. Ja, also wenn man sämtliche andere Konflikte im Nahen Osten anschaut, sind die Zahlen nicht unheimlich, sondern zum Teil sogar wirklich noch sehr, sehr gering. Zwei Millionen Kinder sind im Jemen am Verhungern. 400.000 Menschen wurden mindestens im Jemen in den Jahren Krieg gedreht. Das dreitet auch keiner ab. Aber warum interessiert es euch das nicht? Wieso interessiert euch der Gaza-Streifen so sehr und all eure muslimischen Brüder, die zwei Millionen Kinder, die im Jemen verhungern, interessieren euch nicht? Warum geht niemand für diese Kinder auf die Straße? Nichts. Das ist eine einzigste Demonstration, aber hunderte und tausende Demonstrationen jedes Wochenende für Gaza. Warum? Wer sagt das denn? Was heißt, wer sagt das? Wir leben in Deutschland. 100.000 Prozent. Kein einziges Demonstrationen für Jemen in Syrien? 100.000 Prozent. Woher weißt du, ob mich das interessiert, was in Jemen passiert und nicht? Es interessiert dich nicht. Weil man hat keine Juden, dass sich persönlich interessiert. In Jemen sind keine Juden und deswegen interessiert dich das nicht. Ihr seid united, ihr seid... Das heißt, du werfst mir das vor, ohne dass du mich kennst. Two Jews. Genau. Ihr seid nur vereinigt im Hass gegen Juden. Euch interessiert der Rest der islamischen Welt ein Scheißdreck. Ich will dich mal eine Sache fragen. Wo ist Burma? Burma? Ja, Burma. Wo liegt Burma? Na, jetzt antworten. Nicht erst in... Ja, hab ich doch gerade gesagt. ...vor Monats Ramadan. Hab ich doch gerade gesagt. Wo liegt? Myanmar. Burma liegt in Myanmar oder Myanmar liegt in Burma? Myanmar liegt in Burma? Nein. Und was sagst du da? Burma ist der alte Kolonialname von... Den Namen hat Großbritannien damals... Okay, aber was ist jetzt... ...beziehungsweise zu Myanmar gegeben. Das ist der alte Name. Was ist mit Myanmar? In Myanmar ist schrecklich, was passiert. Okay, ich frage dich. Ich frage dich. Was ist in Burma oder Myanmar passiert? Da werden Muslime angeschlachtet. Okay. Kannst du uns ehrlich sagen, wie oft du auf die Straße gegangen bist für die Muslime in Burma? Ich bin auch kein... Nur keinmal... Ich bin auch kein einziges Mal auf die Straße gegangen für das, was in Gaza passiert ist. Auch nicht für Kaschmir? Nein. Okay. Ich gehe auf keine Demonstration. Warst du schon mal in einem Stream und hast du dich mal über das Leiden der kaschmirischen Muslime beschäftigt? Nein, aber das ist auch erst jetzt das zweite Mal, dass ich mich über das Leiden der Palästinenser... Hast du dich schon mal gegen Assad aktiviert? Das Problem ist, das Problem... Sieht aktuell gerade, was in Pabkasa passiert oder nicht? Also erst einmal sage ich dir folgendes. Geh mal in die... Du wirst mir Antisemitismus vor. Du solltest dich lieber mal fragen, wie du dir das Recht rausnimmst, mir zu unterstellen. Wenn ich sei ein Antisemitismus, werdet ihr euch Palästinenser einsetzen, weil ich was gegen Juden habe. Die Juden haben friedlich mit den Palästinensern zusammengelebt, als ihr das Land... Das stimmt doch gar nicht, das ist das, mein Facka. ...und als ihr euch das Land angeeignet habt nach dem Holoka-Haus. Das stimmt nicht. Die Moslems haben immer... Es hat kein Israel gegeben, mein Lieber. Palästina war ein Staatsgeber, die Engländer sich angenommen haben. Darf schämst du dich nicht? Stopp, nicht durcheinander sprechen. Belfort-Erklärung, sag dir was. Belfort-Declaration. Ist doch wunderbar. Ist doch... Okay, nicht durcheinander sprechen. Ich habe mal eine Frage an dich. Du hast mir ja gerade eine Frage gestellt. Dann lass mich dir eine Frage stellen. Ja. Erzähl mir mal was von Khabat Lubavitsch und erzähl mir mal, was am 7. Oktober mit den Red Haifers passiert ist. Was die Hamas gesagt haben. Ich bin übrigens nicht pro Hamas, nur damit du Bescheid bist. Seidig bist du da für Khabat Lubavitsch? Ich finde das, was am 8. Oktober passiert ist, ich finde das schlimm, was passiert ist. Ich bin nicht für die Hamas. Die Hamas vertreten nicht meine Gesinnung und die vertreten auch nicht... Ich finde das auch schlimm. Ich bin kein Fan von denen. Ich finde, die repräsentieren absolut nicht weder die Muslime noch die Palästinenser. Aber immer dieses Narrativ, ja die Hamas, ja die Hamas, ja die Hamas. Als müssten alle Menschen, die dort im Gazastreifen leben, leiden wegen der Hamas. Müssen denn die Menschen in Israel wegen der Hamas leiden? Wie viele Menschen leiden denn in Israel wegen der Hamas? Alle. Da kommt doch gar nichts durch nach Tel Aviv. Acht Millionen Menschen... Was kommt denn da durch in Tel Aviv? Die kommen durch. Vor kurzem wurde einer eingestochen von 16-Jährigen. Ist das normal? Was ist denn in der Westbank? Was ist in Westjordan? Beantworten, ich stimme dich und jetzt halte mal die Antwort durch. 200.000 Menschen haben in Israel ihr Zuhause verloren. 200 Menschen wurden entführt, davon 134 bis heute nicht zu Hause. Täglich wird Israel attackiert, wenn ich die stumme, bleibst du stumm. Täglich wird Israel von Libanon, von Jemen, von Westjordanland, also Judäa und von Gaza aus mit Hunderten von Raketen attackiert. Sehr viele Menschen, also Frauen dienen in Israel auch, Frauen und Männer sind an der Front, das sind sehr viele Familien, die ihre Ruhe verloren haben. Sehr viele Menschen, also Hunderte, Tausende von Menschen, haben ihr Zuhause durch den 7. Oktober einfach verloren, weil es zerstört ist. Und 1500 Menschen sind identifiziert und noch mehrere Hundert sind eben nicht identifiziert. Das heißt, die sind tot, aber die gelten als verschollen. Und du besitzt die Frechheit, zu sagen, worunter leidet denn Israel? Ist das dein Ernst? Zum Freunde in den USA. Und du bist immer sofort schießbereit. Ich merke das, du bist geladen mit Antworten. Du sagst zwar, dass du nicht auf der Seite der Hamas bist, aber du bist auf der Seite der Hamas. Du bist absolut pro Hamas. Denn wärst du nicht pro Hamas, würdest du niemals in Frage stellen, ob Israel sich verteidigen darf. Du würdest niemals in Frage stellen, wo denn Menschen in Israel leiden. Menschen in Israel leiden die ganze Zeit unter der Hamas, aber jetzt leiden sie unter dem Krieg, der Hamas angefangen hat. Und bei all der Tragödie, die die Menschen aus Gaza in Israel angerichtet haben, ist es also logisch, dass die Leute, die die Hamas gewählt haben und die die Hamas unterstützen, die Konsequenzen davon bekommen. Und die Konsequenzen sind bitter. Das haben sie sich selbst zu verdanken. Wer hat denn die Hamas ins Leben gerufen? Sie konnten die Geiseln selbstständig befreien. Sie konnten die Hamas dazu auffordern, die Geiseln zu befreien. Stattdessen haben sie die Hamas und deren Gräueltaten gefeiert. Ist es nicht die israelische Regierung gewesen, die froh war, dass die Hamas da war? Die israelische Regierung hat dich nicht zu interessieren. Ich begrüße Frau X. Du kannst dich entstummen. Guten Abend. Was möchtest du uns dazu sagen? Guten Abend. Erstmal Taha. Ich bin jeden Tag in Kontakt mit meinen israelischen Freunden. Sie bekommen jeden Tag mehrere Meldungen, dass die Raketen Richtung Israel fliegen. Und dann möchtest du uns sagen, dass Israel nicht unter Hamas leidet. Das ist Quatschspur. Das, was jetzt da momentan abgeht, ist nicht die Schuld von Israel und nicht die Schuld von Leuten, die in Israel leben. Das ist nicht nur die Juden, sondern auch die Araber. Zwei Millionen von Araber. Die leiden dadurch auch. Ich habe vor kurzem Nachrichten gelesen. Und Christen. Christen leiden auch. Genau. Da zum Beispiel Tunnels. Die Tunnels wurden sogar unter Israel gebaut. Also wenn die Leute möchten friedlich leben, sie bauen bestimmt keine Tunnel, damit sie sich frei bewegen können und die verschiedenen Kriminelltaten ausüben können, oder? Ich habe das eben gerade schon mal gesagt. Ich bin nicht für die Hamas. Ja, aber wer unterstützt Hamas? Ich kann mit der Ideologie der Hamas nichts anfangen. Es gibt da keine zivil oder friedliche Bevölkerung. Natürlich. Ach, Quatsch. Okay, die Kinder sind... 50 Prozent, der ganze Rest unterstützt die Hamas. Das sind Terroristen, ja. War es nicht der israelische Staat, der froh war, dass er zur Fatah eine Alternative hatte? Ja, aber die Hamas heutzutage ist ja nicht zu vergleichen mit der Hamas damals. Damals war die Hamas friedlich. Heutzutage nicht. Also das ist eine vollkommen dumme Aussage. Damals gab es eine Partei, die in der Opposition zur Fatah stand. Und heutzutage ist diese Partei noch schlimmer und noch radikaler als die Fatah. Das heißt, nur weil die Partei früher mal ein bisschen friedlich war, ist es okay, dass sie heute existiert und Juden abschlachtet. Also ich verstehe deine Argumentation gerade nicht. Worauf ich hinaus will, ist einfach, man hat da irgendwie wohl einen Biest ins Leben gerufen. Aber wenn wir schon bei Mossad sind und ihr ja alle so aufgeklärt seid, dann wisst ihr ja auch, was ehemalige Mossad-Agenten bzw. IDFler selber sagen. Das, was am 7. Oktober passiert ist, hätte es überhaupt nicht zu sehen können. Wenn die Palästinenser so schuld sind, okay, an dem ganzen Übel, was da gerade passiert, was macht ihr im Westjordanland? Was macht ihr in den Gullah-Höhn? Was macht ihr in den Gullah-Höhn? Ja, was machen wir denn da? Was macht ihr in den Gullah-Höhn? Israel hat sie in einen legitimen Verteidigungskrieg eingenommen und kommt aus Ende. Guck mal, das ist kein Verteidigungskrieg. Das ist ein Plan, den ihr habt. Die IDF sagt selber, es ist entscheidend. Was ist mit Rabat Lubavich? Was ist mit dem Rebbe von euch? Was ist mit den guten Plänen von Gullah-Höhn? Oh, ich gehe ins Detail. Oh, nein, nein. Was ist mit dem Verteidigungskrieg? Wenn ich dich stumme, Taha, guck mal, wenn ich dich stumme, entstummst du dich nicht. Du redest ohne Ende, du bist für die Hamas. Auch wenn du verbal sagst, dass du nicht für die Hamas bist, wenn du dich nochmal entstummst, Schöner abkommt. Also, okay, du fliegst. Zionismus ist falsch. Also, wir hatten hier einen Taha, der hat jetzt von Zionismus angefangen. Er ist für die Hamas, denn er hat gerade erklärt, alles für legitim, er erklärt alles für legitim, was die Hamas macht. Er erklärt alle Vorgehensweise der Hamas für legitim und lügt uns vor, er sei friedlich und er wäre nicht für die Hamas. Und er vertritt dabei alle Narrative und alle Taten der Hamas. Er erzählt sogar was von der Besatzung. Sehr interessant. Entschuldige, Kinder, dass ich dich unterbrochen habe. Darf ich auch kurz noch was sagen, bevor man hat? 1967 hat im Sechstagekrieg Israel die Golanhöhen eingenommen, weil von den Golanhöhen aus Syrien nach Israel reingeschossen hat und die Syrien beziehungsweise Israel angegriffen hat. Das hafte er nicht. Es war, wie gesagt, die sind eingenommen worden, weil Syrien von den Golanhöhen aus nach Israel reingeschossen hat. So, und wenn du es nicht kapierst, da unten, und das ist keine Lüge. Und es gab auch, wie gesagt, die Alte Hamas war ursprünglich eine Wohltätigkeitorganisation, die natürlich dann von allen irgendwie unterstützt wurde. Und dann, als sie die Wahl gewonnen hat, damals haben die sich um 180 Grad gedreht und haben auch noch die Terrorbereich zugenommen. So, und wie gesagt, als Wohltätigkeitorganisation ist das legitim gewesen, dass der israelische Staat diese Organisation unterstützt. Aber als sie dann, wie gesagt, sich um 180 Grad gedreht hat, war natürlich die Hilfe sofort weg. Up to date. So, wir haben Kian, glaube ich, unterbrochen. Wir haben die 100.000 Likes Marke gebrochen. Ihr seid meine Besten. Jetzt 120. Und dann hier, der Silsa, da, ne? Ja, wollte Weltkripo für zum Atlant zu vergrößern? Kollege, gegen welche Wand bist du denn gerannt? Gegen welche Wand bist du denn gerannt? Die Wand, wo wohnen, dieser Mauer, der das Loch nicht gelassen hat, hat. Ja, der ist davon wahrscheinlich nur überzeugt, dass hier sämtliche Leute die Welchherrschaft übernehmen wollen. Keine Ahnung. Mich interessiert... Wobei, Anna, du musst ja noch ganz viel Geld uns allen abgeben, hast du ja auch noch gesagt, oder wie war das? Mich interessiert zum Beispiel, wer hat heute, beziehungsweise gestern, in Oldenburg. Haben wir gesehen, gehört. Ja, wir haben das gemacht. Mich wird das nicht wundern, wenn das unsere muslimische Freunde war in Deutschland. Ja, das kann ja nicht anders sein. Wie gesagt, der Stadtschutz wird das da oben wahrscheinlich schon untersuchen. Und die werden daraus finden, nur, jetzt wird der Schutz der Synagogen wahrscheinlich noch höher gefahren wieder. Siljas, muss ich dir noch dazu sagen, wir gehören zu diesem Land, weil wir sind deutsche Juden. Und du gehörst hier mit diesen Aussagen definitiv nicht. Ich bin zwar kein Jude, Deutscher, aber ich würde sagen, du gehörst nicht zu uns mehr. Deine Aussage hat dich, würde ich sagen, ich habe dir vorhin gesagt, geh in das Land deiner Großeltern zurück und bleib da, bitte. Also ich bin gespannt. Ich habe ihn jetzt einladen, aber der kommt bestimmt nicht hoch, wie alle anderen Experten. Mido hat sehr gut geschrieben. Mido Gil hat geschrieben, es gibt mittlerweile 57 islamische Länder. Sie wollen laut Koran die Welt erobern. Ich frage mich einfach nur, wenn es so viele muslimische Länder gibt und eure Vorfahren oder ihr, ihr seid alle nach Deutschland gekommen, in ein westeuropäisches Land mit jüdischer Geschichte. Und was wollt ihr dann hier erreichen mit dieser Einstellung? Vermutlich wollen die das erreichen, was die selber anderen vorwerfen. Ja, genau das, Mona. Du bringst es auf den Punkt, du bist mein Mensch. Ich habe hunderttausendmal gesagt, das muss man wiederholen. Mona hat es auf den Punkt gebracht. Ja, die Welt erobern Mido, ich habe dich verstanden. Diese Leute unterstellen den Juden nur das, was sie in Wirklichkeit selber wollen. Immer wenn sie über Israelis, Zionisten oder Juden reden, die sagen das, was sie eigentlich selber wollen. Kian, da wird einer gerade die Suche 44, Vers 10 bis 16. Was soll das heißen? Sei bereit für die Erfüllung von Sura 44, Vers 10 bis 16. Strafe in diesem Jahr 1445. Ja, wahre Islam schreibt und sei bereit auf die Erfüllung von Sura 44, Vers 10 bis 16. Strafe in diesem Jahr 1445 macht die Al-Omna kaum. Was heißt das? Ja, also ich kenne diese Verse natürlich. Übersetzt heißt es Ad-Dohan, also der Rauch. Und es geht um die, es ist die Ankündigung des jüngsten Tages. Es hat einfach nur etwas mit dem jüngsten Tag zu tun. Die Strafe am jüngsten Tag. Und Mahdi, also Mahdi Al-Omna bedeutet einfach nur, dass dieser apokalyptische Massenmörder Mahdi kommen wird, der, er ist die Endfigur im Islam. Immer Mahdi. Er wird das Blutbad an den Juden vollenden. Ohne ihn wird es keinen jüngsten Tag geben übrigens. Er muss kommen. Und er wird einen apokalyptischen Krieg auf dieser Erde anfangen. Er wird alle Juden töten. Ja, das ist sein Ziel. Er wird alle Christen zum Islam zwingen. Er wird das Kreuz zerstören und das Schwein töten. Und er wird zuerst am Jordanfluss auftauchen. Und am Jordanfluss wird er nach Israel schauen oder in das Land, wo die Juden leben. Und er wird dann die Umma versammeln. Ein Herr von Muslime wird sich am Jordanfluss versammeln. Und dann wird sich sogar die Natur gegen die Juden verschwören. Also Bäume werden sprechen, besteigen. Ah, ich erinnere mich, ja. Und Imam Mahdi ist eine apokalyptische Endzeitfigur aus der Familie des Propheten Mohammed. Das ist da, wo der eine Baum bleibt, ne? Richtig. Richtig. Und die Natur wird sich gegen die Juden verbünden. Und er wird die Juden jagen. Also es ist wie, stellt euch vor, Schindlers Liste. Die Nazis kommen hier in irgendwelche Ghettos und räumen ein Haus nach dem anderen. Und holen die Juden raus und bringen sie in die Gaskammer. Das heißt, das ist ein Aufschub zum Völkermord, was er gerade begangen hat, oder? Imam Mahdi, das ist die Endzeitfigur. Das ist die Endzeitfigur. Das heißt, wir haben hier gerade jemand im Chat, der zum Völkermord aufschubt. Ja, ich muss dich korrigieren, leider. Das wird nicht Imam Mahdi sein, sondern Jesus. Imam Mahdi wird mit Jesus zusammenkommen. Genau, nicht Imam Mahdi, Jesus wird den Antichrist töten. Imam Mahdi wird mit Jesus zusammen herrschen. Die Juden erwarten ja den Messias, ne? Hier eine Frage von Lena, eine Frage aus dem Chat. Ich lese nur vor. Wir Christen werden also verschont und müssen nur den Islam annehmen? Frage? Ja, ganz genau. Ganz genau. Und was, wenn sie den Islam nicht annehmen können? Dann werden sie getötet. Dann werden sie übergeschüttet. Kein Zwang im Glauben. Kein Zwang im Glauben. Es gibt in der Endzeit-Doktrin des Islam nur die Option von Imam Mahdi, entweder wirst du Muslim, weil ich bin die Wahrheit, würde er sagen, ich bin die Wahrheit, oder weil du die Wahrheit verleugnet hast, stirbst du. So sind die Überlieferungen aus der Endzeit. Sie werden aber Endzeit-Zeichen sehen. Also der Mahdi wird ja ein Zeichen sein können. Das sind ja große Zeichen. Da werden Menschen... Ich kenne alle Überlieferungen. Ich kenne alle Überlieferungen in Bezug auf Imam Mahdi. Ich habe in den Moscheen 20 Jahre lang gesessen und als Schiiter habe ich ganz besonders, weil der zwölfte Imam ist unser Mahdi, ja, in der schiitischen Dogmallehrung. Und wir haben, wir verehren Imam Mahdi und deswegen habe ich alles über Imam Mahdi gelehrt in den Moscheen. Weil er Nachkomme auch vom Propheten ist. Ich kenne jede einzelne Überlieferung davon. Ich kenne jedes einzelne Ereignis davon. Ich habe auf der Mimba gesessen und habe davor 300, 400 Leute in der Moschee, habe ich Vorträge über Imam Mahdi gehalten. Ich kenne alles von diesem Ding. Und ich sage dir, Imam Mahdi ist eine apokalyptische Endzeitfigur, der einen super Holocaust anrichten wird an den Juden. Er wird einen Holocaust anrichten an den Christen und vor allem er wird einen Holocaust anrichten an ein Drittel der gesamten Menschheit. Ja, und das wird ein super Schlachten geben. Wie kann man überhaupt an so eine Endzeitfigur glauben? Jesus wird kommen. Er wird sich dem Mahdi anschließen. Die Frage ist, wer kommt zuerst? Tatsache ist, wir sind mit den Christen zusammen. Nein, ihr seid nicht mit den Christen zusammen. Natürlich, weil der Antichrist kommen wird, Kian. Der Antichrist spielt eine große Rolle. Der christliche Jesus hat nichts mit dem islamischen Jesus zu tun. Nein, es kommt noch ein falscher Messias, den jeder Prophet angekündigt hat. Der islamische Jesus ist ein schlechter. Das ist der Unterschied zwischen dem christlichen und dem islamischen. Der Antichrist wird göttliche Macht haben. Versofft mir nicht den islamischen Jesus als netten Kerl. Der islamische Jesus ist von euch Muslime komplett pervertiert worden. Alles gut, Kian. Das ist deine Überzeugung. Der islamische Jesus ist absolut, Jesus hat während seiner gesamten Lebenszeit, hat er nicht einmal die Hand gehoben. Er hat sich zu den Zöllnern gesetzt, zu den Zinswucherern. Er hat Maria Magdalena beschützt, die Ehebruch begangen hat. Er hat sich mit den Niedrigsten der Niedrigsten zusammengetan und er hat niemals Gewalt angewendet. Das ist der große Unterschied. Der islamische Jesus ist komplett pervertiert. Wie jede andere prophetische Figur in der islamischen Mythologie würden alle Propheten, die im Christentum recht gut wegkommen, werden in der islamischen Mythologie komplett gewalttätig. Und so ist auch Jesus jemand, der mit Immermerti zusammen gegen die Juden und die Christen kämpfen wird. Er wird selber das Kreuz und das Schwein töten als ein Zeichen dafür, dass er weder gewollt hat, dass die Christen das Kreuz anbeten, noch dass die Christen Schwein essen. So ist die islamische Erzählung über Jesus Christus. Und der Jesus im Islam ist ein brutaler Schlechter. Und der Jesus in der christlichen Erzählung ist ein Softie, der gesagt hat, wenn ihr einen Schlag auf eure Wange bekommt, dann haltet die andere Wange hin. Für uns ist er ein Gesandter und Prophet mit Gottes Wort, der damals zu den Pharisäern und den Rabbinern gekommen ist. Er kam, um nicht Moses Gesetz aufzuheben. Das weiß man. Er war auch ein Prophet wie Moses, wie Abraham, wie Noah. Es geht nicht darum. Schau mal, wir Muslime, wir sehen uns als Kinder Adam und Efaz. Wir sind Geschwister. Wir wollen niemandem das Schlechte. Das ist religiöse Propaganda aus dem Islam. Das ist doch keine Propaganda. Ich würde doch sonst nicht dran glauben, Kian. Das ist Propaganda. Das ist eure Propaganda. Nein, wenn ich nicht sehe, dass wir alle gleich sind. Konvertiert ihr dumme Deutsche zum Islam. Das stimmt. Es gibt einen radikalen Weg. Ja, das gibt. Aber die sind alle nicht. Die gehören nicht zum Islam, Kian. Zu wem gehören sie denn? Zu dem guten Islam, zu dem Frieden. Der Islam bringt doch Frieden. Ja, natürlich. Aber besonders, wenn Terror anstrengend ist. Aber doch nicht diese radikalen Leute und Terror. Das hat doch nichts mit unserem... Wir alle wissen doch nicht, was das ist. Wir sind doch alle hier im Guten. Wir leben in einem guten Standard, im guten Wohlstand. Ich bin auch hier geboren. Mein Opa kam als... Das ist doch nicht der Islam, oder? Also hier in Deutschland regiert doch nicht der Islam. Du kannst doch nicht sagen, Islam bringt Frieden. Wie gesagt, der Glaube ist eine persönliche Sache. Ich will niemanden damit aufzwingen, oder euch damit belasten, oder euch damit vollreden. Das ist so eine eigene Angelegenheit. Das ist so für mich persönlich. Wenn ich bete, bete ich doch für mich, bei mir, zu Hause, alleine. Ich nervt doch niemanden dabei. Versteht ihr? Oder wenn ich faste, oder ich komme nach Nachbarn. Ich habe eine Frage, wenn der Islam so friedlich ist, ergeben. Eine Frage einfach nur. Er ist friedlich, er gibt Wohlstand. Wieso ist in allen muslimischen Ländern, oder in fast allen muslimischen Ländern, kein Wohlstand, sondern Armut und Krieg? Also Dubai, wenn ihr Dubai, die Emirate sind, Kata... Ja, Dubai ist eine Ausnahme. Oh mein Gott, das ist die Abwesenheit von Islam. Okay, der einzigste Ausnahme, der ich kinken konnte, das geht aber nicht wohl. Ergeben, ergeben. Wie gefällt dir dieser Bibelvers? Gewiss, die schlimmsten Tiere bei Jahwe sind die, die ungläubig sind und auch weiterhin nicht glauben. Gewiss, die schlimmsten Tiere bei Jahwe sind die, die ungläubig sind und auch weiterhin nicht glauben. Ja, im Islam heißt es doch, im Koran steht doch auch, Menschen... Warte mal, warte mal, warte mal. Ich frage dich jetzt, wie wirkt dieser Bibelvers auf dich? Gewiss, die schlimmsten Tiere bei Jahwe sind die, die ungläubig sind und auch weiterhin nicht glauben. Ja, es steht doch auch in der Schrift, dass Menschen, die nicht glauben oder ungläubig... Jesus Christ, Jesus fucking Christ. Es steht doch in der Schrift, Menschen, die ungläubig sind. Wie wirkt dieser Vers auf dich? Meine Güte, warum... Ich erkläre dir das doch gerade. Ich war in so vielen theologischen Seminaren und wenigstens in den theologischen Seminaren, die ich damals gehabt habe in den Moscheen und damals in der Islamischen Universität gehabt habe, konnten die Leute konkret auf eine Frage antworten und sind nicht ausgewichen. Ich frage dich, einfach nur eine Frage. Gewiss, die schlimmsten Tiere bei Jahwe sind die, die ungläubig sind und auch weiterhin nicht glauben. Wie wirkt dieser verdammte Satz auf dich? Menschen, die nicht glauben, sind wie Tiere, ja. Richtig. Und wie wirkt dieser Satz? Ist es angemessen für einen Gott, einen Menschen, der nicht an ihn glaubt, als Tier zu bezeichnen? Er vergleicht das Leben eines Tieres mit dem Menschen, der nicht glaubt. Die schlimmsten Tiere bei Jahwe sind die, die ungläubig sind. Dann wissen wir ja, Tiere leben ihre tierischen Instinkte aus. Sie haben keinen Verstand, die sortieren nicht nach gut und schlecht aus. Sie folgen ihren Instinkten und sie folgen ihren Neigungen. Ich frage dich, ist es angemessen für einen Gott, solch einen Vers zu offenbaren? Schau mal, es muss ja direkt... Wenn jemand, der nicht gläubig ist, wenn jemand nicht gläubig ist und er hört jetzt, jetzt gehst du als Christ mit diesem Vers aus der Bibel hausieren und sagst, hey, gewiss, die schlimmsten Tiere bei Allah sind die, die ungläubig sind und auch weiterhin nicht glauben. Was heißt denn für dich nicht glauben, ungläubig? Was ist denn ein Ungläubiger für dich? Ich frage dich einfach nach der Wirkung dieser Bibelferse. Was bedeutet Ungläubiger für dich? Der ist ja an die Ungläubigen gerichtet, dieser Satz. Können wir diese theologische Diskussion beenden? Du hast die Frage verstanden? Simbermund, eine Frage an dich. Wenn du, sagen wir mal, du bist Atheist oder bist nicht gläubig... Ja, bin ich. Ich wurde zwar christlich erzogen, aber Atheist. Okay, als Atheist kommt plötzlich ein Christ auf dich zu und sagt, gewiss, die schlimmsten Tiere bei Jahwe sind die, die ungläubig sind und auch weiterhin nicht glauben. Und jetzt schaust du dir die Tierwelt an und du siehst, dass die Tierwelt einfach nur nach ihren Instinkten geht. Der Sexualtrieb ist instinktiv. Die anderen Neigungen des Tieres fressen, schlafen und so weiter und so fort sind alle instinktiv. Würdest du dich positiv oder negativ angesprochen fühlen, wenn ein Christ mit so einem Vers hausieren geht? Negativ. Ich werde ja sogar als das Schlimmste aller Tiere bezeichnet. Ich werde ja nicht nur als Tier bezeichnet, sondern ich werde als unterste, also quasi das niedrigste und das schlechteste Tier bezeichnet. Da steht ja nicht mal drin, dass das Tiere sind, sondern die schlechtesten Tiere. Das heißt, ich würde mich da schon angesprochen fühlen. Ich meinte, ich werde jetzt schlechtes Tier bezeichnet. Richtig. Und ich verstehe nicht, wo diese religiösen Köpfe immer abschweifen müssen, wenn es einfach so einfach ist. Fühlst du dich in deinem eigenen Friede gestört, wenn jemand dir so etwas sagen würde? Also zumindest würdest du sagen, wow, das ist harter Tobak. Ja. Immer schon in dieser Richtung. Ich würde es wahrscheinlich ausblenden, aber trotzdem, ja. Das ist schon nicht nett. Das ist eine Beleidigung. Das ist schon nicht nett, jemanden als unterste Tier zu bezeichnen, nur weil ich jetzt nicht an den Gott glaube. Okay. Darf ich was bezeichnen? Gut, dieser Analog hat leider nicht funktioniert, weil ich wollte ihm eigentlich sagen, das ist ein Koranvers, das ist kein Bibelfers. Ja. Das steht in Surah Al-Anfal, in Surah 8, Vers 55. Gewiss, die schlimmsten Tiere bei Allah sind die, die ungläubig sind und auch weiterhin nicht glauben. Und so eine Religion soll angeblich, soll angeblich eine Religion des Friedens sein, wie er uns verkaufen will. Ja, das ist so eine indirekt falsche Übersetzung. Du kannst es ja nicht eins zu eins des Arabischen auf Deutsch untersuchen. Aber Kian, du redest mit jemandem, der 35 Jahre lang ein praktizierender Muslima umgehen soll, der ein geologisches Ablohn, wenn ich Samenwissenschaft habe. Ich gebe es dir doch zu verstehen, was das heißt. Es ist nicht Kian, der das radikal übersetzt. Aber ich erkläre euch doch, was das heißt. Ergeben, du musst mal zuhören. Es ist nicht Kian, der das radikal übersetzt. Es ist etwas Radikales, was geschrieben ist und er hat es nur übersetzt. Ich habe dir die Frage gestellt, wenn Islam so friedlich ist, wieso sind in den meisten muslimischen Ländern Kriege und Armut? Du kommst mir mit Dubai. Du bist immer so in diesem doppelten Zwiespalt, so altglatt, du antwortest nicht direkt. Wieso flüchten Muslime, wenn der Islam so friedlich ist, nicht in islamische Länder? Man kann nicht über Gaza und Israel reden, getrennt von dem Thema Islam. Ich bin nicht gegen Islam. Ich bin nicht gegen Moslem. Ich frage mich einfach nur, damit du verstehst, worum es geht. Wir greifen dich nicht an, weil du Moslem bist oder den Islam selbst. Wieso ist so viel Radikales ausgerechnet in der Community der Muslime? Aber Anna, wer hat denn die islamischen Länder angegriffen? Warum herrscht denn der Krieg? Ach, sag mal. Wer hat, bitte schön, wer hat diese Länder angegriffen? Nur eine Frage. Wusstest du, dass faktisch das gesamte Nordafrika mal christlich geprägt war? Wer hat diese christlichen Länder in muslimischen Ländern versammelt? Wusstest du, dass vor Hunderten von Jahren Marokko christlich geprägtes Land war? Wusstest du, dass Syrien ein christliches Land war? Immer noch, da sind immer noch Christen und Juden. Es gibt ja alles in Syrien. Wusstest du, dass Libanon ein christlich geprägtes Land war? Dass Afghanistan ein buddhistisch geprägtes Land war? Wusstest du, dass Iran der altpersischen Religion der Zohar Trostra angehört hat? Wusstest du, dass Indien hinduistisch war? Und dass die eingefallenen Mogulen dieses Land dann zur Hälfte islamisch gemacht haben? Du beschwerst dich über den westlichen Kolonialismus, der ausgesprochen kurz angehalten hat, keine längere Geschichte von 250 Jahren hinter sich gelegt hat, während der islamische Kolonialismus bis weit ins 18. Jahrhundert nach wie vor Länder erobert hat. Hast du dir mal die Expansionsgeschichte des Osmanischen Reichs angesehen? Ja, aber bis 1923 hat es aufgehört. Hast du dir die Expansionsgeschichte des Islam angesehen, nachdem der Prophet Mohammed zwei Wochen tot war? Ja, aber wer ist jetzt an der Macht, Kian? So, niemand ist jetzt an der Macht. Was erzählst du denn da? Wer lenkt die Welt? Wer lenkt die Welt? Hast du schon mal von den Rotschillen gehört, die trocken das Geld? Nur weil ihr eure Hose nicht festhalten könnt, bedeutet das nicht, dass der Westen die Welt lenkt. Die Rotschillen. Die Staaten, arabischen, muslimischen Staaten werden von sich selbst gelenkt. Ja, ja. Amerika hat 800 Armeebasen über der ganzen Welt verteilt. Ergeben. Warum bist du in einem westlichen Land, wenn du den Westen hast? Ich bin hier geboren, Anna. Was soll ich machen? Darf ich was fragen? Ja, du darfst was fragen. Ergeben, ich versuche das schon seit ein paar Minuten zu fragen. Ergeben, darf ich dich fragen, wo kommst du her? Ursprünglich, meine Eltern. Ja. Aus Syrien. Syrien. Wenn du hier geboren bist, dann kennst du bestimmt diese türkische Viertel, wo haben die Türken gelebt, wo haben die Türken die kleine türkische Lädchen gehabt mit Gemüse und sowas. Hast du gemerkt, Unterschied zu den neuen Geschäften, die haben die neu angekommenen Menschen aufgemacht? Würdest du dich trauen, da rein zu gehen? In Deutschland? Ich als Frau nicht. Ich habe auch Angst vor den neuen Menschen, aber das ist doch, das ist doch, das ist doch, aber Politik, Anna, das hat doch, das, die wollen ja Deutschland. Das ist nicht, Anna, ergeben, bitte verwechseln, nicht einfach alle Frauen. Frau X. Ah, Frau X. Genau. Frau X, das ist ja alles eine gewisse Agenda, verstehst du, was ich meine? Weil das ist alles geplant, sonst wird ja nicht so viel Immigration direkt nach Deutschland kommen. Ja, und auch jetzt dieser Abschnitt von günstiger Energie und dieser Krieg mit Russland und alles. Also was hat das mit dem Krieg mit Russland gesagt? Ich habe Angst vor Krieg, also es ist momentan, ich verfolge ja auch die Nachrichten und das, was im Hintergrund passiert, auch der Anschlag in... Sie haben alle Angst auf diesen Islam, was ist tatsächlich nicht der Islam? Frau X, das ist nicht der Islam, der Feind. Ja, was ist das sonst? Du erzählst uns hier, dass die muslimischen Länder wurden sozusagen so in diesen Zustand geführt durch die westliche Welt. Wer hat das bitte schon ganze Umsehen in Iran angeführt? Sie haben keine Macht, jetzt dagegen anzugehen. Das ist jetzt gerade die christliche, orthodoxische Welt. Putin. Putin ist christlich-orthodoxisch. Was hat das mit dem Putin zu tun? Ja, aber er ist der, der hier gerade aufsteht gegen diese Weltmacht, verstehst du? Also gegen diese, weil... Ergeben, du... Schau mal, in Syrien haben die eine US-Basis, wo sie das Öl, das Drittel, wo das Öl und Weizen in Syrien angebaut ist, da ist eine Armee-Basis. Also die tun das alles für sich beanspruchen. Ergeben, ergeben... Putin ist mittendrin auch. Lisa, ich gebe dir sofort das Wort ergeben. Ich möchte nur festhalten. Du lebst in Deutschland. Du bist hier geboren. Du hast alle Chancen, dich zu bilden und dich zu integrieren. Du wiederholst jetzt alle Terroristen-Narrative, die man nur sammeln konnte. Du redest über Putin so, als wäre er der Kämpfer des Lichts. Du redest ein, als wäre alles so friedlich im Islam. Und du hast vergessen, es sind immer noch 134 Geiseln in Gaza. Also es sind 1500 Menschen, die unter Al-Aqba rufen, gefoltert, vergewaltigt und ermordet worden sind. 200.000 Menschen wurden vertrieben aus ihren Häusern innerhalb von Israel. Acht Millionen Menschen werden täglich bombardiert aus vier verschiedenen muslimischen Lokalitäten oder Ländern. Und du behauptest, der Islam sei friedlich. Warum benennst du... Ach ja, und du redest so in diesen Narrativen, wer ist Christ, wer ist Jude, wer ist Moslem. Wie kommt's? Woher hast du diese Einstellung? Kommt die aus der Moschee oder kommt die aus deiner Umgebung, also Freunde, Familien? Ich meine das nicht gehässig, ich will einfach nur verstehen. Wo nimmst du das auf? Kommt es aus den arabischen Medien? Woher hast du das? Über Putin und über das Ganze? Ja, das steht bei uns geschrieben, in denen auch die Gelehrten sagen das, weil wir werden... Also aus der Moschee, die Gelehrten, das heißt aus der Moschee. Ja, wir werden in der Endzeit mit den Christen zusammen gegen das Gelehrten zusammenstehen. Also aus der Moschee, okay. Lüge nicht so einen Unsinn zusammen. Es wird keine Zusammenarbeit geben. Genau die Christen werden beschrieben im Koran. Lüge nicht, wir werden nicht mit euch zusammen kämpfen. Wir werden mit unseren jüdischen Brüdern zusammen kämpfen, aber nicht ihr. Mit Jesus, glaubt ihr Leute, das wird so passieren. Das ist Endzeit, wir können das nicht ändern. Dann rede keinen Bullshit. Du liest nicht euer Vipa. Bleiben wir sachlich. Lassen wir Alisa die Frage stellen. Ich habe die abgebrochen. Aber ergeben, danke für die Ehrlichkeit. Du hast es aus der Koranschule, beziehungsweise von einem Imam aus einer Moschee. Wir haben ja in Deutschland so viele Moscheen bauen lassen. Bei uns heißt Jesus Christus, wird er auch genannt, der Friedensfürst. So, und kein Kriegsfürst. Er ist bei uns der Friedensfürst. So, und das ist der große Unterschied. Bei uns heißt er der Friedensfürst und vielleicht kapierst du es dann. So, und der Einzige, der durch den Massaker machen will, ist der Antichrist. Er ist Satanas, aber nicht Jesus Christus. Du hast überhaupt keine Ahnung. Und wir werden bestimmt nicht mit euch Moslems zusammen kämpfen, um die Juden zu vernichten. Wir kämpfen eher mit unseren jüdischen älteren Brüdern gegen euch. Aber nicht andersrum. Ende, aus, vorbei. Vielleicht kapierst du es dann. Außerdem, außerdem, Entschuldigung, wer war jetzt dran? Elisa wollte was sagen. Oh, ganz gut. Ich wollte was dazu sagen. Und zwar zu Frau X nochmal Frage. Also erstmal wegen Putin. Was denkt ihr, ist der Putin-Gott, Allmächtige, der gehört genau zu dieser Weltorganisation? Und er macht das, was ihm auch, also was er machen muss. Er macht seine Aufgaben. Er macht nicht das, was er will, sondern er macht das, was er... Informiert euch, wer da drin ist, außer Israel und noch ein Land. Sind fast alle da drin in dieser Weltmachtorganisation. Und zweitens, Frau X hat die Frage gestellt. Ich wollte nur noch was sagen dazu. Natürlich traut er sich daran. Er ist erstmal Moslem und zweitens er ist ein Mann. Wir als Frauen und noch Jüdische, natürlich können wir da nicht rein. Sonst, wir kommen gar nicht da raus. Nur das wollte ich mal sagen. Nein, das ist auch vollkommen korrekt. Aber ich will mal kurz ergeben, challengen, herausfordern. Wenn Muslime tatsächlich glauben, dass der Islam eine Religion des Friedens ist, dann möchte ich erst einmal die Definition von Frieden in den Raum stellen, so wie das Oxford Dictionary Frieden beschreibt. Frieden ist allgemein definiert als ein heilsamer Zustand der Stille und der Ruhe. Als die Abwesenheit von Störung oder Beunruhigung und besonders von Krieg. Frieden ist das Ergebnis der Tugend der Friedfertigkeit und damit verbundener Friedensbemühungen. Und jetzt konzentrieren wir uns mal ganz kurz auf die Frage. Wenn Allah solche Sprüche raushaut, dass die die schlimmsten Tiere bei Allah die sind, die ungläubig sind, dann frage ich mich, ist das nicht eine Störung des Friedens? Gott nennt, also Allah nennt die Nicht-Muslime die schlimmsten Kreaturen. Stört das nicht Nicht-Muslime? Ja, mit Sicherheit. Verstößt dieser Vers nicht gegen die grundlegende Definition des Friedens? Ja, auf jeden Fall. Ist der Islam eine Religion des Friedens? Nein, kann es gar nicht sein. Darüber hinaus kann jede Religion, die solche Sachen feststellt, als eine Religion des Nicht-Friedens angesehen werden. Aber meine Religion ist richtig und eure Religion ist falsch. Und wenn ihr meiner Religion nicht folgt, werde ich in der Hölle brennen. Das ist wie Nicht-Muslime im sogenannten Heiligen Koran erwähnt werden. Ja, wie können wir Frieden erreichen? Das ist die Frage. Und dann werde ich dir zeigen ergeben, dass das alles Schwachsinn ist, was du da erzählst. Um Frieden zu suchen, müssen wir uns in Liebe wirklich einander widmen, uns einander über uns selbst ehren und es ablehnen, das Böse mit dem Bösen zu vergelten. Ja, aber ein Großteil des Korans ist der Unterscheidung zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen gewidmet. Im Koran sind die Nicht-Muslime wie Antagonisten. Ja, sie sind faktisch Gegner, Gegenspieler des Gläubigen und Allahs. Glauben Muslime wirklich dann ernsthaft, dass der Koran alles hat, um den Weltfrieden zu erreichen? Das Christentum wenigstens lehrt, dass Gott alle Menschen liebt, aber die Sünde hasst. Der Koran sagt das niemals. Stattdessen erklärt der Koran ausdrücklich, dass Allah diejenigen nicht liebt, die nicht an ihn glauben. Und das sagt auch Sura 30, Vers 45, wo Allah sagt, damit er denjenigen, die glauben und rechtsstaatende Werke tun, aus seiner Hult vergelte, gewiss, er liebt nicht die Ungläubigen. Diese einfache Analyse ergeben, müsste dir zeigen, dass der Islam keine Religion des Friedens ist. Ich muss kurz eine Frage stellen. Ja, sind wir mal mit. Ja, nur ein Satz. Warte mal eine Sekunde, nur einen letzten Satz. Muslime, die behaupten, dass der Islam eine Religion des Friedens ist, sagen dies aufgrund ihrer Zwangsposition, dem Islam um jeden Preis zu verteidigen. Und das ist Zeit, dass wir ein für alle mal klarstellen. Denn ihr wollt uns diese Parole verkaufen, Islam bedeutet Frieden. In Wirklichkeit bedeutet Islam Unterwerfung. Das weißt du auch. Tasliyat. Das Wort Salam in diesem Satz kommt von Tasliyat, von Unterwerfung. Von Ergebenheit. Und ihr benutzt aber nicht das Wort Unterwerfung, weil ihr wisst, dass uns Unterwerfung fremd ist. Deswegen benutzt ihr das Wort Islam bedeutet Frieden als Mittel zur Unterwerfung. Und das ist der große Unterschied. So, jetzt bitteschön Simba Munzer. Ich wollte nur fragen, weil, du hast ja vorhin auch gesagt, in der Endzeit werden die Muslime alle Juden töten, zusammen mit Jesus. Aber war Jesus nicht auch Jude, also würden sie dann Jesus auch nicht töten? Jesus kommt ja auch wieder zu den Hause Israel, nicht zu uns. Er kommt nicht zu den Muslimen. Also dann, so wie ich es verstanden habe, dass Jesus zusammen mit den Muslimen Juden töte. Nein, Jesus, sein Auftrag ist ja nicht erlebt. Dann wird Jesus auch getötet. Nein, ich bin... Können wir gleich den Vertrieb für eine... Zu uns kommen, Imam Mahdi. Kann ich, bitte... Geh auf zu uns zu erzählen. Du gehörst einer kleinen Sekte an und du erzählst nur Mist. Alles gut, guck mal, das ist eine persönliche Sache, Kian. Hast du mich jetzt, weil ich muss nicht... Das ist mit dir, euch doch alle hier. Wir sind Menschen, ich bin Menschen. Jesus zerstört das Kreuz und das Schwein. Ganz einfach. Ich hoffe, das sind doch Endzeit. Das sind Prophezei. Wir hassen, Kian. Kannst du denn die Geschichte verändern, Kian? Wir stellen uns die... Kian, wir beenden... Kian, Kian, gut Morgen an alle. Wir beenden diese Diskussion über den Islam. Du hast genug Vertrieb gemacht. Kian hat alles theologisch erklärt. Er hat Koranversen vorgelesen. Es reicht langsam. Alles klar. Wir haben hier einen Wolli, der schreibt zum Beispiel Pädoskandale in Kirchen, Kreuzzüge von Christen, Afrika durch Christen versklavt, aber Kian redet Müll. Solche provokativen Themen führen eben dann dazu, dass Christen und Juden eben die schlechteren Menschen sind. Und nur der Islam ist friedlich. Aber komischerweise, wenn der Islam und seine Friedlichkeit besprochen werden, kommt es immer nur zum Hass, zur Wut, zum Streit. Niemand hasst Muslime. Wir sprechen in einem Kontext. Es hat sehr viele Menschen in Israel keinen Frieden gebracht. Viele Menschen in Israel wurden einfach vergewaltigt und ermordet und gefoltert unter der Ägide des Islams mit Allahakbar rufen. Und ich frage mich, warum das die Muslime nicht stört in Deutschland, sondern weshalb sie ganz im Gegenteil das für legitim erklären, auf die Straße gehen. Und Israel, das ist ein Staat, das sich wehrt gegen einen Angriff, gegen Gewalt, gegen Ermordung, gegen Verschleppung, gegen Vergewaltigung, dass sie dann Israel beschuldigen an Genozid, was nicht stattfindet, an Völkermord oder Kindermord, was nicht stattfindet. Dass sie alles dafür tun, damit Juden verschwinden, dass sie hier Juden bedrohen. Oder sie nennen uns Yahudis meistens. Habe ich schon kennengelernt aus anderen Streams. Das ist meine Frage. Es geht gar nicht um die Theologie, was im Koran steht und was nicht im Koran steht. Es geht darum, wie jemand wirklich in seiner Gesellschaft lebt. Und ich bin wirklich dankbar an Ergeben, dass er zumindest ehrlich gesagt hat, woher er das hat. Er hat es von einem oder mehreren, er hat es aus der Imamwelt. Die Imame, die den Koran so auslegen. Ja, wir brauchen ja Gelehrte. Man kann ja nicht einfach auslegen, wie man will. Wenn du Fragen hast, fragst du Leute, die das Wissen haben. Ja, ja. Nur weißt du, wenn ich meinen Rabbiner zum Beispiel etwas frage, oder ein Pfarrer, dann berät mich diese Person, aber es wird niemand entwertet. Und unsere Welt teilt sich nicht in Gläubige und Ungläubige oder sowas. Das ist eine eigene persönliche Angelegenheit. Jeder ist frei. Jeder kann machen und tun, was er will. Das ist eine freie Angelegenheit. Das macht uns hier als besondere Geschöpfe aus. Ich begrüße erst mal Mido. Ich dachte, ich bin als Nicht-Muslim gar kein Geschöpfe. Nein, du musst ja nicht dran glauben. Also dich darftest du ja nicht stören. Ja, Simba, du hast noch ein bisschen Zeit. Nachher musst du dran glauben oder halt tschüss. Mido, guten Abend. Du kannst dich entstummen. Was möchtest du uns sagen? Du hast schon lange gewartet. Ja, guten Abend. Ja, ich wollte nicht wieder aufs Thema gehen, weil ich wollte mich da einmischen wegen dem Ergebenen, der sich also Ergeben nennt. Aber gut, nichtsdestotrotz, ich wollte jetzt das Thema nicht öffnen, aber der Kollege hat von A bis Z gelogen und immer schön geredet, wie schön alles sei, wie der Islam, die Geschichten und so weiter, die, die islamischen Länder sind so freundlich zu Christen und Juden. Ja, wer hat die Augen, der hat ja, der weiß ja genau, wie es, wo es lang geht. Die haben absolut gar keine Rechte. Juden nicht, die Juden nicht, Christen nicht, Jesiden nicht, alle anderen nicht, nur der Islam. Wenn man die ganzen islamischen Länder sieht, man sieht nicht Oberhaupt oder irgendeinen Außenminister, Innenminister, der, was ein Jude ist, ein Christ ist, ein Jeside ist, außer Libanon vielleicht. Oder auch in Syrien war es schon mal, aber sonst in keinem anderen Land, weil ja Assad zum Beispiel ein Alevite war oder ist, ja, und der Rest kannst du alles vergessen. Das ist eine absolute Lüge. Die Christen, Juden dürfen keine Rechte oder große Pflichten übernehmen, damit sie nicht wieder an die Macht kommen. Und so ist das bald auch hier in Europa. Aber irgendwann wird das immer mehr und dann, wenn sich welche wehren, dann heulen sie und spielen eine Opfer, Opferrolle. Punkt. So wie jetzt in Israel. Danke dir. Wir haben hier einen stolzen Türken und wir haben einen Ergeben, der geschrieben hat, bedeckte Frauen sind heilig. Und stolze Türke schreibt, eure Frauen werden Kopftuch tragen, ja. Das heißt, er schreibt, eure Frauen werden Kopftuch tragen. Und damit meint er eben, Frauen in Deutschland, egal ob jüdisch, christlich oder jetzt ist er weg. Und er antwortet, der Ergebene, der uns eben verkauft hat, Islam sei friedlich. Bedeckte Frauen sind heilig. Jeder kann sich selbst ein Gedanken dazu machen, was das bedeutet. Ja, die Frau mit heilig ist, sie prägt die Gesellschaft, sie ist Mutter der Kinder. Ja, aber wir werden kein Kopftuch tragen. Wenn du solche heiligen Frauen möchtest, dann musst du in einem muslimischen Land leben. Bedecken, bedecken. Wir werden kein Kopftuch tragen. Das hat kein Kopftuch. Das ist kein Tuch. Wir werden hier nie Kopftuch tragen. Das ist ja frei. Das ist frei. Und du könntest den stolzen Türken auch so antworten. Aber du hast eben diesen Wunsch. Das macht man auch nur, weil es im Offenbarung im Koran so steht, dass man die Reize bedecken soll. Und das macht sie freiwillig. Wenn sie will, macht sie. Wenn sie nicht, kein Zwang. Ja, aber er hat geschrieben, eure Frauen werden Kopftuch tragen. Kian, Zwang ist eine Sünde im Islam. Ja, bitte auf mit diesem Bullshit. Ich bin doch nicht gezwungen. Er hat von Zwang gesprochen, ergeben. Er hat von Zwang gesprochen, er sprach. Absolut, das ist eine Sünde. Dafür bist du bestraft vor Gott, wirklich. Aber er hat es doch, und du hast ihn doch unterstützt. Er hat es doch geschrieben, eure Frauen werden. Das ist Zwang. Nein, das ist nur, ich bin verheiratet, meine Frauen sind nicht bedeckt. Ich bin selber. Vers 33, Vers 59 sagt Allah zu seinem Propheten, oh Prophet, sag deinen Frauen und deinen Töchtern und den Frauen der Gläubigen, dass sie einen Teil ihres Gewandes über ihren Kopf werfen sollen, damit sie als rechtschaffende Frauen erkannt und nicht belästigt werden. Der Prophet wurde von Allah angewiesen, den Frauen aufzutragen, dass sie einen Teil ihres Gewandes über ihren Kopf werfen sollen. Da ist nichts freiwillig. Da ist nichts freiwillig. sein sollte aus diversen Ansichten, aber man kann darüber nur streiten. Fakt ist, wir werden hier in Deutschland nie Kopftuch tragen. Mona wollte, glaube ich, was sagen, Simba, Mona, alle warten. Wer möchte zuerst bitte nacheinander? Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt einfach Kopfschmerzen von diesen ganzen Verschwörungstheorien und Müll, die du da erzählt hast. Weil dann fängst du wieder mit Rotschilds an und sowas. Das ist einfach so schwer zu ertragen, wenn jemand einfach so einen Müll von sich gibt. Also wirklich, das ist ja unterste Schublade. Das ist auf einer Ebene mit Echsenmenschen und flacher Erde. Also das, was du da vorhin... Mit flacher Erde und Echsenmenschen, wirklich. Alles gut, ich war respektvoll und... Ich auch, aber das, was du gesagt hast, ist halt einfach Verschwörungstheorie. Nee, nee, alles gut. Es ist für dich Verschwörung, aber es kommt, wie es kommen soll. Wie gesagt, das Leben endet für jeden, für uns. Also wir sollten gucken, dass wir gute Taten verrichten. Ich wünsche jedem schönen Abend. Und ich werde mich jetzt verabschieden. Gute Nacht. Ich bedanke mich und Frieden für alle. Versucht wirklich, gute Menschen zu sein. Und hoffe, dass alles in gutem ist. Fri Rothschild. Schönen Abend noch an alle, ja. Macht's gut. Gute Nacht. Na? Simba, wohl erleichtert. Ja, endlich. Also wirklich, da fängt er mit Rothschild an. Und dann denke ich mir so, ja, natürlich haben wir ein Riesenproblem mit Antisemitismus. Wenn es das ist, was in deutschen Moscheen gepredigt wird, dann sollten diese Moscheen geschlossen werden, die Imame entlassen werden und es sollten Imame gefunden werden, die auf der Ordnung, auf der demokratischen Grundordnung stehen. Und erst, wenn Imame unterrichten, die auf der demokratischen Grundordnung stehen, dürfen diese Moscheen wieder eröffnet werden. Weil das, ja, also dass denn in diesen deutschen Moscheen solcher Müll verbreitet wird, das ist ja wirklich, da wundert sich keiner mehr, warum sucht es auch angesprochen. In deutschen Moscheen dürfen, sollten eigentlich nur in Deutschland ausgebildete Imame unterrichten dürfen und das sollte wirklich streng kontrolliert sein. Es ist falsch. Man hat hier extra mit Absicht ganz viele Moscheen gebaut und da unkontrolliert eigenartige Imame reingelassen und jetzt haben wir den Salat. Und auf deutscher Sprache, bitte. Und auf deutscher Sprache, stimmt, Mido, das ist auch wichtig. Ja, also ich finde es ehrlich gesagt auch sehr merkwürdig, wenn man sagt, dass die meisten sagen, wir haben ja gar nichts gegen Juden, sagt man ja immer wieder. Und gleichzeitig, ja okay, im Koran steht schon, also am Ende ist es halt so, dass man halt, ja, dass die Juden dann von Macht hier umgebracht werden alle. Also man kann doch nicht sagen, man hat nichts gegen Juden und gleichzeitig folgt man aber einen Kult, der den Tod von allen Juden im Sinn hat. Das verstehe ich nicht. Die sagen, wer spricht Amona, weil ich sehe es nicht. Die sagen ja, wir haben nichts gegen Juden, wir haben was gegen Zionisten. Das ist noch ein weltberühmter Spruch, was die immer sagen. Ja, aber es ist nur Schwachsinn, weil letztendlich am Ende heißt es doch, dass angeblich am jüngsten Tag die Juden ausgelöscht werden. Also Entschuldigung, aber wie kann man dann, das passt nicht. Ja, ich verstehe das auch nicht. Also ich verstehe das überhaupt nicht, weil ich kenne jemanden, also ich habe eine Freundin, die halt auch gläubig ist, Koran liest. Sie erzählt mir was ganz anderes, was ihr Positives. Also dass da auch steht, dass es so etwas wie Israel gibt, nur halt Judea, dass da auch Jerusalem erwähnt wird. Also sie erzählt mir andere Sachen. Ich habe selbst Koran nicht gelesen, da kann ich nichts sagen. Ich kann halt nur nachfragen, diejenigen, die das gelesen haben. Aber ich merke, hier erzählen viele verschiedene Versionen von Koran. Ja, es ist ja Auslegungssache, ne? Ich höre zum Beispiel manchmal, was Kian sagt und ich denke, oh, darauf könnte man doch Akzent legen. Also es gibt schon im Koran auch Versen, zumindest die ich als sehr positiv deute, aber man kriegt irgendwie das nicht mit, dass darauf Akzent gestellt wird, sondern mehr auf diese Aufrufe Aufrufe zum Mord und zur Landübernahme und zum Hass gegen Juden und Christen. Also dass auf sowas eben Akzent gelegt wird. Und das spricht nicht darüber, wie der Islam ist, sondern das spricht darüber, wer benutzt den Islam und für was. Und ich spreche ja auch hier an die jungen Muslime oder nicht jungen Muslime, an die Muslime in Deutschland. Lasst euch nicht radikalisieren oder wenn ihr schon in radikalen Kreisen seid, ihr merkt, es ist radikal um euch herum, distanziert euch. Ihr müsst es ja nicht laut sagen, um sich nicht in Gefahr zu bringen, aber innerlich. Und glaubt nicht auf diese Demos hin, wo für Judenmord plädiert wird. Ich wollte mal was sagen. Ja. Wie gesagt, du hast ja gerade irgendwas vom Koran erwähnt. Mona irgendwie wegen, oder Elisa, wegen der unterschiedlichen angeblichen, was da angeblich erzählt wird, unterschiedliche, wie angeblich verändert würden und so weiter. Aber wenn Kian die gleiche Sache erzählt und Flex oder Urban oder Amir, die auch Aufklärung machen und genau das, genau das gleiche erzählt, was Kian erzählt hat, von den Versen, was da drin steht, dann muss das ja stimmen, was er und die anderen erzählen. Wie die beiden unterschiedlichen, teilweise zum Beispiel Kian kennt zum Urban, den zweiten zum Beispiel nicht. Und er hat gleiche erzählt, oder wie Oloca, der eigentlich als Christ geboren war, eine Zeit lang Moslem war und dann wieder zum Christenzum zurückgekommen ist, genau das gleiche erzählt wie alle anderen Aufklärer. Muss da ja irgendwas dran sein. Und da könnte sie nicht ausreden, das was wir erzählt, was diejenigen, die das vorgelesen haben, lügen würden. Das muss das typische Takiyah ist das, einfach nur Takiyah. Mona, du bist Deutsche, richtig? Genau das gleiche. Ich bin begeistert von dir, von deiner Stimme und deiner Energetik, das ist cool. Naja, ich rede manchmal etwas schnell. Du bist nicht indokliniert, das ist so angenehm. Es gibt tatsächlich jetzt auch indoklinierte Deutsche. Ja, davon gibt es leider genug. Das ist, die meisten, das ist meine Erfahrung, meinen das nicht gut. Und es geht auch gar nicht darum, dass sie Juden hassen oder so etwas, sondern es ist oft einfach so, dass sie den Muslimen die Opferrolle abkaufen. Das ist das Problem. Ja, ja, ja. Die kaufen das ab, weil diese Leute können über emotionale Verbindungen einfach Vertrauen schaffen. Und dann sind diese Menschen, die wollen denen sympathisch sein und wiederholen einfach alles, was sie denen sagen, nur damit sie denen sympathisch sind. Ja, und dann schicken die vor allem die Bilder ganz viele, wo man zum Beispiel, ich erinnere mich noch dran, das war einem das gleiche Mädchen, das ist an drei verschiedenen Orten dort irgendwie gestorben. Ich habe das schon lange her, dass ich die Bilder gesehen hatte, aber das war halt dieses Partywurteil, ne? Ja, Partywurteil. Oder da sah man auch Videos, wie die sich dann gegenseitig schminken, das heißt Blutschminken und so etwas halt, dass es halt blutig aussieht, damit die Fotos machen können oder Videos. Das ist halt einfach auffällig. Erko schreibt Anna des Akzent. Akzent Schala. Wir haben bald ein neues Fried. Ne, Akzent Gurka. Akzent Gurka, du warst dabei. Ja, natürlich, ich habe ja Gurka gesagt. Das kam ja von mir. Cool, cool. B1 fertig. Erko, du hast B1 fertig. Ich freue mich. So, Erko möchte zu uns hoch, Achtung, Achtung. Okay. Jetzt kommt bestimmt viel sachliches Impuls. Ich hoffe, Anna legt Akzente, genau. Erko, guten Abend. Passiva, passiva, danke, dass ihr mich reingeholt habt. Wie geht's euch? Wunderbar, wie du siehst. Anna, ich liebe deinen Akzent, Anna, habe ich das schon mal gesagt? Dein Akzent, dieser Akzent. Lieber, lieber, liebe, deine Akzente sind so schön. Guten Morgen. Guten Morgen. Aber ihr seid nicht wegen dem Akzent reingekommen, Anna. Warum habt ihr ihn weg jetzt? Ich habe ihn nicht weggedrückt, er ist selber gegangen. Okay. Er ist selber gegangen, ich habe ihn nicht einmal weggedrückt. Okay. Ich wollte gerade mal sagen, du bist aber nicht wegen dem Akzent reingekommen. Akzent, du hast die Herzen höher schlagen. Wobei, Anna hat nicht so einen Akzent, kein typischer, also so ein russisches Akzent. Überhaupt nicht. Erko ist gleich wieder da. Aber einfach sehr angenehm, sagen wir mal so. Aber Anna, bitte, ich bleidege nicht. Warum schmeißt du mich raus? Ich habe dich nicht rausgeschmissen, Erko. Ich dachte, du bist selber gegangen. Ich habe dich wirklich nicht rausgeschmissen. Nein, nein. Nein, nein, ich war drin, keine Ahnung, da bin ich auf einmal getrennt, stand da. Vielleicht hat TikTok dich, vielleicht war keine Ahnung, schlechte Verbindung, da fliege ich auch einfach raus. Ich habe wirklich nicht, also dich rausgeschmissen. Anna, wie geht's dir, Anna? Ich führe mein Stream, lass uns nicht persönlich werden, du weißt, worüber ich hier rede. Ich weiß, ich weiß, ich kenne dich schon seit zwei Monaten oder so. Wow, du bist lange dabei. Ich komme immer nur, wenn ich deine Stimme höre, ich gehe einmal rein, ich klicke drauf, ich höre einmal deine Stimme. Also, versuch nicht, den Stream kaputt zu machen zum Schluss. Nein, ich mache keinen Stream, das ist dein Inhalt, ich habe Respekt. Das ist dein Inhalt. Aber letztes Mal bist du reingekommen und du hast schon aggressiv geklungen und du bist auch... Aber, weißt du warum? Aber, weißt du warum? Ich habe private Nachrichten bekommen, Beleidigungen auf Mutter und gestorbene Familie und so. Aber doch nicht von mir. Nein, nein, lass mich doch mal ausreden, Anna. Ich war ein bisschen, wie nennt man das, geladen, oder? Nenn man das so, geladen oder bist du schon so sauer? Ja. Und dann, genau in diesem Moment, habe ich deine Stream gesehen, ich bin reingekommen. Ich glaube, du hast was gesagt, du eine andere Person und dann bin ich schon boom hochgegangen. Weißt du? Die Wut ist bei dir rausgekommen, obwohl du damit nichts zu tun hattest. Verstehst du das? Das ist keine Entschuldigung, aber sagen wir mal. Anna, guck mal, du bist jetzt auf TikTok, du bekommst Nachrichten, die beleidigen dich, die beleidigen deine Toten und so. Und dann machst du einen Stream auf diese per, wie nennt man das, per Zufall? Guck mal, Erko, ich bekomme jeden Tag und jede Nacht nach dem Stream solche Nachrichten. Das ist noch die netteste Nachricht. Aber nicht von mir? Nee, nicht von dir. Aber ich bekomme solche Nachrichten auch. Und ich gehe raus und bin adäquat. Warte, 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 ich lese mal. Möge Allah dir das gleiche Leiden geben, was die Palästinenser wegen euch Sionisten tagtäglich erleben, du... Oh, na, 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 okay. Krass. Ja. Wann hast du das bekommen? Ja, das ist von gestern. Bekommst du das aber jeden Tag oder sowas oder so in der Art? Ja, jeden Tag, das ist noch das Netteste. Oh, nicht gut. Ja, und immer spielt Allah eine Rolle. Also du meinst jetzt von muslimischer Seite, ne, von islamischer? Genau. Nicht gut, Leute, nicht gut. Solche Sachen schreiben, nicht gut. Mhm. Es freut mich aber, dass wir uns jetzt verstehen. Vielleicht sollten wir an dieser netten Note auch den Stream beenden. Es ist Viertel nach zwölf. Meine Kiefer können nicht mehr reden. Aber Anna, sei ehrlich, habe ich sonst anderes, habe ich dich schon mal irgendwie so verletzt oder so? Oder bleibe ich da irgendwas geschrieben? Ja, okay, ich sehe dich zum zweiten Mal. Nein, nein, du hast mich aber schon ein paar Mal bei... Du hast mich schon mehrmals bei... Aber warte, du hast doch geschrien, dass wir Faschisten sind. Ja, drittes Mal. Oder vierte Mal schon, oder glaube ich? Ich erinnere mich, einmal hast du geschrien, dass wir alle Faschisten sind, scheiß Zionisten, und wir sollen verschwinden. Zionisten, glaube ich, nicht gesagt. Ich habe gesagt, Faschisten. Faschisten, ihr seid Zionisten, Faschisten, doch, doch. Nein, Zionist habe ich nicht gesagt. Blut an den Händen. Also es war sehr romantisch, unser Kennenlernen. Zionist, das Wort benutze ich nicht. Faschisten habe ich gesagt, wahrscheinlich. Ja, das zweite Mal hast du mich einfach beleidigt wegen meinem Akzent und meiner Herkunft. Das war auch sehr romantisch. Das war eine andere Frau, das war eine arabische Frau. Das war nicht ich, ich bin da reingekommen. Das war zumindest dein Account. Und jetzt diesmal bist du... Anna, Anna, das war eine arabische Frau, die hat dich beleidigt wegen B1. Und ich bin da reingekommen, ich habe ein bisschen Spaß gemacht. Wegen dieser... Naja, ich weiß, Marioma und du, ich erinnere mich. Aber ich habe das nicht gesagt. Ich bin reingekommen, ich habe nur Spaß gemacht. Die haben das schon gesagt, dann rausgeflogen. Ich mache nicht lustig, Anna. Ich mache nicht Menschen über ihre Sprache oder Religion lustig. Das ist nicht mein Inhalt. Das mache ich nicht. Ja, ja. Auf jeden Fall am Israel Chai. Israel wird gewinnen. Israel wird sich durchsetzen gegen die Hamas. Israel wird sich durchsetzen gegen die Hezbollah. Alles wird gut. Auch wir in Deutschland werden uns durchsetzen. In Deutschland werden wir auch keine Angst haben müssen, weder Deutsche noch Juden. Wir werden hier auch für Frieden sorgen. Ich wünsche allen gute Nacht. Ich gebe an Simbamon das Wort, dann Mona, Erko, Alisa, Mido und Andreas. Kian ist schon rausgegangen. Ihr könnt auch was zum Abschluss sagen kurz. Ich wünsche uns allen gute Nacht und danke für diesen tollen Stream, für die 120, sogar fast 21.000 Likes. 121.000 Likes, wow, für alles. Gute Nacht. Anna, eine letzte Frage, bevor du gehst, Anna. Eine letzte Frage. Anna, ist schon weg, Anna? Ja, ich höre dir zu. Du hast ja gesagt, hast du Angst, in Deutschland zu leben? Ja. Also und was erwartest du von dem deutschen Staat? Also wie kann man dir helfen, dass du keine Angst mehr hast? Ich hoffe, dass die Justiz dazu kommt, dass Menschen, die dazu aufrufen, dass Israel zerstört wird, rechtlich verfolgt werden und reimmigriert werden aus Deutschland. Also abgeschoben werden, ne? Raus aus Deutschland. Ja, ja. Nicht Muslime. Ich rede nicht von Muslimen. Nein, nein, ich habe verstanden. Du meinst die Radikalen. Die Radikalen, genau. Die Radikalen. Aber kannst du dir vorstellen, jetzt nur mal so als Beispiel, zurück nach Israel zu gehen? Das heißt, du meinst, ob ich nach Israel gehen will? Also in deinen Kopf? Ja, wenn es hier so weitergeht, dann wird es keine Frage von Wünschen sein. Ich will in Deutschland leben. Also du sagst, dass du im Moment Angst hast und erwartest von dem Staat, die sollen hier ein bisschen aufräumen. Und wenn nicht, dann könntest du dir vorstellen, aber wieder zurückzugehen. Richtig oder falsch gesagt? Ich weiß es nicht, ob du das richtig oder falsch gesagt hast. Ich wünsche mir einfach, dass man in Deutschland wieder in Sicherheit leben kann. Ich wünsche mir, dass das so wird, wie es war. Dass man keine Angst hat, als Frau nachts auf die Straße zu gehen. Dass nicht dann dauernd Vergewaltigungen und Morde stattfinden. Ich will nicht Menschen sehen, die behaupten, Israel hätte kein Recht auf Existenz, nur mit anderen Worten. Ich will, dass sich das in Deutschland ändert und so wird, wie es war. Es war nicht immer so wie jetzt. Und das, was war, wird auch wieder sein. Also Deutschland wird sich sowieso davon erholen. Es ist einfach eine Frage der Zeit. Und dein Problem ist mit den radikalen Islamisten? Mit den radikalen, genau. Mit den also sehr hardcore, diese radikale Richtung, mit denen kannst du nicht leben und willst du nicht leben und du möchtest... Nicht nur ich. Nicht nur ich. Es ist kein Problem der Juden. Es ist allgemein ein Problem. Ja, ich verstehe. Also, dass du mit dieser radikale in Deutschland willst, dass man da sauber macht oder dass man da eine andere, wie nennt man, andere Politik macht? Ja, andere Politik. Ich denke auch viele Muslime möchten das auch. Also ich kenne Muslime, die möchten das auch. Die haben keine Angst vor dem Wort Remigration und die fühlen sich auch nicht beleidigt. die wollen auch Ruhe und Sicherheit. Ich war letztens in einem Stream und da hat man mich nach dir gefragt, nach Anna, und die meinten, Anna hat gar keine ausländische Freunde. Ich habe gesagt, nein, das stimmt nicht, Anna. Du hast schon auch Moslem, du kennst auch muslimische Leute, ne? Normale jetzt. Natürlich. Du hast auch, sage ich mal, in deinem, nicht Umkreis, aber in deinem, wie nennt man das, in deinem private Umfeld, also hast du auch, kann man Freunde sagen? Ich war mit einem Moslem zusammen, mit einem Türken. Nein. Ja. Ehrlich? Ja, vier Jahre. Oh, das höre ich zum ersten Mal. Aber ein Radikal oder Normaler? Also er war, natürlich war er nicht radikal, aber er war gläubig. Aber das, das sagst du zum ersten Mal, ne? Habe ich noch nie gehört oder hast du vielleicht vorher gesagt? Habe ich schon mal vorhin erzählt. Krass. Du warst mit einem Moslem zusammen? Ja, ich war, Lena Feld vom Stuhl. Ja, ich war, äh, 18 und, ähm, wir waren vier Jahre fast zusammen, ja. Also du hast ihn geliebt, ne? Also damals. Ja. Ist das ein Interview, Erko? Ja, Ja, Tibel, ein Moslem. Das ist aber schon ganz komisch. Warum? Ich weiß, aber du bist ja Jüdin. Ja. Du wusstest ja vorher auch, dass du eine Jüdin bist. Wusste ich. Und dass er Moslem ist, wusstest du ja auch. Warum hast du ihn eine, wie nennt man das, eine, ja, Mensch ist Mensch. Oh, Mensch ist Mensch, das hast du sehr schön gesagt. Ja. Respekt. Fisch ist Fisch, Mensch ist Mensch, Fleisch ist Fleisch. Aber, aber darf ich ganz kurz ein, mich nicht in eurem netten Gespräch. Ja, bitte. Ich habe eine ganz gute Freundin, die ist mit einem Türke verheiratet und die haben zwei Kinder Jungs. So, sie hat ihre Religion, sie ist wahr, war echte Jüdin und er ist Türke, moderner Türke und er ist auch, also modern, aber er hält sich am Koran und ja fest und so, so traditionelle. Die leben sehr glücklich. Erko, in Israel gibt es sehr viele gemischte Ehen, wo Araber und Juden zusammen verheiratet sind. Sehr viele. Ehrlich? Ich weiß es nicht. Ja, sehr, sehr viele Ehen. Ich kenne sogar solche Menschen. Ja. Aber sagen, zum Beispiel, sagen die, also wenn eine Mutter jetzt oder ein Vater jetzt, sagen die ihren jüdischen Kindern nicht, ihr dürft, ihr müsst, also ihr dürft Freunde sein, aber nicht zusammen heiraten oder sowas? Also jüdische Eltern sagen sowas nicht. Nein? Nein, sagen sowas nicht. Wir wissen nur, wenn wir als Frauen, wir können egal, wer heiraten, aber als Mann, so ein Mann soll lieber eine Jutin heiraten, damit die Kinder jüdisch sind, weil es geht nach Mutter. Mein Opa hat gesagt, mit meinem Charakter ist das sowieso ein Wunder, wenn ich einen Mann habe. Weil Anna, ich habe einen Nachbar, also das ist eine Afrikaner, und seine Frau ist russisch. Die haben jetzt auch schon drei Kinder, aber der hat mir gesagt, am Anfang, also der Vater von seiner Frau, also von der russischen Seite, die hat gesagt, ich akzeptiere das nie im Leben. Und dann haben die geheiratet, und dann haben die Kinder gehabt, jetzt aber, der liebt die Kinder, weißt du, also sein Enkel, er holt die ab, geht die suchen nicht. Also guck mal, es gibt unterschiedliches, aber mein Ex-Freund unterstützt zum Beispiel Palästina nicht. Und er ist ein gebildeter Mann und versteht sehr gut, was da passiert. Und er war nie bei allem, also seine Mutter ist bedeckt, das ist eine typisch türkische Familie, aber die waren alle super nett zu mir. Und es kommt wirklich drauf an, Simbamon, der hier unten sitzt, der war mal links, und er war total gegen Juden, total gegen Isau. Ich höre ich glaube ein bisschen doppelt. Und er war total gegen Juden. Und er war total gegen Juden. Oh ja. Hast du? Ja. Anna, Anna, ich sag dir auch immer was, Anna, meine Ex-Freundin war auch eine Russin. Wenn du schon so ehrlich bist, ich bin auch ein bisschen ehrlich, meine Ex-Freundin war auch, also aus Russland, die war aber, ich glaube, Baptisten, ihre Eltern waren, kennst du Baptisten? Ja, natürlich kenne ich Baptisten. Und ich war auch lange Zeit, ich war zwei Jahre mit ihr zusammen, und ich war auch bei denen, ich war auch bei denen in der Gemeinde, ein paar Mal, habe ich mir das angeguckt. Ich denke, die Liebe, die Liebe gewinnt, Anna, denke ich mal, über alles. Liebe steht über alle Religionen. Ja, aber damit es eben, damit die Liebe überhaupt eine Chance hat, muss es ja, ähm, muss es ja Frieden geben, weißt du, und Menschen, mit denen ich befreundet war in meinem Leben, auch aus Muslimen, waren unterschiedlich. Ich hatte eine Freundin, eine Marokkanerin, sie hat gesagt, wenn ich erfahre, dass du eine Jüdin bist, ich müsste dich töten. Ja, sowas hatte ich auch. Und ich hatte eben einen Freund, ich hatte einen sehr netten Mann, wir sind auch im Guten auseinandergegangen, der war auch eben Moslem, aber wie gesagt, Simbamon war ein Linker und er hat sich, er hat angefangen zu studieren, zu lesen und hat seinen Hass auf Israel losgelassen. Und so war mein Ex-Freund auch, dadurch, dass er belesen und gebildet war, er guckte auch türkisches Fernsehen, weil seine Eltern es guckten und wir waren damals Studenten, also er war Student schon weiter als ich und er guckte es auch, aber er wusste trotzdem Bescheid. Und deswegen hatten wir nicht ein einziges Mal solche Diskussionen. Also sowas würde nicht in seinen Kopf kommen. Aber deswegen, ich sage ja, es gibt radikale Muslime und viele lassen sich radikalisieren. Sehr viele Muslime in Deutschland sind gefährlich, weil sie radikal sind, weil sie in die Moscheen gehen, weil sie dort Imame hören, die radikal sind, weil sie die Rabia oder wie die alle heißen, Al-Jazeera gucken. Das ist gefährlich. Nicht der Islam selber, sondern die Menschen, die sich instrumentalisieren lassen im Namen vom Islam. Aber auch wenn... Aber Anna, Anna, eine ehrliche Frage an dich, weil du heute, du bist richtig ehrlich, heute bist du richtig sympathisch. Würdest du sagen, dass der normale Islam friedlich ist? Der normale? Was heißt der normale? Also nicht diese radikale, nicht das, aber diese normale Islam? Ist das für dich? Die muslimischen Muslime sind doch genauso. Also natürlich sind sie dann... Also es gäbe es nicht normale. Einfach normale, adäquate Menschen ist vollkommen egal, ob sie Muslime sind, Juden, Christen, Atheisten, etc. Da ist klar, dass das nicht gefährlich ist. Aber es gibt im Islam und wenn du nicht radikal bist, dann fühlst du dich ja nicht angesprochen. Es gibt im Islam leider sehr viele Menschen, die andere Menschen instrumentalisieren, das heißt radikal machen, damit sie die Ziele anderer Menschen für sie erreichen. Aber mit anderen Worten, wären die Menschen in Gaza zum Beispiel nicht radikal, hätte man sie nicht indokriniert, hätten sie niemals diesen 7. Oktober verübt und gewisse Herrschaften, die dahinter stehen und Geld daran verdienen, viel Geld, hätten dieses Geld jetzt nicht verdient. Verstehst du? Die Menschen wurden benutzt. Benutzt im Namen des Islams, aber es ist ausgerechnet der Islam, der dafür als Instrument benutzt wird. Es ist nicht Judentum, es ist nicht Christentum, es ist ausgerechnet der Islam. Und die Muslime sind so derweit auch in Europa indokriniert, dass sie kein Problem darin sehen, dass sie indokriniert sind. Sie sehen eher ein Problem in mir oder in jedem, der das Problem benennt. Sie fühlen sich immer nur beleidigt, wenn man das anspricht, aber ich habe nicht vor, jemanden zu verletzen oder zu beleidigen. Ich spreche das Problem der Radikalisierung an. Ich verstehe, du bist gegen den radikalen Islam, den Hardcore-Islam. Ja, aber der ist verbreitet. Also ich bin nicht nur dagegen, es muss so sein, dass es in unserem westlichen Leben keinen Platz dafür gibt. Wir möchten Frieden und diese Radikalisierung gibt keinen Frieden. Also du möchtest auch, dass jetzt in Europa, sag ich mal so, dass da so eine Säuberung stattfindet? Nein, Säuberung klingt sehr... Oder eine Sau... Wie nennt man das? Keine Ahnung. Dass Menschen, für die die deutsche Verfassung zum Beispiel, wenn sie in Deutschland leben, den höchsten Stellenwert hat und nicht der Islam. Und nach deiner Meinung ist das schon sehr schlimm geworden, oder? Dass du schon Angst hast, rauszugehen. Ich habe heute die Palästinenser-Demo gesehen in Frankfurt. Es ist schon sehr, sehr schlimm. Oder in Berlin vor ein paar Tagen. Es ist schon sehr, sehr schlimm. Sind die nicht verboten? Sind die nicht verboten? Die waren verboten oder die sind verboten, aber die laufen ja trotzdem. Waren dann viele Leute da oder ein paar Leute, so 100 Leute? Da waren viele Leute da. Nicht mehr so viele wie zu... Ja, Elisa, Antwort, entschuldige. Ich habe das nur mitbekommen. Die haben gezählt und zwar eine wollte wissen, also die waren vorbereitet, dass 10.000 kommen und dann wollte er genaue Zahl wissen und es war so zwischen 1.000 und 5.000. Also die sind ein bisschen geschrumpft, aber trotzdem, es waren viele, ja. Und dann hat er auch auf dem Weg ein paar Leute wollte er mitnehmen, ja. Und ihr fühlt euch dadurch eingeengt und ihr habt eure Sorgen und ihr habt eure Ängste und ich denke mal, Anna, ihr erwartet auch von dem Staat etwas, oder? Erwarten ist die falsche Aussage. Ich hoffe und ich erwarte... Weißt du, was der Staat ist? Der Staat sind die Menschen. Ich komme ja aus der Ukraine, wurde ich ja oft angesprochen. Weißt du, wann die Ukrainer angefangen haben, ihr Land richtig, ihren Staat zu lieben und zu vermissen? Als sie ihn verloren haben, als der Krieg begann. Und viele Deutsche, die haben sich daran gewöhnt, dass es die Bundesrepublik gibt und dass hier alles, dass hier immer Frieden herrscht und dass es von alleine so läuft. Aber Anna, komm mal Anna... Die Deutschen sollten an ihre, an die Erfahrung ihrer Vorfahren denken. Die hatten sich auch eigentlich nur Frieden gewünscht, aber die haben es verloren. Und erst als sie alles verloren haben, haben sie angefangen, Deutschland richtig aufzubauen, weil man liebt etwas dann, wenn man es verliert oder wenn man kurz davor steht, es zu verlieren. Ich appelliere an Menschen in Deutschland, die Deutschland lieben, ja, egal welche Herkunft, aber besonders an Deutsche, weil es ist doch deren Heimatland und an alle, die sich mit diesem Land verbunden fühlen, ich zum Beispiel, dass wir es nicht so weit kommen lassen. Und der Staat sind wir. Es ist nicht nur unser Bundeskanzler. Wir können nicht von Scholz etwas erwarten, zu was wir selber nicht fähig sind. Wir müssen auch für unsere Werte und unser Land und unsere Sicherheit einstehen. Nicht nur Scholz. Aber Anna, ich muss dir jetzt eine Frage stellen, weil du bist heute sehr ehrlich. Ich bin immer sehr ehrlich, wenn man mich nicht ausschaut. Heute, aber ich spüre deine Ehrlichkeit vom Herzen so. Wenn du jetzt zum Beispiel, wenn, sagen wir mal, nächsten Monat wären Wahlen, so. Ich weiß nicht, ob du jetzt das sagen möchtest oder vielleicht willst du gar nicht sagen. Nein, ich sage nicht, wenn ich wähle. Also willst du nicht auf dieses Thema? Auf dieses Thema nicht, nein. Also meinst du nicht, dass es eine Partei gibt, die deinen, wie nennt man das? Es gibt eine Partei, die ich wählen werde natürlich und ich werde mich auch an Wahlen beteiligen. Aber ich möchte es hier nicht nennen. Meine Prognose ist sowieso, dass wahrscheinlich die CDU mit der AfD zusammengewinnen werden. Ganz egal, was ich wähle. Und meinst du, die werden diese Probleme lösen? Also diese beide Koalition? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin ja kein Wahrsager. Ich weiß nicht, ob sie es lösen werden, aber viele wünschen sich das. Viele wünschen sich ein konservatives Deutschland und wenn du Frau Merkels Aussagen vor 20 Jahren hörst, die hat geklungen wie Frau Weidel und manchmal eben strenger. Also Anna, ich bin ja mit Aussiedlern groß geworden. Meine Ex-Freundin ist ja auch Aussiedlerin und ich habe zum Beispiel viele Aussiedlerfreunde aus Russland und die haben zum Beispiel, also früher haben die gesagt, die würden normalerweise die A Punkt Punkt wählen, aber jetzt sagen sie mittlerweile, dass sie auch von denen enttäuscht sind, die ich kenne. die sagen, die wollen auch jetzt die nicht mehr wählen. Also jetzt die ich kenne, weißt du? Da ist auch so ein, also ich weiß nicht, ob du das verstanden hast. Aber Aussiedler sind ja keine, hier schreibt auch Lena, keine Russen. Nein, nein, aber meine Freunde, meine Aussiedlerfreunde, die normalerweise zum Beispiel CDU wählen oder die A Punkt Punkt wählen. Ich habe auch immer gesagt, lass uns nicht ins politische gehen beziehungsweise nicht Parteien besprechen, damit es nicht zu so einer Werbung bei Hause kommt. Ich habe mich ja verabschiedet, ich wollte Simbamon sprechen lassen und dann alle anderen bis hier nach oben. Sei mir nicht böse, aber wir sollten nicht Werbung für, ich bin gerne bereit, über eine Partei Meinung zu sagen, aber nicht das, was ich wählen werde. Ja, ich verstehe, Entschuldigung. Damit es nicht wie eine Werbepause aussieht. Nein, nein, ich bedanke mich, du warst heute irgendwie, habe ich das Gefühl, dass du richtig vom Herzen geredet hast. Ich habe immer vom Herzen geredet, Erko. Wenn man mich nicht ansieht, heute, ich habe so dich, ich weiß nicht, heute habe ich dich so richtig so 100% erlebt, wenn das die echte Anna ist, habe ich 100% erlebt. Ich bin nicht fake, ich bin die echte Anna. Heute wurde auch Kian gefragt, ob das der echte Kian ist, war auch der echte Kian, echte Anna, echte Mona, echte Simbamon. Dankeschön. Ich bin fake, ich bin nur ein Roboter der Echsen. Dankeschön, Anna. Bitteschön, Erko. Spassiva, Anna. Ja, ti beluglo, Anna. Schönen Abend. Schönen Abend. Menschlich, 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 du hast schon verstanden, ich würde es verstehen. Ja, ich weiß. Simbamon, du möchtest bestimmt auch mal endlich das sagen. Ja, zum Abschluss einmal, man muss dem Chat ja wirklich sehr, sehr viel Dank entgegenbringen. 120.000 Likes, so viel gab es die letzten Male, noch nicht. Also die letzten Tage nicht. Wir hatten einmal 160 Likes, aber das ist schon länger her. Wow, Chat, danke. Vielen Dank an den Chat fürs ganze Liken. Und wir hatten heute eh, finde ich, einen echt guten Stream. Kaum Beleidigungen, auch wenn wir viel Schmarrn gehört haben, aber selbst die waren halbwegs sachlich und haben nicht direkt angefangen zu beleidigen. Also heute fand ich, war das wirklich ein produktiver Stream. Netter Stream, im Gegensatz zu manch anderen Streams in der Vergangenheit, wo Leute durchgehend hochgegangen sind und nur beleidigt haben. Aber Simbao, das liegt auch an, Anna redet sehr respektvoll. Ich muss bei Anna das schon loben, dass Anna, im Gegensatz zu anderen, Anna, also ich habe Anna nicht so beleidigen, habe ich sie nicht gesehen. Also bis jetzt. Ich weiß nicht, was früher war oder nicht, aber ich habe von Anna jetzt persönlich, habe ich nicht gesehen, dass sie beleidigt. Sie geht auf Argumente. Ich habe generell niemanden beleidigt. Ich muss nicht schleimen oder so, aber ich muss Anna auch da in Schutz nehmen, weil ich habe von Anna nie gesehen, dass Anna beleidigt. Ich meinte ja, dass Leute hochkommen und beleidigen. Also wir hatten ja schon viel, wenn wir sie hochgekommen sind und nur beleidigt haben und wenn man sie dann auf Fakten angesprochen hat, nach Beweisen gefragt hat, direkt angefangen haben zu beleidigen und das hatten wir heute fast gar nicht. Ich folge auch Anna jetzt, Anna. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ich muss langsam weiter. Ich wünsche dir einen schönen Abend oder gute Nacht. Du kannst mir auch folgen, Anna, wenn du möchtest. Ich folge dir jetzt auch. Guten Abend an alle. Schönen Abend noch. Guten Abend. Am Israel Hai. Am Israel Hai. Mona, wenn du noch nicht schläfst? Nein, nein, ich schlafe nicht. Na, ich will dich anfangen. Ja, nee, also, war auf jeden Fall ein sehr schönes Gespräch, das muss ich sagen. Und nochmal, was du eben auch gesagt hast, hast du Angst hier in Deutschland? Ehrlich gesagt, die Deutschen haben selber Angst in Deutschland mittlerweile. Mein Freund hat auch schon zu mir gesagt, dass er es nicht so gerne hat und ich habe ab 8 auf die Straße gehe. Ich kann es verstehen, weil hier in der Gegend, wo ich wohne, pass jetzt öfter mal das Schlägereien oder Messerstechereien. Ja, das ist mittlerweile hier normal. Von daher kann ich das verstehen, dass man sich hier nicht so wohl fühlt, wo soll ich dann später hin? Ja, eben, eben. Leider geht es so sehr vielen so, ich habe ja deswegen gesagt, nicht nur Juden. Nee, absolut nicht. Ja, wenn ich bedenke, meine Tochter ist, muss ich dazu sagen, die ist halt schwerbehindert und da waren in einem roten Auto, das weiß ich noch, das war ein rotes Auto und da saßen halt Männer drin, bärtige Männer, ich gehe mal davon aus, dass es Araber waren und die haben versucht, meine Tochter ins Auto zu locken, so viel dazu. Oh mein Gott. Ja, ich bin auf das Auto zu, ich kenne mich selber so nicht, ich bin sehr friedlich, aber ich bin auf das Auto zu und habe da draufgeschlagen, in dem Moment. die sind dann ziemlich schnell weggefahren, zum Glück. Gott sei Dank, Gott sei Dank, oh mein Gott. Zum Glück ist nichts passiert. Ja, und das ist etwas, was dann überhaupt nicht gesehen wird, sind das alles nur Einzelfälle, ne, also, ne. Ja, das sind Einzelfälle, Mona, und Mensch ist Mensch. Genau, Mensch ist Mensch, ich könnte kratzen, sorry. Das sind Einzelfälle, Mona. Ja, mein Partner, wenn der rausgeht, der geht ja selten raus, das ist ja meistens im Homeoffice zum Glück, aber wenn er rausgeht, sagt er, man muss auf Deutsch gesagt, wirklich bereit sein, draußen zu kämpfen mittlerweile. Und das ist nicht schön. Lass uns zum Abschluss einander sagen, alles wird gut. Genau. Alles wird wirklich gut. Und wir schaffen das, Mona. Mona, wir schaffen das. Ich hoffe es. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Aber nicht viel Merkel, bitte. Nicht viel Merkel. Elisa? Mona hat genau die Richtlinie, richtige Worte. Ich habe auch gleich an Merkel gedacht. Ich auch. Ich heiße mit drittem Namen Angela. Ja, soviel dazu. Mein Freund ärgert mich immer damit. Das ist schon bei uns eingeprägt, ja. Also, ich glaube, es wird soweit sein, dass wir auch mit Messer oder mit allen möglichen rausgehen werden. Ehrlich gesagt, mein Mann hat schon einen besorgt für alle Fälle, für zu Hause. Du weißt schon, dass du im Internet redest? Ja, 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 auf jeden Fall, ja, gut. Also, ich hoffe, es wird wirklich am Ende alles gut, dass wir alle friedlich. Wir tun alles dafür, dass alles gut wird. Genau, dass wir alle friedlich miteinander leben und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Deutschen in eigenem Land sehr unterdrückt und sehr irgendwie Außenseiter werden. die haben Angst. Die haben Angst, das ist das Problem. Wenn ich zum Beispiel, ich wohne ja in München im Umland, da ist kein Problem, aber wenn ich nach München reinfahre, dann habe ich mir auch um Pfefferspray gesorgt, weil ich trage Nagellack und da wurde ich auch schon mehrmals angepöbelt von, ich weiß jetzt nicht, ob es Muslime waren, aber vom Aussehen und von der Sprache kann man da schon ein bisschen Entschluss folgen. Ja, deswegen, Leute, ich wünsche euch allen eine gute, ruhige Nacht, schöne Träume. Danke. Am Israel Hai. Am Israel Hai. Ja, gute Nacht alle zusammen. Ja, wartet, Mido ist noch dran und Andreas, gute Nacht. Mido. Ich sage auch gute Nacht. Am Israel Hai. Und weil. Ja, schade, dass unser Lieblings-Imam nicht noch im Chat ist, der hätte uns alle noch konvertieren können. Ja, Kian, Kian ist schon wahrscheinlich schlafen gegangen. Nee, er war gerade noch unten, ich habe ihn gerade gesehen unten. ist er noch da? Könnte ich auch machen, aber ich will das nicht. Ich weiß, ob eine bestimmte Person weg ist. Ja, wir machen, wir haben das immer als Satire gemacht, unsere Schechina, Andreas, ja. Ja, der eine, die ich wahrscheinlich gehasst hat, gar nicht gemerkt, angeflirtet? Irgendwie ein bisschen? Wer? Ach, der eine Eko gerade. Hast du halt gar nicht gemerkt? Ach, quatsch, der hat, nee, der hat mich beleidigt. der hat mich angeflirtet. Nein. Aber das war ehrlich gesagt ein bisschen irgendwie so verdächtigt, Anna, ehrlich. Ja, das war verdächtigt, dass er plötzlich nicht... Anna, er hat dich angeflirtet. Nein, ich glaube, er hat versucht, etwas auch zu finden, ob... aber mehrere, sagen wir, schreiben auch, haben sie mir festgestellt, dass er dich angeflirtet hat, ganz gewaltig. Der weiß nicht, dass du verheiratet bist und Kinder hast. Ja, Blue Wolfscherl vertraue nicht solchen Typen. Also, ich vertraue grundsätzlich niemanden mehr. Ich bin auch verheiratet. Ich habe Kinder und ich habe das nicht als Flirt angesehen. Ich glaube, dass er von Menschen kommt, wo er gehört hat, dass wir hier lästern und hat einfach oder hetzen oder was man so über uns sagt und hat einfach herausfinden wollen, ob das so ist. Ich habe keinen Flirt gesehen, zumindest. Naja, vielleicht hat er auch zwischendurch auch dich informiert, vielleicht hat er auch ein bisschen was verstanden. Ja, vielleicht hat er was verstanden, vielleicht auch nicht, aber ich glaube nicht, ich weiß, ich vertraue niemandem. Bitte macht euch keine Sorgen, ich verliebe mich nicht, nur weil mir jemand ein paar Sachen sagt oder so. Ich bin nicht doof. ich bin fast doof. Anna, jetzt wird dir angehängt, dass du Muslime hast, weil dein Ex-Freund Muslim war. Du musst aufpassen. du bist seit Jahren verheiratet. Also wirklich. Also, wie hat mein Ex-Freund denn jetzt mit Hass auf Muslime zu tun? Du meinst, dass ich ihn verlassen habe, weil er Muslim war? Wen meinst du? Weil Simbaon das gesagt hat. Ach, die hängen dir das jetzt bestimmt an, dass du Muslime hast. Ach so. Mein türkischer Ex war vom Sternzeichen Wassermann. Oh Gott. Ja, oh Gott. Oh Gott, ich bin auch Wassermann. Aber meine Wassermänner sind normalerweise sehr ruhig und sehr familiär. Ja, er war sehr familiär. Er hat das andere, ja, dann hat das auch mit anderen Zeichen zu tun. Die können mir Simbaon nicht anhängen, dass ich Muslime deswegen hasse, weil ich bin mit ihm gut auseinandergegangen. Sie drehen ja ihre Wahrheit so, wie sie wollen. Ach, die meisten, die hier reinkommen, sind doch sowieso nur akzentophil. Ja, man merkt ja, die sind ja eh alle indoktriniert und haben ihre eigene Wahrheit. Ja, ja, ich habe gemerkt, dass er bringt. Ja. Und er durchgedrehte Oma war auch gerade wieder hier drin. Da dachte ich, wenn ich vor letztem Mal den gesehen gefragt habe, was er genommen hat. Ja, wenn man mir sagt, ist es, dass ich aus ausnahmsweise ehrlich bin und ausnahmsweise nett bin, bin ich sowieso das ist so ein Kompliment mit doppeltem Boden. Wo kommt er her? Albanien in der Sonne? Ich weiß es nicht. Ich habe Erko nicht gefragt. Ich glaube so. Aus der Türkei. Aus der Türkei. Aber Erko. Der Simo ist Der Sim aus der Türkei. Also es ist eine Stadt. Achso, nee, ich habe halt nach Namen geguckt und es klang wie Erko. Erko, es kann eine Abkürzung sein von irgendeinem Namen, aber Der Sim, Der Sim ist eine Stadt in der Türkei. Und ich habe das so ein bisschen vom Akzent nach rausgegeben. Lena schreibt, er klang aufrichtig. Ach Leute, ihr seid so süß. Ihr seid so süß. Also ich habe immer verdacht. Das Zwischenmenschliche immer. Ich habe immer verdacht bei den Leuten, die erst mal am Anfang die Zeichen haben. Ich habe dich jetzt gelesen. Da habe ich gesagt, er hat sie angeflirtet, Kian. Bitte lest das nicht laut vor. Genau, Wolf, hast du recht. Also ich glaube, ich kenne den auch. Also er hat sich doch mal hier mit uns unterhalten und dann habe ich ihn entlarvt, dass er Alevite ist. Weil die Leute schrieen. Erko hat mal mich angeschrien und mich beleidigt. Habe ich doch eben erwähnt. Fixe, ich nehme dich hier nicht hoch, weil Anna jetzt den Stream ja, wir beenden den Stream. Jetzt ist ein bisschen unter uns der Smalltalk. Kian, wenn du willst, du kannst auch Koch kommen und sich verabschieden. Vielleicht will Andreas noch kurz was sagen. Wie gesagt, mal schauen morgen Abend. Ja, morgen Abend 21.30 Uhr alles beim Alten. Wie immer. Mal schauen, was dann los ist oder ob die sich einen genommen haben. Die haben ja jetzt Ramadan Ende. Die besaufen sich doch inoffiziell. Geben sie ja nicht zu, aber die werden sich wahrscheinlich einnehmen wieder nehmen. Raki, Whisky oder sonst was. Das verkennt man ja. Man gibt ja Alkohol saugen, ne, trinken dürfen, aber saufen sich trotzdem die Hucke voll. Die besinnen sich doch. So, ihr Lieben, Mohamed fragt, werdet ihr für eure Lügen bezahlt? Ich ja, von Mossad, dann persönlich von Netanjau, von wem noch, von den Rothschilds. Ich habe voll viele Einnahmen. werden auch jeden Monat ein bisschen Geld. Simon und die auch? Eigentlich muss ich mal am Gehaltserhöhung fragen. Ja, ich finde auch. Doch verbringst hier so viel Zeit. Ich meine, es ist ein gefährlicher Job. Kann sich aber auch noch beim CIL reinbringen und beim KGB. Was ist mit den Echsenmenschen? Bezahlen die gut oder nicht? Echsenmenschen habe ich Schluss gemacht. Das ist mein Exfreund. Ah, ich werde vom BND und beziehungsweise Bundeswehr bezahlt und von einer anderen militärischen Organisation, die noch weit, weit über dem amerikanischen Militär steht. Andreas, von Jesus noch. Okay, jetzt kann ich auch zugeben, von wem wird bezahlt? Von den Chinesen natürlich, aber selbstverständlich in der Landeswährung. Muss ja klar sein. Viel, viel höher. Die machen ja nur das, was wir denen sagen. Blue Wolf will sich auch einstellen. Der fragt schon, wie die Bezahlung kommt über Paypal oder so. Im Jahr wird die Unschild so ein paar Centmünzen beim Haus ab. So kann auch so 10.000 Altenmünzen werden abgekriegt. Die Feim-Informationen, ja. Alicia und Mido, wie werdet ihr bezahlt oder von wem? Von Netanyago und ich warte immer noch auf meinen Lohn. Ja, und du Mido? Von Erdogan. Ah, Erdogan, okay. Du bist der Reichste von uns. Theo sagt, er ist mit Gehalt zufrieden, Theodos. Er ist reich zum Studieren. Ich bin Doppelagentin, das heißt, ich habe da schon andere Connections zwischendurch immer wieder. Das ist erst mal bei den Chinesen, mal bei den Russen, also ich kriege überall Geld. Schalom. Ach so, bei den Russen auch? Ja, natürlich. Ja, ich fahre nach Deutschland und liefere dir das Geld per Briefumschalt. klar, mit Wodka, selbstverständlich, ist doch klar. Leute, jetzt will ich ganz kurz was erzählen und ich bin gespannt, was die radikalen Muslime machen. Russland hat jetzt erwähnt, dass jetzt demnächst bald Kasachstan dran ist, also zweite Ukraine und da wird was sein. Also heute war offiziell, ne, bald ist, so, das heißt, der Krieg in Israel wird wahrscheinlich beendet und dann kommen die rüber nach dem. So, und wenn werden die verteidigen und ob die jetzt rauskommen zur Demonstration, um Kasachstan zu befreien, bin gespannt, weil viele... Ich bin auch gespannt, weil Kasachstan ist ein muslimisches Land. Genau. Free Kasachstan. Wirklich gespannt. Ich komme aus Kasachstan, aber ich bin jetzt wirklich sehr gespannt, wie das jetzt sein wird, ob die rausgehen und für die Kinder von Kasachstan auch mit Plakaten laufen, weil die ja... Das ist ja Russland, ne, das ist was anderes. Lena wird auch bezahlt. Lotus Orden schreibt, ihr seid wie Hamas, radikale Selbsthilfegruppe, die von Mossad bezahlt wird. Ja, du hast recht. Er hat uns entlarvt, Leute. Ja, aber bei Mossad ist momentan halt Stopp mit der Bezahlung, weil wir ja noch viel führen. Ich möchte eigentlich auch beim Mossad annehmen. Ich brauche ein Sommerurlaub. Simbermann ist eifersüchtig, warum in Mossad nicht? Ich will einen schicken Sommerurlaub machen, hier so in Gaza, in einem Stadthaus in Gaza, möchte ich einen Sommerurlaub machen. Also der Mossad muss mir ein bisschen was bezahlen. Lotus, wie hast du uns entlarvt? Er schreibt, wusste ich doch. Wie hat er uns entlarvt? Christoph und Erdogan, ist das nicht jetzt nur noch ein paar Cent wert? Nach der Inflation, die ich da gehört habe, am Freitag? Ja, lass mich jetzt entlarvt. Du bist ja wenigstens, der am wenigstens kriegt von uns allen. Wir sind nur noch ein paar Cent heute. Wahnsinn, wie die seine Religion runterkriegt. 1 zu 33. Das hat uns verraten. Oh, Abraham bekommt auch Geld, aber er hat gestreikt. Okay, okay, also, sieben Zwerge ist wieder da, wenn wir über Geld reden. Eigentlich ist der sieben Zwerge unser Mann, der uns Geld gibt. Er hat ja gesagt, es gibt bis zu 13 Zwerge. Versteht ihr? Okay, ich dachte, sieben. Ja, 13 Zwerge und alle diese 13 Zwerge bezahlen uns. Was glaubst du, warum es neun Plätze in einem Stream gibt maximal? Da fehlen aber vier. Ja, da fehlen noch vier. Die sind dann in der Shisha-Bar. Und nehmen sich irgendwie irgendwo in der Ecke anstelle angeblich Cola, haben sie sich noch irgendein Whisky oder sonst noch reingeknallt. Ja, Blue Wolf hat hier geschrieben, er möchte Manager stelle. Unter 10 K kritisiere ich den Islam nicht, wer bezahlt, kriegt mich dann. So, sollen wir in die Schlafen gehen, ihr Lieben? Ich schlafe mal. Jura, hier wird keiner mehr hochgenommen, Anna schließt jetzt in... Dann kam der Schleimbeutel hoch. Morgen, 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 Jura, komm morgen zurück und dann kannst du gerne, dann wirst du dran genommen. Genau, morgen debattieren wir über die Weltherrschaft. Guten Morgen. Morgen, ich schlafe auf den Kongress. Morgen, ich schlafe morgen, ich schlafe und dann diskutieren wir das Atlantis wieder auf, aufersteht, wieder aus dem Meerboden, aus dem Meeresboden wieder hochkommt. ich schlafe wir hier den Bauchländer für unsere Strandhäuser. Ich schlafe die jetzt auch, komm morgen wieder und wir sehen uns alle morgen. Okay, bis morgen. ich schlafe dir auch. Ich werde morgen vielleicht nicht dabei sein, mal schauen. Simba, wir werden dich aber wirklich vermissen. Wenn Damos hat mich bezahlt, dann übernehme ich TikTok. Steffi schreibt, Steffi hat Litschka, schreibt, passt auf, die nehmen das noch ernst. Ich sehe schon auf irgendeinem Livestream, das wird auf YouTube hochgeladen als Beweis, dass pro Israel die von Papa bezahlt werden. Ich bin in der Moschee ausgestrahlt. Die werden uns ein bisschen später exposen. Ich sage schon, irgendein Mann wird in der Moschee predigen, hier die pro Israelis, die werden von Mossad bezahlt und hier ist der Beweis. Und, oh ja, und von China. Ja, und alles wieder zurecht geschnitten. Ja, natürlich. ich gehe mal runter. Gute Nacht, Wenschen. Gute Nacht. Ja, Gute Nacht. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Gute Nacht. Ciao. Bleibt Gute Nacht. Gute Morgen Abend. Gute Morgen. Gute Morgen. Ciao.